hallo herzlich willkommen leute eine neue runde ein neues glück direkt gestartet irgendwie im hektikort gewesen für mich so ein bisschen getrieben mal gucken so Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, pass mal auf Dann können wir nämlich noch herstellen Ups, was ist denn das? Weiter mische gegen Gift Geil, Leute, Riechsalz, Mann Ich find's geil Ich kann jetzt alles produzieren Komisch, dass da gerade einer weg war, ne? Irgendwas stimmt da auch nicht Jetzt hab ich zweimal Riechsalz Wahrscheinlich ist die Also ich war heute Mittag wieder on, da war tatsächlich auch der Leon Und dann hatten wir unsere IC-Charaktere Hier in La Grasse eigentlich verabredet, hatten die sich Ich nehme mal an, dass sie Lakai gemeint hat Deswegen fahren wir da jetzt rüber Oder reiten Bild haben wir eigentlich 1,20 Dollar Achso, ich hab Und 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 Lucifer oder Luzi, wie geht es dir? Was geht ab bei dir? Hä? Was geht ab? 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 Ist nicht dein scheiß Ernst! Was geht ab? 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 Untertitelung. BR 2018 Nach sowas, sowas, ich bin eben auf der Toilette. Hast du aber Glück gehabt? Ach, da haben wir Glück gehabt. Wie schlecht, wie schlecht. Wunderbar, Minar ist im Eidort. Okay, komm ich auch hin. Süßes Kätzchen. Ich weiß nicht warum, aber die geben mir nicht den Rest mehr. Bin ich besser geworden? Das kann doch nicht sein, oder? Ich bin noch nicht besser geworden oder so. Irgendwie sind die... Jetzt habe ich eigentlich meine Maske nicht auf. Irgendwie... Hauen die wieder ab? Hä, habe ich R gedrückt, ohne dass ich es mitgekriegt habe? Ich dachte, der hätte mich einfach angesprungen. Ich bin total verwirrt gerade. Dieser Kampf hat mich jetzt gerade mächtig verwirrt. Ich bin total verwirrt. Ich bin total verwirrt, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Ich bin total verwirrt, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Ich bin total verwirrt, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Ich bin total verwirrt, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Ich habe die Schüsse nicht gehört. Nein. Echt schallsicher hier. Ich war unten im Keller. Was für Schüsse, woher kamen sie? Ich war gerade in Lakai, kam ich an. Da scheut mein Pferd. Ich werde abgeschmissen und mich springt direkt ein Puma an. Keine Ahnung, warum der mir nicht den Rest gegeben hat. verdammtes glück gehabt der ist meine rauch meine hände zittern total ich glaube nicht oh verdammt doch da ist ja das mein blut hast du eine bandage ja ich will mal kurz runter mich versorgen in der schüssel wo man sich waschen also wusstest du dass wir hier an blätter drin haben an blätter an blätter was was verhandelt habe ich da was hin nach dem rücken guck mal du bist so schmutzig die rechte schulter kratzer aber du bist nicht gut davon gekommen wenn das ein puma war ja mann scheiße wir haben ja nichts zum waschen ne ja nimmst du alkohol bitte hast du noch was puren alkohol nicht in den du trinkst man ja hier ist gutes licht da oben ist nur fake licht wir sind ja unter der erde versuchst von oben nach unten erst ein bisschen laufen zu lassen und dann wischst du oben die wunde rum nicht direkt in die wunde rein ein bisschen baumwolle hast du alkohol genommen sehr gut so hilf mir mal der bandage ja halt mal fest hier einmal rum okay und jetzt reißt es am ende auf und am ende das stück reißt du ein paar zentimeter auf und dann wickelst du das einmal drum und nicht feste nicht feste das soll nur gut aufliegen es ist fest genug gute noch feste okay und jetzt denke ich das hier rein dann hält es oder ja perfekt wow okay danke dir man naja die apothekerin hätte das besser gekonnt als ich ja passt schon du musst dich echt waschen gehen ja man wir haben ja keine waschtonne hier drin oder was guck mal oben ich werde jetzt nicht die wand anbohren lieber nicht machen ich werde mal versuchen mich vorsichtig oben abzuwaschen die fraktion kann hier verstärker rufen verstehe ich nicht okay na sehe ich jetzt wieder angemessen aus ja da werde ich mich mal umziehen naja der verbannt ich habe ich hoffe jetzt nicht nass geworden gut aus gut aus dieses nein ne ne das kommt übrigens automatisch ich kann da nix gegen machen ich kann da nix gegen machen zweite knarre nehme ich ne man so leicht habe ich mich lang nicht gefühlt ich habe so viel ins lager gesteilt ja man oh ja ich könnte auch noch mehr reinpacken ey ja was hatte ich wie viel passt denn da noch rein ich keine Ahnung gegen den im buch äh was uns äh sleepy joe aufgeschrieben hat steht irgendwas von 500 standard boah was habe ich denn hier noch salbei minze ginseng waffen essen brauche ich selber alle knochen könnte ich mal reinpacken warum nicht aber die kräuter kannst du doch erstmal reinpacken dass wir die säcke haben ich glaube schon ist da ich guck mal nicht das ich guck mal nicht das eigentlich recht ne ja wir könnten mal die kräuter mal reinpacken acht den sack hier auch weil ich ihn doch gerade schon gebrochen habe verdammt zehn und zehn das ist gut das ist gut das ist doch gut so na normalerweise würde ich sagen ladies and gentlemen aber ladies ja was geht was steht da ich brauche noch informationen von dir na klar gut stört sich wenn ich dabei esse wenn du dabei reden kannst ist mir das sehr egal ach so ach so für was die preise angeht ja exakt ja also für das gegengift für das gegengift brauche ich auf jeden fall leere flaschen ne ich weiß nicht was kosten die 15 pennys nicht wo gibt's die denn du kaufst hier ne volle flasche und trinkst sie aus aber ich glaube dann kostet die 65 pennys sonst bei brooks oder nicht oder beim general store gibt's auch oder nein bei der ölfabrik glaube ich nicht alles klar dann brauche ich halt rein alkohol also die zutaten ja die musst du da drauf rechnen was man für einen alkohol braucht was brauchst du denn für einen alkohol das haben wir heute mittag ausgerechnet ja aber ich aber nicht notiert sag mir mal kurz die zutaten soll ich sagen ja sag mal also zutaten für rein alkohol brauche ich halt zwei säcke weizen ah 6 dollar ein sack 3 dollar ein sack zucker und dann noch 25 mal hefe ich meine davon können wir 25 mal alkohol herstellen wenn ich mich nicht irre und wo kriegen wir also wo kauft ihr das zeug bei brooks also ich glaube es ist günstiger wenn wir es von den paren beziehen zum beispiel zucker wir können zucker verkaufen und bei der mühle den zucker dann machen dann ist es günstiger ja weniger als 3 dollar ich hab keine ahnung wie viel zuckerrohr kostet aber ich denke schon 3 dollar sind echt viel ja wenn du das hinkriegst ich weiß halt nicht welche farm zuckerrohr anbaut aber theoretisch in der theorie ist es günstiger wir können auch einfach fragen nach zucker also wenn es ein cent mehr oder ein äh cent äh ich hab den vater verloren aber egal wenn es ein bisschen teurer ist das ist mir auch sehr egal umso weniger wir uns damit ablagen umso mehr zeit arbeiten wir für andere sachen ok aber ich glaube diese brooks überhaut uns manchmal übers ohr deswegen sag ich's glaubste und du hast da völlig aber wenn du weißt wie viel günstiger an hefe rankommen wäre das doch super ja ich rechne auch erstmal mit diesen mit diesen preisen dann können wir ja immer noch runter regieren äh ich habe jetzt auf jeden fall ausgerechnet das sind 86 cent pro pro alkohol für gegengift brauchst du einmal rein in alkohol nicht wahr genau und ne leere flasche das war's den rest kann ich selbst versorgen ja, ja, ich war gerade in Gedanken also eine leere Flasche und Alkohol und natürlich Schlangengift wie soll ich sonst auf welchem Fundus soll ich sonst das Gegengift herstellen? Schlangengift Schlangengift Exakt einmal, nicht wahr? Genau Interessant, dass das so teuer ist wir können da sogar ein bisschen runtergehen ja, wie gesagt das meiste können wir uns ja selber organisieren da sind sehr viele Sachen ich glaube nicht vor allem bei dem Versuch das Schlangengift zu bekommen brauchen wir oft schon das Gegengift das müssen wir mit einberechnen da hat er gesagt interessant, dass es so teuer ist ich würde das mal auf 2,50 Dollar mal machen so, Wundsalbe ah ja, Wundsalbe einmal Alkohol genau für die Wundsalbe brauche ich Alkohol und Tierfett wie viel? ja, 2 Tierfett das brauche ich halt für die Vaseline dann brauche ich die Vaseline und die Kräutermischung aber die Kräutermischung die kann ich mir ja selber besorgen kostet also nichts wie viel Kräutermischung eine Kräutermischung brauche ich dafür Minzesalbei ich schreibe in Klammern dahinter es gibt verschiedene Kräutermischungen die Kräutermischung diese Kräutermischung für die Niederlö難ste Was meinst du, Mina? Ich hab nichts gesagt. Achso. Na, wir haben hier... Oh. Was ist das denn? Kokainblatt? Darf ich mir das mal... Darf ich mir das mal angucken? Ich könnte daraus ein bisschen Pulver machen. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen könnten, aber... Nehmen wir mal 10 raus, wenn ich darf. Das kannst du sehr gerne machen. Kannst du mir sagen... Kann ich gleich sagen? Können wir das machen? Erstmal hier? Baseline brauche ich einmal. Reiner Alkohol und zwei Tierfett. Hm. Da brauche ich noch mal einen Bösel für. Perfekt. Einmal... Ne, zweimal Tierfett. Genau. Und sonst noch etwas? Nur den reinen Alkohol. Und das mischt man dann so lange, bis es eine gute rührige Pampe ist. Gut, gut. Ach, deswegen ist das auch... Mal gucken, was hier passiert, wenn ich... Ah, verstehe. Oh nein, das ist nicht gut. Dann muss ich hier ein bisschen kleiner stampfen. Dann muss ich hier ein bisschen... Und dann... Was sind die Ballgift? Oder du hast nicht Voyager? Hast du hier etwas? Was ist das denn? Dann muss ich hier ein bisschen weiter ripfen. Ja, ich bin jetzt hier dran... Von mir ist mir immer noch... Oh nein, da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Okay, da ist nicht gut gegangen, aber das ist gesund. Ja, das können wir auf jeden Fall... also 2 Dollar 10 verkaufen. In der Apotheke kostet es 3 Dollar noch was? 3 Dollar 20 oder 3 Dollar 50? Wundsalbe kostet in der Apotheke 2 Dollar 50. Ja? Mhm. Ich habe mir die Preise aufgeschrieben dort. Wenn die es jetzt nicht in den letzten 2 Tagen irgendwie saurer gemacht haben. Die Wohnzeit ist viel ergiebiger, also man kann die einmal nutzen, mindestens. Ja, aber... Da muss ich wohl ein bisschen aufkochen hier. Ich frage mich, was er davor hat. Und äh... Nicht verkehrt, wenn ich das hier ein bisschen... Oh ja! Das geht ja besser, als ich dachte. Oh... Und ein reiner Selbstläufer. Äh, du kannst für Tiere auch Sachen erstellen, nicht wahr? Ja, aber da brauche ich diese... Das richtige Werkzeug. Man kann so einem Tier nicht einfach was Futter geben. Das musst du direkt ins Blut machen. Deswegen brauche ich Spritzen. Also was? Gibt's ein... Ah, das ist natürlich... Aber kriegt man die denn? Ah, da können wir unseren Doc fragen. Der sagt, der macht alles in Spritzen. Oh! Ich weiß, wo die sind. Ich weiß, wo die sind. Wir können so eine Nisse beigucken. Ich weiß, wo die sind. Kein Problem. Leute! Guck mal, was ich ganz gekauft habe. Hehe, Mina! Riech mal dran! Oh! Oh yeah! Was hat er denn da? Willst du auch eins? Natürlich! Gib mir mal! Ich weiß nicht, ob das verboten ist oder so. Alles, was gut ist, ist verboten. Es ist auf jeden Fall verboten. Gut! Hab ich aus den Pflanzen hergestellt. Hehe! Die Wirkung dürfte einen ganz schön benebeln. Oh ja! Ziehen wir uns erstmal ein! Gute Idee! Uuuuh! Ist gut, soll ich sagen? Pass auf! Ist ziemlich stark! Ist in der Urform! Oh meine Fresse, du meine Güte! Oh meine Fresse, du meine Güte! Oh! 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 Weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so gut gefühlt hab, Mann! Oh verdammte! Scheiße, ich könnte mir ja gar was reißen, aber ich hab keine Lust, ey! Also ich glaub, ich seh euer Mojo! Ich kann nichts aufsehen! Ja, Mann! Ja, Mann! Das ist es! Davon rede ich, Mann! Geh die Treppe hoch! Tu es! Da ist ein rosa Mojo! Geh die Treppe hoch! Ich glaub es ist nicht, die Treppe ist zu hoch! Geh die Treppe hoch! Warte, ich helf dir! Ich bin nicht oben! Es geht nicht, ich komm hier nicht hoch! Die Treppe ist einfach zu! Ich bin im Weg! Ich muss weg! Wir fliegen, Leute! Wir fliegen! Wir fliegen! Wir fliegen! Wir fliegen! Wir fliegen! Wir fliegen! Au! Au! Wir können alles schaffen! Wir schaffen alles! Hey! Mina! Mina! Du siehst so komisch aus! Was guckst du denn so komisch, Mina? Mina! Mina! Sprich doch mit mir! Ja! Ich leg mich kurz hin! Mina hat ein Gesicht verhindert! Mach das! Mach das! Mach das! Ein Gesicht verhindert sich! Scht! Scht! Au! Hihihihihi! Uh! Hörtt ihr das? Hörtt ihr das? Hörtt ihr das? Hörtt ihr das? Inson! Oh, hier. Also, Mann. Uh, leg dich dazu. Ihr seid komplett durchgedreht. Warum sitzen wir denn jetzt? Dann haben wir uns hingesetzt. Ach, Schöne. Wir sitzen gar nicht. Erstmal eine Runde Opium. Ich finde, das ist ein guter Plan gewesen, Jean. Den sollten wir weiter verfolgen. Den sollten wir weiter verfolgen. Das ist ja fantastisch. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Oh, Mann, Jean. Deine Schuhe sind ganz sumpfig. Sumpfig. Sumpfig, ja, das ist der Sumpf. Der Sumpfruf. Sumpfruf. Ich habe noch ein Fläschchen. Oh, nein, nein. Wir müssen noch... Oh, Gott, ist das witzig. Oh. Ich kann so viel umherspüren. Einfach aufgestanden. Das tut doch weh. Ui. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt möchte ich mal meinen. Mann. Und du hast eine Gabe, Sam. Ich glaube... Ah, Mann, der ist... Der ist numpf. Der ist numpf. Wir müssen... Achso, wo gab es diese... Oh, Mann, du bist Mina? Wer ist denn das? Ach, die habe ich angepflanzt. Ich glaube, die haben wir... Achso. Oh. Du kannst anpflanzen? Ihr könnt alle anpflanzen. Wie? Was? Ich kann euch das euch zeigen. Ja. Ich will anpflanzen. Ja, zeig es uns. Ich mag Dinge. Genau, da brauchen wir noch... Ich mag Pflanzen. Ja, du brauchst Pflanzen zum Pflanzen. Achso, ich habe unten... Ähm... Pflanzen zum Pflanzen. Ich lasse uns auf Sand in I. 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 Ich lasse uns auf 22 Uhr in Übrigen noch irgendwie schöne Geschichten erzählen. Oh, Geschichten. Oh, Geschichten. Die Geschichten sind gut. Was ist mit... Oh, was... Was ist mit Valentino? Das gehen wir hin. Er ist Valentino. Na, der Mann, mit dem wir uns treffen. Nein. Warte, wir treffen uns jetzt jemanden. Ja, die Stadt. Ja, stimmt. Wir müssen uns nämlich treffen. Ja. Mit Onkel Jeffrey. Mit Onkel Jeffrey. Die Bussi. Ja, die Bussi Jeffrey. Der gute alte Jeffrey. Warte, die Bussi. Wie. Komm, lass mich reißen. Schau, du kannst das gar nicht reißen. Das glückte Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Du lachst nicht. Oh Mann, das ist weise. Das ist weise. Ich muss das mal unbedingt nehmen, bevor ich tanze. Das steht doch da drüben. Na, hole es. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, langsam. Sehr gut. Okay, der Trick ist langsam. Na los, na los. Hopp, hopp, ich will nicht. Hopp, hopp, woher? Sonderie. Ari, ist das fantastisch. Ja, ich spüre den Wind in meinem Gesicht. Ah, ich fühle mich so gut, so leicht. So gegrindet, dass ich mir wieder ein Gewehrleiter... Man fliegt hier auf den Rücken. Merkst du das, Mina? Ich habe tatsächlich heute einmal eine Radtour gemacht. Ach, Mina, du musst noch deine Sachen ausziehen. Ja, aber was machen wir denn? Wohin gehen wir denn? Ja, nach Saint-Denis. Wir wollen sonst. War das Leben pulsiert. Und die Leute den Modegeschmack haben. Ach so. Warte, sie muss sich doch noch ihr Rock anziehen. Oh, ich verstehe. Verstehe, stimmt. Saint-Denis, wir kommen. Wo die Mode pulsiert. Schöne Stadt. Und die Damenwelt jubiliert. Ja, ja, yippie, 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 yippie. Hey, Mademoiselle, was tun wir denn da? Ah, war gut das Zeug, Mann. Uh, ja. Ich mache uns Regale voll. Wir werden nie wieder Kummer leiden. Nie wieder. Nie, nie, nie wieder. Wieder werden wir das tun. Bitte. Ich habe eine Gräbertour gemacht. Da habe ich richtig krassen Scheiß gefunden. Da habe ich mir erst mal ein Gewehr von geleistet. Ist das nicht schön? Und? Die Lagerfläche wurde sich heute gekauft. Ist das nicht auch großartig? Ich glaube, ich trinke noch meine Bier noch. Oh ja. Das wird super fantastisch. Aber nichts Härteres. Sonst stehst du nicht wieder auf. Doch, das will ich nicht. Ach so, die Pferde müssen wir hier lassen, sonst gibt es Stress. Das habe ich gehört. Ja, exakt, exakt. Ah, fantastisch. Oh. So, muss ich mein Gewehr auch hier lassen, oder passt das? Ach, ist doch egal. Wir gehen zur Büchse-Wahrerei. Du brauchst deine Waffe, weil die kaputt ist. Ah ja. Ja, wir denken uns züge ein Mädchen aus. Das ist ein Unglück. Ach. Was für eine Blamasche. Uiuiuiuiuiuiui. Uiuiuiui. Uiuiuiuiui. Psst. John. Psst. Du musst dir was. Psst. Du musst dir was sagen. Was denn? Ich weiß nicht. Ich kann es auch nicht leiden, wir werfen ja auch. Wir leben nur leider sehr in der Nähe von dieser verdammten, verdammten Stadt. Äh, Dings. Aber müssen wir lang? Äh, so an den die, da lang. Achja, wo wollen wir eigentlich hin? Nach der Büchsenmacherei. Stimmt. Ups. Wir gehen zur Büchsenmacherei, dann gehen wir zur Telegram-Station. Oh ja, schneller graben. Uff. Okay. Okay, so nicht mehr. Oh, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Zusammenreißen. Ja, so wunderbar. Ich habe keine Schmerzen. Hopp. Au. Warte, hast du noch sowas? Jede Menge. Warum darfst du das denn alleine nehmen? Weil, weil sie schon ist. Oh, ich will auch schon sein. Ja, wir wollen viele. Ich glaube, das ist komisch. Warum? Ich glaube, doch ganz normal. Nicht wahr? Uh, was ist das denn? Nachwirkung? Oh ja. Da riecht das schön. Bewege ich mich oder der Bonn? Der Himmel. Ja, ja, ja. Okay, jetzt die richtige Richtung. Ja, okay. Lass. Na, immer ruhig mit den jungen Pferden, hm? Ah, das ist... Das ist... Das ist so... Das ist so... Ihr seid ja bei der besten Laune wie ich sehe. Häh! Häh! Den will der denn? Häh! 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 Scheine jetzt! Aber es ist schön, dich zu sehen. Will ich wissen, warum? Ach, wie geht es dir? Ich scheint dir heute bei bester Laune zu sein. Ich höre ihn nicht. Ich wollte euch nicht aufhalten, wo wolltet ihr denn gerade hin? Äh, was sagt er denn? Er will uns nicht aufhalten, sagt er. Ach, wir wollen zur Büchsenmacherei. Sonneni! Sonneni! Pssch, 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 pssch. Oh, das ist... Das Geheimnis bleibt gleich bei uns, ja. Ich höre ihn nicht, können wir gar nicht leiden. Können wir den Ort überhaupt nicht? Oh, keine Sorge, ich auch nicht. Das können wir wirklich nicht leiden. Ach, Arxal, mit dir muss ich... Na, da, wir zwei. Ich glaube schon, können Sie sie hören? Können Sie sie hören? Können Sie mich irren? Können Sie hören? Was oder wer flüstert zu euch? Nein! Vorhin steht doch... Hä? Vorhin steht doch... Jean! Sie sehen doch, Jean, oder? Arxal, sieht mich nicht, dass er erklärt alles? Ich bin ein Geist! Ja! Ja! Ja, lieber Mova! Also fragt ihn Male, ob er Zeit hat, eben zum Affen zu gehen. Ich muss mit ihm retten. Haben Sie Zeit, zu einem Affen zu gehen? Affen, nicht zum Affen! Ach so, Hafen! Verdammt! Hafen, Hafen, natürlich Hafen! Ja, Hafen! Hafen in Sontini hätte ich aber auch gerne gesehen. Verdammt! Verdammt, vielleicht sagt er Hafen, Affen! Ja, vielleicht Parker! Was sagt er denn? Ja, er würde auch gerne einen Affen sehen! Ja, er würde auch gerne einen Affen sehen! Na dann gehen wir zu Herrn Parker! Auf zu Herrn Parker! Ja! Habt ihr auch so'n Hunger? Ja, hast du Hunger? Ja! Ah! Ach, er sollt. Hui! Huh! Äh, meint ihr, ich kann da aufspringen? Ja, die Rieche, mach mal. Und ab. Wow. Ich will kein Fliegen. Sie hätten im Zirkus anfangen sollen. Ah, danke. Als Affe. Ihr macht euch über mich lustig. Ach. Ist das was, ist das was? Mal sehen, mal sehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt weiterlaufen, damit er mich vielleicht sehen kann. Und ich dachte, ihr seid die Benebelten. Und dabei bin ich wohl selber einer. Sagen wir, wenn sie sich reden. Salü. Ah. Oh, Lord, verdammt mich. In was bin ich hier reingeraten? Arine, etwas, was ich für sich gebe. Irgendwann etwas, was ich so fantastisch fühle. Ist das schön. Ich würde sie furchtbar gerne mal lachen sehen. So richtig. Ich lache nicht. Das werden wir gleich sehen. Puh. Ihre Bitte schön. Vielen Dank. Also, sie entschuldigt mich für einen klitzenden kleinen Moment. Natürlich. Machen Sie mal. Ähm. Warum ist er denn so schnell geworden? Äh, entschuldigt sich für einen kleinen Moment. Ja, hat er doch gesagt. Aber er hat nicht, um sich entschuldigt, um so schnell zu werden. Stimmt. Ja, das ging. Da müssen wir ihn auf jeden Fall gleich nochmal drauf anschauen. Ja, aber Moment. Ich glaube, erklären kann ich das. Ja, weil der Moment so klein sein soll, ist er schnell weggegangen. Äh. Ja? Das macht, glaube ich, furchtbar viel Sinn. Das ist so klug. Nee. Hä? Wer? Äh, du. Ah. Danke. Natürlich. Bist du sehr klug? Oh, ich glaube... Oh. Ja. Ihr holt mich hier wieder. Nein, wir bleiben hier. Oh. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Das Holz ist sehr holzig. Ach. Sie sind doch ein bisschen holzig. Nein, sehr. Nein. Vielleicht. Du musst dich auch hinlegen, wie ich lege. Ich lege doch ganz gut. Sehr gut. Dann spürst du aber die Holzigkeit des Holzes. Ja, ich holze das doch sehr gut. Ihr hör mal. Ja, Gott. Hüder Holz. Sehr gut. Ach, Mina, setz dich doch auch dazu. Mina. Ja, ich denke natürlich nach, wie es ist so irgendwie anstrengend, oder so. Ja, denken ist anstrengend. Denk nicht. Mina, was ist darin denn anstrengend? Oh, 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 hey. Ruhig, ruhig. Wenn du mich so anschreist, vergesse ich ganz wieder zu. Ich schreit doch gar nicht. Du schreist an. Ich schreit doch gar nicht dich an. Die beide schreiten ein bisschen. Ach, Mina, Mina. Mina, wenn du dich nicht hinsetzt, fliegst du gleich weg. Nein, ich will nicht wegfliegen. Ihr setzt dich hin. Ich will nicht wegfliegen. Hey, Doc. Legen Sie sich dann zu. Das Holz ist sehr holzig. Sorg, sorg, sorg. Ach, wir haben ein bisschen vor dem Zeug da genascht. Und irgendwie... Wir werden uns ziemlich gut hier gerade. Nächstes Mal weniger. Ja, das kann ich verstehen. Es freut mich, euch mal in so guter Laune zu sehen. Ach, es ist doch alles wunderbar. Es ist doch alles fantastisch. Wir haben uns lange nicht mehr gesprochen. Was ist dir so passiert? Vieles. Tatsächlich vieles. Nun, ich habe meine Praxis in Annis Burke eröffnet. Ach, herzlich willkommen. Oh, vielen Dank. Habe dort auch schon einige Leute getroffen. Habe von Miss Johnson meine erste Lieferung bekommen. Auch meine Praxis wurde beschmiert von diesen komischen kommunistischen Leuten. Aber ich bin ihnen auf der Spur. Ich habe ein, zwei Kontakte gepflegt. Darunter ein sehr interessanter Mann. Der mir schon Kräuter verkauft hat. Nur sein Klamottenstil hat mir nicht so ganz gefallen. Zerrissene Klamotten, komischer Hut. Nein, nein, nein. Er muss wohl irgendwo so aus den hintersten Wäldern gestammt haben. Eindeutig. Naja, wenn er aus den Wäldern kommt, dann könnte er sich zumindest ein Visieren mit Kräuter aus. Man muss nehmen, was man hat. Auch wenn es kein nass, reiner Weber ist. Worüber ich auch reden möchte. Johnson. Oh, ja. Wie wäre es, wenn du überhaupt sofort mal unsere Waren annimmst? Ja, das hat mir der werte Kollege auch schon empfohlen mit dem wunderbaren zerrissenen Klamotten. Heute ist er deutlich besser gekleidet. Oh, er meint mich. Ich meinte, ich verlass. Ein zerrissener Mann hat uns empfohlen? Nein, nein. Der ist Wumpf, Mario. Der Sumpfkrieger. Ach so. Oh, ja. Ich würde gerne von euch die Waren beziehen. Dann muss ich nicht immer so mit... Miss Johnson hatte mir angekündigt, dass sie drei bis vier Tage braucht, wenn sie mir irgendwas liefern möchte. Das ist ziemlich lange. Und die Apothekerin, Miss Bennet, neben mir, wurde mir zwar erzählt, dass sie hier sei und die Apotheke betreiben würde, aber ich habe sie noch kein einziges Mal gesehen. Ich halte das also für ein Gerücht. Hm. Sie ist eh viel besser bei uns zu kaufen. Das denke ich mir. Und in Annisburg schreitet es voran. Ich knüpfe meine Kontakte. Ich habe Mr. Foster, alles guten Freund, und auch Miss Black, die hier in der Praxis in Annisburg sind, die mittlerweile auch auf meiner Seite sind. Ich habe meine Verbündeten also schon gesammelt. Fantastisch. 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 Ihren Sonnen hieß. Ist auch alles wunderbar. Momentan. Das mit den... äh... Italienern ist momentan Briden. Oh, sehr gut. Aber wenn der da wieder mir wieder einen auf den Dütz geaunt hat... Was hat der... Vielleicht kann ich ja die Situation mit den Italienern regeln. Ich habe eine Information über sie, die sehr privat ist und sehr wichtig für sie. Und wenn ich dieses Problem löse... Könnte man ihr Vertrauen gewinnen. Und so schwer ist es gar nicht zu lösen. Es geht nur um einen Abschied. Um einen... Ein sehr trauriger Mann, der jemanden verloren hat und einfach nicht loslassen kann von dieser Person und deswegen zur Flasche greift. Sie verstehen? Jemand, der einfach den Abschied nicht wahrhaben kann. Jemand, der nicht loslassen kann. Und er... Sieht die Erinnerung und lebt die Erinnerung immer noch bei der Flasche. Ein Schwachbund. Und er ist der Familie sehr wichtig. Ja, denn... Das ist von... Ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, aber es ist der etwas ältere Herr. Mit einer Schürze. Der in seiner Couture auch immer Essen zubereitet. Er hat auch immer eine Flasche in der Hand. Der Betrunkener vom Italienern. Der Ältere. Etwas kleiner. Er hat seinen Sohn verloren. Er spricht von seinem Sohn immer noch, als wäre er hier. Er versucht ihn mit Miss Kennedy zu verkuppeln und zu verheiraten. Er sagt immer wieder, wenn man ihn darauf anspricht, ja, er ist gerade irgendwo. Aber sein Sohn ist nicht mehr. Ich denke, wenn wir diesen Herrn helfen, von seinem Sohn sich zu verabschieden, gewinnen wir auch ihr Vertrauen. Das Problem ist, dass mein Geduld, mein Vertrauen in diese Menschen schon etwas sehr viel in Wanken geraten sind, weil die die ganze Zeit nur gegen uns dient. Ja, gefällt mir auch nicht, dass sie dich die ganze Zeit schlagen und gefällt mir auch nicht, dass sie sagen, dass wir sie im Sumpf nicht anrühren sollen, sie uns wohl anrühren dürfen, ne? Das kann ich auch vollkommen verstehen. Das ist komischerweise nur einseitig da. Vielleicht kann ich ja etwas regeln und sie überzeugen, dass sie euch nicht mehr anfassen und sie vielleicht auch für die Hammerschläge entschuldigen. Vielleicht auch etwas geben. Wer weiß. Meine Hand wäscht die andere und ich möchte euer Vertrauen in meinen Gewinn. Na da bin ich sehr gespannt. Aber mit den Italienern Frieden, weiß nicht, also momentan haben wir tatsächlich Frieden, aber weiß wie lange noch, weil die verdammten, verdammten Treiber und Kriegen... Wie sieht das denn eigentlich mit diesem Mr. Gallo aus? Dieser kleine, nervige... Gute Frage. Der mich verprügelt hat in eurem Namen. Der will uns treffen und mit uns sprechen. Oh, will er das? Na, heute noch. Am besten. Obwohl, das hat er gar nicht gesagt. Nur, dass wir ihn in Valentine treffen sollen. Das könnte eine Falle sein, oder? Deswegen sage ich, wir machen es auch besser als beim letzten Mal, Jan. Ich gehe zu ihm und du wartest an einem Ort deiner Wahl. Wir können das vorher auskundschaften. Oder in einem Salon, an einem öffentlichen Platz. Wie du meinst. Oder wir suchen uns irgendeine Farm aus, wo ihr euch trefft. Er mit einem Mann und du mit einem Mann. Das ist ja eine fantastische Idee, so werden wir das genauso tun. Und dann mal sehen, was das sollte. Und was die von uns wollen. Irgendwelche Scheiße. Das ist alles so komisch. Und uns einfach in Ruhe lassen. Dann braucht das irgendwas zu sagen. Menschen sind leider dumm. Allerdings. Boah. Und ich habe Bekanntschaft gemacht nochmal mit dem Herrn, an dem wir uns in einem Abend haben. Er war aber mir in der Praxis tatsächlich. Ich würde es mal Schicksal nennen. Er hat in dem Moment einen Herren gefunden. Und wollte ihn zu den Erzen rennen. Und hat keinen gefunden und ist bis nach Einersburg geritten. Ich denke mal, es war ein Schicksalsschlag, dass wir uns getroffen haben. Ich konnte seine drei Gesichter kennenlernen. Moment, was? Was für drei Gesichter? Was habe ich verpasst? Hat die Brotfehlswein bei ihm? Alle drei gleichzeitig, oder was? Nach und nach. Alle gleichzeitig, ich bitte dich. So, das ist ein sehr wohl gehütetes Geheimnis. Der Mann ist gesegnet, auserwählt. Drei Seelen in einem Körper, Sir. Ich muss sie dringlich eingehend vor den Konsequenzen warnen. Was passieren wird? Was passieren wird mit diesem auserwählten Mann? Mit diesem großartigen Mann? Wenn sie das herum erzählen, Sir. Die Welt versteht so etwas nicht. Wenn ich das herumerzähle, hält mich jeder für einen Verrückten. Also warum sollte ich es? Was? Muss nur eindringlich... Eindringlich. Das ist ein... Das ist eine sehr brisante Information, die sie da haben, Sir. Sehr brisant. Aber wenn er selber... Dann ist er wirklich verwirrt. Wenn er selber damit hausieren geht. Dann ist er wirklich verwirrt. Oder er hat... Habt ihr in denen was gesehen, Sir? Scheiße. Die Knochen waren klar, dass er zurück in den Sumpf kommt. Er wird zu uns zurückkommen. Bin ich mir sicher. Nun, er meint, er hatte eine kleine Meinungsverschiedenheit mit euch. Und konnte sich deswegen nicht hierher trauen. Muss ich erstmal selber finden. Er muss selber mit sich klarkommen und seinen Platz in der Gruppe finden. Er muss verstehen, dass er das, was wir tun, selbst in sich trägt. Und es tun kann, wenn es darauf ankommt. Ein Teil versteht es. Oder möchte es. Der andere Teil weigert sich noch. Aber nur die drei Teile in Einheit können uns helfen. Deswegen muss er diese Findungsphase durchleben. Ich hoffe, er hat es nicht noch mehr erzählt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Das erste Mal, dass ich mir Sorgen um ihn mache jetzt. Mit Gefühl? Oh, interessant. Nur für die, die es wert sind, Sir. Jemi hat Potenzial. Er ist auch wissbegierig. Für die Fragen, die ich über ihn habe. Kann etwas oder gar jemand im Kopf eines anderen existieren? Und vermag es dieser ungebetene Gast, zumal man ihn als solchen bezeichnen möchte, sich auch über weite gewisse Grenzen hinwegzusetzen? Eines Tages. Entschuldigen Sie Ihre Insitzende. Könnte er vielleicht versuchen, Besitz von seinem Hirn zu ergreifen? Oder sich auf eine andere Art und Weise in sein Leben drängen? Wenn ja, so würde sich dieser Vorgang sicherlich über eine gesilfste Zeit erstrecken. Vielleicht sogar über Jahre. Ich denke mal, bei ihm ist das genauso. Es geht lange, wie er erzählt hat. Oder wäre dies da? Begegnete uns tatsächlich einmal so. Vielleicht doch eher der innere Aufspaltungsprozess und der Herrschaftskampf verschiedener Aspekte. Ein und derselben Persönlichkeit vor der Kulissen ihres eigenen seelischen Zerfalls. Dieser Mann leidet unter diesen Taten. Er versucht, es sich zu sammeln. Und gleichzeitig scheint eine dieser drei Seiten Kontrolle zu haben über seine Uhr. Die anderen schimpften darüber. Dennoch passiert es auch, dass sie sich einfach so spalten. Mal übernimmt der eine Aspekt, mal der andere. Entweder es ist der Vater oder einer der zwei Söhne. Und wahrscheinlich können sie alle miteinander sich verständigen. Sie sind also nicht irgendwie einzeln. Sie sind verboten. Sie haben sich mehr als ein Boku vorgestellt, ist das korrekt? Das ist korrekt. Haben sie schon mal einen Grad der Trance erreicht? Durch Tans oder andere Substanzen. Genau. Dass sie geritten wurden von den Loas, Sir. Dass sie in sie kamen und sie direkten Kontakt mit ihnen hatten. Solche Momente gab es. Und es gab einen Moment, den ich nicht nochmal wiederrufen möchte. Oh, Sir, ich habe mich ihnen völlig hingegeben. Das kann ich ihnen sagen. Ich bin ihr absoluter Diener. Ich kann nicht sagen, was es war. War es ein Loa? War es einfach nur ein Petron? War es irgendetwas? Aber die Stimmen waren in jedem Moment laut in meinem Kopf. Sie haben nicht nur geflüstert, nein, sie haben geschrien. Etwas, was vor Jahren tief in mir eingesperrt war, kam an jenen Tag frei. Und aus einem guten Arg, aus einem Ich, wurde ein Wir. Und es war keine schöne Zeit. Es sind Dinge passiert, über die ich ungern rede. Dinge, die ich nicht unbegend gerne wieder hervorbringen möchte. Das Blut an den Händen. Die Taten. Ich habe weggesperrt, was ich wegsperren konnte. Und lebe seitdem mit einer Maske. Und wir alle tragen Masken und irgendwann werden die Masken zu unserer Haut, Sir. Und ebenso, denke ich, ist es bei den Boatfields. Aber ein anderes Mal mehr davon. Dieses Pferd dort. Wenn man vom Petro spricht, nicht? Zufall? Schicksal? Wer weiß. Ich glaube, das ist er. Der kann ich nicht sagen. War gut, dass ich Sie treffe nochmal. Miss Leclerc? Leclerc. Leclerc. Entschuldigen Sie, es dauerte mal ein bisschen mit dem Namen. Ich habe da was für Sie. Ich habe bei Zeiten mal all mein Wissen zusammengefasst. Sie wollten doch lernen. Ich meine, Sie haben einen sehr guten Lehrmeister hier gegenüber stehen. So freundlich, Sir. Das. Ach. Dumballa. Sie sind alle dort drin. Alles, was ich über Sie weiß. Das haben Sie alles für mich aufgeschrieben? Natürlich. Sie wollten lernen, nicht? Das stimmt. Verzeihung, ich muss einmal kurz darüber gehen. Wenn ich es nur aus der Ferne ihn einmal sehen muss. Das ihm gut geht. Das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Die Beide von diesem Reitpferd ist gleich wieder weg, würde mir gesagt. Verstehe? Ging es ihm gut? War er körperlich wohl auch? Ähm, ich nehme an, ja. Keine Ahnung, wo er ist. In diese Richtung. Verstehe. Danke Ihnen, Sir. Ja. Wollen Sie in den Channel Store? Nein, Sir. Ich wollte mich nur davon überzeugen, dass es dem Besitzer des Pferdes gut geht. Er ist ebenso ein Mann mit rot angelaufenem Gesicht. Ist ja ganz in der Nähe. Ja, verstehe. Ach, sehen Sie. So, hallo. In Ordnung. Hallo. Wollte nur sehen, ob es dir gut geht. Ja, blendend. Klasse. Wunderbar, angenehm der Channel. Du weißt, dass du jederzeit nach Hause kommen kannst. Du weißt, dass du es irgendwann tun wirst. Ja, weiß ich. Wenn du bereit bist. Hat sich viel getan. Wir stehen da unten mit dem Dock. Dem Dock, dem du alles über dich erzählt hast. Habe ich gehört. Ach, scheiße. Ja, ich komme kurz rüber. Weg. Ach, Mann. Und dabei leuchtet jedes Mal der Mond so wunderschön. Und alles erleuchtet in Silber. Und ich brauche sie beide wohl nicht mehr vorzustellen. Jimbo Bootfield. Jimbo, sehr freut. Ja, guten Tag. Wie geht es dir? Gut. Gut. Und selber. Wunderschrecklich wie immer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Praxis läuft nämlich an, ja. Das tut es. Ich habe heute tatsächlich ein bisschen Insontimie aushelfen dürfen und Miss Kennedy ihre Nase wieder gerade biegen dürfen. Ah. Hm. Wer wollte da schon nicht der Dame Schmerzen zufügen, ohne dass sie einsamer ist. Deswegen. Gibt nichts Schöneres. Hm. Oh, ich hatte heute meinen Spaß. Keinen günstigeren Zeitpunkt, wenn du soweit bist, zurückzukommen. Plan heute nach Valentine. Diesen Onkel Jeffrey, oder wie hieß er, Timothy, zu treffen. Ja, wir müssen mal sehen, wer sein wirklicher Name ist. Er will uns treffen. Sprach mich gestern in Rhodes an. Wir könnten Jimmys Revolver gebrauchen. Warum? Was wollt ihr denn mit denen? Ich denke, das weißt du. Der Sumpf überlebt nur, wenn wir zusammenstehen und wenn wir für ihn einstehen. Hey, hey, hey. Warum müsst ihr euch mit jedem anlegen? Ganz ruhig. Du hast keine Ahnung. Du bist ja nie da. Okay, 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 okay. Ich denke, wir fahren mal kurz runter. Wir werden nochmal reden, gleich. Und dann wirst du mal den Stand der Dinge erfahren von allem. Ihr auch, ja. Wunderbar. Gut, 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 gut. Ich habe nämlich eine kleine... Willst du jetzt alles irren oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Er kommt, wenn er soweit ist. Wenn er bereit ist. Wenn er bereit ist. Oh, das ging ja schnell. Gut. Wir haben keine Probleme mit den Italienern. Ach, jetzt geht's um die Italiener. Was ist jetzt los? Was ist die ganze Zeit los mit dir? Jetzt sage es mir mal. Ja, dasselbe könnte ich dich fragen. Gut, was ist dein Problem? Ich glaube, wir lassen sie mal allein. Regel das bitte im Frieden. Haben beide viel Zorn. Ich weiß nicht, ob ich mit Jimbo reden sollte. Vielleicht wäre Jimmy der bessere Gesprächspartner. Nein, Jimbo ist genau der Richtige. Das müssen alle anfangen zu verstehen. Aber Jimbo haut am stärksten Bezug. Dann ist es auch gut. Und ich will nicht, dass sie schon an die Nase richten müssen. Das muss vielleicht mal raus. Ich denke, so weit wird es hoffentlich nicht kommen. Aber solltet ihr am Abend diese Leute wirklich treffen. Meine einzige Information, die ich noch weiß, ist, dass der Mr. Green in der Runde die einzige Person ist, mit der man reden kann. Und eine Person von Wichtigkeit scheinbar. Neben diesem kleinen, nervigen Mr. Gallo, wenn dies wirklich sein Name ist. So hat ihr Miss Kennedy mir zumindest vorgestellt. Und scheinbar liegt ihr etwas an den guten Mr. Green, weil sie jedes Mal meinte, ich solle bloß die Finger von ihm lassen. Alle anderen sind ihr egal. Bitten Sie denn an unserer Stelle nach Valentine heute oder nicht? Es klingt eindeutig nach einer Falle. Oder zumindest wollen sie euch in ihr Gebiet loggen. Deswegen loggen wir sie. Geht's nur nach unseren Bedingungen. Der Sumpf ist euer Revier, Valentine Iris. Ich weiß nicht, was für Kontakte sie dort haben. Von daher scheint mir das gefährlich zu sein. Sich auf einen neutralen Punkt zu treffen oder etwas, wo jeder die Überhand haben kann, ist deutlich gesünder. Und da ist wieder das, was sie ihnen angetan haben, spielt uns da in die Hände. Damit können wir das rechtfertigen. Dass sie entweder mitkommen oder es sein lassen. Das ist gut. Was gibt da diese Ranch? Ich bin schon ein paar Mal dran vorbeigeritten, aber da ist mit der Kutsche auch so eskaliert. Ich weiß nicht, ob sie leer steht. Emerald Ranch. Ziemlich offenes Gelände. Relativ nah beim Bayou. Also ich frag mal so, falls heute was schief geht, wie lange sind sie im Dienst? Bei mir eine Ehre, wenn sie uns begleiten. Es kommt drauf an, wann ihr geht. Das muss schon entscheiden. Aber eine Zeit lang bin ich da. Und in meiner Freude vorhin, also wir haben ganz vergessen, dass ich natürlich offiziell, also ich gehöre natürlich überhaupt nicht zu dem Sumpfleum. Ich habe keine Ahnung, wer sie sind. Was wollen sie hier? Oh, ich habe keine Ahnung, wer ich überhaupt bin plötzlich. Oh scheiße, verdammt. Ja. Aber da habe ich ja gar nicht gedacht. Wir müssen echt mit diesem Zeug aufpassen, Mann. Ja, verdammt. Aber es war echt gut. Oh Mann, ja. Wir dürfen auf keinen Fall mehr den Bayou verlassen, wenn wir es nehmen. Aber verdammt nochmal, für ein paar Rituale kann ich das echt gut gebrauchen. Ich bin mir sicher, damit kann ich mich schneiden und merke nicht mehr was. Krasser Scheiß. Hat sie in die Flasche gegeben? Habe ich ja. Aber ich habe nichts eingenommen. Zum Glück. Ich hebe mir das für einen guten Moment auf. Oder vielleicht für die richtige Version. Habe ich das erste Mal selber gemacht. Uh, dann muss ich es ja selber nehmen. Na. Ich bin auch ganz schön stolz drauf. Ich habe mit der guten Doktorin hier aus Sontenien, Mrs. Black, auch schon ein paar Geschäfte gemacht. Wir werden uns zusammensetzen an zwei weitere Bücher. Eines über Gifte, eines über Pilze. Hm. Wenn das zurecht fertig ist, lasse ich Ihnen gerne eine Abschrift zukommen. Na, und wenn Sie meine Expertise brauchen, kommen Sie in den Bayou, Sir. Sehr gerne. Ich habe ja mittlerweile ein Buch über mein Kräuterwissen, über Arzneimittel, über Krankheitslehre schon geschrieben. Und das Buch über die Lahore, für das Wissen. Jetzt kommen noch die Pilze und die Gifte dazu. So eine kleine Bibliothek daheim ist immer gut zu haben. Ja, das klingt gut. Also wir kennen uns auch ganz gut mit den Kröten aus. Oh ja, die Kröten sind gut. Aber nicht so gut wie der Shit, den wir hier dabei haben, Mann. Oh Mann. Das ist wirklich fantastisch. Und das Maul danach gefüllt mir gar nicht. Ich gebe mir Zigarette. Oh Mann, die haben ja echt lange was zu reden, ne? Naja, kommen Sie mal in den Bayou. Glauben Sie mir. Das, was mir mein Paar vorbeigebracht hat. Das ist einfach nur atemberaubend. Ja, und wenn Ihnen der Nebel so gut gefällt, ja, beim Nebel ist es am schönsten, mit dem Boot zu fahren. Ja. Aber ich rede von den Ritualen. Ich habe eine Hütte mit einem WW eingerichtet. Der einzige Ort im Bayou, wo ich sie ausschließe. Die Petrus. Ich komme sehr gerne vorbei. Ich hoffe, sie bringen die Dualität mit gut, böse. Im Bayou verschwimmt alles wie das Wasser mit dem Schlamm mit seiner Einheit. Ein Grauton. Alles Begrifflichkeiten von uns Menschen, Sir. Gut, böse. Was ist gut? Was ist böse? Sie haben eine andere Definition von mir, möchte ich meinen, Sir. Und ich eine andere Definition davon. Als Sie vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht nähern wir uns an. Aber es ist doch endlich nur der Schatz unserer Erfahrung, der das definiert. Gucken Sie sich das Nachtvolk an. Es gibt ja diese Irren. Oh, sie kommt zurück. Ein andermal mehr dazu, Sir. Kommt er mit? Hol mal Jimmy. Kommt er runter, sonst bist du gleich Pampe. Was zum Teufel? Ich kann den Leuten mittlerweile helfen. Lass mich mal sehen. Ich muss nicht mehr zu helfen. Oh, was hast du denn dabei? Oh, wohnsam. Das ist mir toll geholfen. Na ja, dem ist nicht mehr zu helfen. Hey, Jimbo, warte mal kurz. Eine Sache noch. Steig nochmal ab kurz. Lass es doch richtig ordentlich verabschieden. Was? Jimmy, ich möchte, dass du mir jetzt aufmerksam zuhörst. Jimbo meine ich. Dass du mir jetzt aufmerksam zuhörst. Habe ich deine volle, ungeteilte Aufmerksamkeit? Was? Habe ich deine volle, ungeteilte Aufmerksamkeit? Ja. Hey, du bist ganz müde und ruhig. Beim Schnipsen schläfst du ein, Brudi. Jimmy. Scheiße, hoffe, das hat keiner gesehen. Jimmy. Jimmy, Mann, ich brauch dich hier. Jimmy. In die Schnipse wachst du auf, Mann. Und bist bereit zu reden, ne? Ja, komm, wach auf, Brudi. Jimmy. Hey, Jimmy, Mann. Schön, dich zu sehen, Mann. Wie geht's dir, Junge? Ja, beschissen. Komm mal mit. Wissen. Komm, Mann, John will dich sehen. Ja, ich probier's mal da vorne. Was ist schon? Ja, für Jimmy hat dir alles erzählt. Ja, natürlich, aber... Was war denn los? Er hat da schon drüber gesprochen. Ja, was ist denn los, Mann? Ist schon wieder soweit, zurückzukommen, oder was? Nach Hause, Mann. Nein, nein, das ist wieder Zeit zu gehen. Bist du sicher, Mann? Komm, wir brauchen dich, Mann. Wir vermissen dich, alle. Nein. Jimmy hat gesagt, ich darf nicht. Du bist dein eigener Herr, nicht Jimbo. Ja. Mit mal Zeit, dass du ihm die Stirn bietest. Hallo. Da ist dem Mann nicht mehr zu helfen. Oh mein Gott, ich hab dich so vermittelt. Guck mal, der lag da. Wenn dochst du da bist. Ja, nee, finde ich irgendwie nicht. Warum darfst du nicht? Jimbo hat mir alles erzählt. Ja, hallo. Schön zu sagen. Ja, guten Morgen. Ja, aber ich muss los. Aber warum denn? Ja, Jimbo wartet auf mich. Aber, ah, Jimbo. Wir warten doch auch auf dich. Ja, was denn? Komm mal. Er hat unterschiedliche Motos. Durch Hypnose kann ich ihn... Kann ich ihn schlafen lassen. Und wenn der eine schläft, hat der andere mehr Platz. Was machst du denn da? Ich gucke, ob es ihm gut geht. Nein, Mann. Lass deinen sadistischen Scheiß. Er ist tot. Ich will mir nicht mehr zu helfen. Das hat mir vielleicht wenigstens aus der Sonne geschaffen. Ja, das habe ich jetzt auch rausgefunden. Ja, Frau Doktor, haben Sie das jetzt auch rausgefunden, nachdem Sie ihn mit dem Stock gepikst haben? Ich bin gleich wieder warig. Darf ich ihn, ähm, ein wenig zum Trinken geben? Na klar, gehört dir. Danke. Oh Gott, es ist hier schwer. Verdammte Scheiße. Aus den Knien. Du musst das aus den Knien nehmen. Nicht das Gewicht auf die Schulter. Versuch, den Rücken durchzudrücken. Ein Hohlkreuz. Ach, verdammt. Nein, warte. Ich kann das jetzt nicht machen, wenn Jimmy guckt, oder? Hey, komm, wir gehen hinters Boot. Oh fuck, hier sind überall Leute. Ja, ich lasse ihn lieber hier. Verdammt, jetzt ist meine Bluse ganz schmutzig. Ja, kommen wir irgendwo zum Wasser hier runter? Na, hier über die Leiter, aber ich glaube, naja, dann werden wir zu nass. Bleib du bei den anderen, ich kümmere mich. Ich wollte Ihnen den Fischen zeigen. So, lass mal eins mit Trinken geben. Ich dachte, du wolltest ihn wie in der Puppe jetzt behalten. Bei dir weiß man das nie. tipo psycholog fashion. Ah, ich weiß es. Ich muss mich aufsehen. runt Untertitelung des ZDF, 2020 Was denken Sie über die Loa, Monsieur Zoff? Was ich über sie denke? Sie leiten sich. Sie leiten. Ich nehme ihre Gaben an. Ich opfere ihnen, spreche zu ihnen. Ich höre auf die Stimmen. Aber es gab auch Momente, da war ich auf mich alleine gestellt und habe lernen müssen, dass die Loa einen nicht immer schützen könne und man ab und an selbst die Hand anlegen muss. Manchmal muss man das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Dann denken Sie nicht, das ist Bondays Wille? Am Ende ist es das. Vielleicht ist es eine große Leere, die er uns zeigen möchte. Ich habe viel Kontakt mit den Loas, möchte ich meinen. Ich will mich nicht, ich will nicht damit angeben oder so, aber... Die sind einfach präsenter im Bayou. Vielleicht auch... ...wissen Sie, mein... ...mein Paar war in den... ...in den Künsten bewandert. Sehr sogar. Ich würde sehr gerne des Öfteren diesen Bayou mal sehen, die Präsenz dort spüren. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich durchreite, merke ich es. Aber ist das wirklich der einzige Ort, an dem sie so aktiv sind? Auf jeden Fall gibt es eine Menge Leute, die da an sie glauben. Die Loas, die ihnen opfern. Rituale, die sie in ihr Herz lassen. Und da kommt es in Späne. Auch von Schicksal. Loas sind mächtig. Unsterblich. Aber wenn wir ehrlich sind, sind sie eindimensional in ihrem Denken. Manchmal habe ich das Gefühl, sie verstehen das große Ganze nicht. Und eins, bei allem bin ich mir sicher. Sie sehen auf uns Menschen, Herr Rapser. Sie blicken auf uns und denken, sie seien was Besseres. Sie erkennen nicht, welche Macht in uns wohnt. Wozu wir imstande sind. Sind es nicht wir, die wir die Loa rufen. Die wir die Loa, wenn wir sie verstehen. Sogar die Petros. Uns mit Gaben untertan machen können. Dieses Wissen werden sie nie verstehen. Natürlich können sie uns vernichten, wenn sie das wollen. Aber das können wir Menschen untereinander auch sehr gut sein. Triebgesteuerte Wesen. Wer weiß, vielleicht wächst einfach einer so zur Macht heran, dass er nach seinem Ableben selbst auf ihre Höhe steigte. Kennen Sie, Sir, das meine ich. Wod eines neuen Loas. Welches Wesen, das Sie kennen, wäre dazu imstande, außer der Mensch? Welches Wesen hat das Schicksal so in der Hand? Kann sich die Natur untertan machen oder nicht? Wer ist der König dieser Welt? Und ich frage Sie ganz ehrlich. Haben Sie sich mal gefragt, was würde mit den Loas passieren, wenn niemand mehr an sie glaubt? Wenn keiner mehr Rituale durchführt oder ihn opfert? Sie würden schwach werden. Sie würden vergehen. Sie würden vergessen werden. Keiner würde sich mehr an sie erinnern. Und das ist es, was sie nicht verstehen. Dass sie uns brauchen. Es ist ein ewiger Kreislauf. Sie brauchen uns. Wir brauchen sie. Oder zumindest nutzen wir sie für das, was wir brauchen. Ohne sie sind wir natürlich deutlich schwächer. Aber immerhin haben wir gelernt, uns durchzusetzen. Das ist es. Im einzigen, von dem ich wirklich mein Hauptbeuge ist, äh, Bondi selbst. Bondi also. Aber die Loas. Vielleicht erzähle ich sie ihnen. Vielleicht mache ich sie ihnen glaubhaft. So wie ich es diesem... Diesen Italienern oder diesem... Wie ist der Typ? Timothy? Gallo. Gallo. Oh, Onkel Jeffrey, wie auch immer er sich verdammt nochmal nennt. Namen sind egal. So wie ich sie ihm glaubhaft mache. Aber mein Herz ist frei. Meine Gedanken... ... sind auf die Ziele gerichtet, die ich für würdig halte. Meine Meinung, Sir. Er ist fair und recht ist recht. Und diesen freien Willen haben ihn die Loas, haben ihn die Petros. Warum sind sie so neidisch auf uns? Warum hassen sie uns so? Folgen sie nicht alle seit ewig Zeit immer demselben Pfad? Sind sie nicht eindimensional in diesem Schaffen? Vielleicht sind sie Gefangenen. Wollen es nicht zugeben. Das ist nur ein Pfad. Sie können nicht nach links und nach rechts. Nicht wie wir. Sie haben keinen Ausweg mehr. Sie haben nur noch uns. Aber das zuzugeben würde Schwäche beweisen. Welcher Loa gibt freiwillig zu, schwach zu sein? Welcher Mensch würde das eben so tun? Ich bin schwach, Sir. Aber die Schwäche macht mich stark. Bin ich dann wirklich schwach? In dem Moment bist du schlau. Du kannst dich einschätzen. Du kennst deine Grenzen. Deine Schwächen. Deine Stärken. Du denkst rational. Du weißt, wohin es geht. Wie weit man gehen kann. Und wo die Grenzen liegen. Wo es gefährlich wird. Wennoch denke ich über dich, dass du ein Mensch bist, der gerne mit dem Feuer spielt. Wenn es sein muss, versteht sich. Oh ja, es ist faszinierend, Sir. Im richtigen Maße hält es wohlig warm. Zu viel und alles verbrennt. Die Dualität, das Gleichgewicht. Gut und schlecht. Im richtigen Maß. Der richtigen Dosierung. Herr Kollege. Wir hatten es gerade. Wer entscheidet denn, was gut oder schlecht ist? Was ist Gerechtigkeit? Nach meinen Ermessen und nach dem, was ich immer gesehen habe, entscheidet am Ende immer der Gewinner, was gut ist. Würden Sie sagen, der Stärkere entscheidet? Wer aus Siege aus der Schlacht hinvorgeht, der sagt, was gut und was böse ist. Der sagt, was gerecht ist. Denn es ist seine Gerechtigkeit, die durchgekommen ist, während die anderen fallen gelassen werden. Es ist immer im Auge des Betrachters. Aber die, die stärker sind und lauter sind, verbreiten weiterhin ihre, ihren Glauben, ihre Vorstellung des Lebens und vergiften damit die anderen. Ja. Absolut. Einseitigkeit. Die Christen sind einseitig. Verstehen nicht, dass auch ihr Glaube sich dauernd wandelt und verändert. Wollen es nicht verstehen. Unser Glaube stammt mit aus dem Christentum. Ist das nicht unglaublich? Weil es sich auch verändert. Tja. Wir können uns dem Wandel annehmen. Wir sind flexibel. Wir haben gelernt. Nicht so wie der Rest. Und das macht uns anders. Und doch. Das macht uns feindlich. Genau, das wollte ich sagen, Sir. Schießt uns ein Christ eine Kugel in den Kopf und sagt, dass wir Heiden sind. Verbrennt er uns aber bei lebendigem Leibe. Bleibt dann nicht nur seine Wahrheit. Die einzig wahre Wahrheit. Ich hoffe, Sie verstehen, warum ich ein Krieger sein möchte. Warum ich die Waffe in die Hand nehme und versuche, den Bayou damit zu schützen, Sir. Das verstehe ich. Ich bin so aufgewachsen. Anders geht es nicht. Ich kenne keinen anderen Weg. Wenn Sie ihn kennen. Ich fürchte, ich bin zu alt, ihn zu verstehen. Der Weg, mit dem bei mir alles begonnen hat, war Feuer. Warum winkst du denn? Sind die fertig? Weiß nicht. Die gucken zu uns. Da dachte ich, ich wink mal freundlich. Ich glaube, sie hat gerade genickt. Nicht gut in Körpersprache, aber ich glaube, nicken ist ein gutes Zeichen. Besser als Kopfschütteln. Ah, Doc, ich habe letztens Ihre Praxis ein bisschen benutzt. Ich hoffe, das war in Ordnung. Das dürfen Sie immer gerne. Da war eine Frau. Eine sehr interessante Frau. Eine ähnliche, ähnliche, hübsche Hautfarbe wie sie, die haben, Sir. Auch wie mein Paar sie hatte. Hm. Die Frau spricht sehr hoch. Spricht von Stimmen, die sie verfolgen. Von einem Mann, den sie sich scheinbar einbildet. Mit einem Holzbein, der sie nachts durch Saint-Denis verfolgt. Ich habe versucht, sie zu hypnotisieren. Ich habe versucht, Kalbe, um Rat zu fragen. Habe ihm zu Ehrenschuss abgefeuert, die dabei ist, dass er den Rauch mag. Dadurch ist sie leider wach geworden. War ein bisschen erschreckt und ist dann weggerannt. Wie schade. Haben Sie den Namen dieser Dame erfahren können? Na, leider interessieren mich Namen nicht so. Wenn ich die Beschreibung richtig deute, ist die Selma. Ja. Wenn er... Oh, die kleine Selma. Ah, kennen Sie sie? Na ja, sagen Sie, dass Sie unbedingt nochmal den Purple Dog aussuchen sollen. Ja. Kannst du mich bitte nochmal schlagen? Ja. Danke. Au. Ah, perfekt. Was ist denn? Ihre Familie sind ich. Wir sehen uns bald wieder. Sehr bald. Anders werde ich vermissen, wenn er wieder weg ist. Vergessen Sie Ihren Hund nicht. Oh, danke. Wenn wir ihn sehen, sofort wieder in Jimmy. Ja. Die anderen stimmen also nicht ganz zu? Nach Jimbo. Brando, keine Ahnung. Das ist ein alter Mann. Brando hat immer einen guten Spruch parat. Aber er mag Konflikte nicht so. Er flüchtet sich in der Regel an den Mann, Jimmy oder Jimbo. So eine Art Schutz. Gut. Wie ist der Plan, Boss? Ach. Wir gehen zur Büchselmacher rein. Oui, Madame. Oder wollen wir vielleicht... Der Plan, also... Die müssen wir kommen. Nicht auch wegen Valentine. Machen wir das wirklich heute, oder? Ja, sollten wir heute machen. Ich muss aber dann noch zur Telegram-Station. Äh... Du würdest dann dabei sein. Ich? Wollen. Arc. Ah. Wie gesagt, wenn es nicht allzu spät wird, kann ich es... Kann ich mitkommen, ja. Und ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht, dass du vielleicht auf... Hier gibt es eine Ranch. Ich weiß nicht, ob die bewohnt ist. Oder dass wir uns ein paar Häuser da angucken. Bei der Emerald Ranch, die ist sehr weit, ist sehr weit offen da. Äh, was wollen wir da? Das wäre mein Vorschlag. Du wartest da und einer von uns reitet dann nach Valentine und sagt ihm Bescheid, dass er mit einer Person kommen darf. Dahin. Wir haben das Argument, dass er jemanden zusammengeschlagen hat, aus einem Grund, den wir nicht verstehen und wir deswegen vorsichtig sein wollen. Also wenn er reden will... Weil ihr eine Abmachung hattet. Eine Abmachung! Das hat er mir oft genug eingebaut. Wusste nicht, dass die Abmachung beinhaltet, dass er die Regeln festlegen darf und wenn wir nach seinen Regeln nicht tanzen, er uns schlagen darf. Exakt. Das geht mal gar nicht. Und zumal diese komischen Regelungen, die haben wir überhaupt nicht so gemacht. Es geht jedenfalls um das kleine Rotkäppchen und naja, er hat mich nicht mal ausreden lassen. Was ich von diesem Mann gesehen habe, ist also, er streckt seinen Willen durch und er hört nicht mal auf das der anderen. Er hat mich niedergeprügelt, immerhin waren sie so nett und haben mich zur Praxis getragen. Dort hat er aber auch auf mich gewartet. Es war sogar ein Officer anwesend. Er meinte, nein, nein, der Herr ist nur gestolpert. Das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Verdammter Krimineller. Oh ja. Nun, deswegen... Deswegen läuft es entweder so oder wir führen kein Gespräch statt. Das ist doch in Ordnung. Wenn er kein Feigling ist, dann macht er das. Ich halte ihn nicht für ein Feigling. Und scheinbar war es doch nicht... War das Jim oder Jimbo, dem er das gesagt hat? Ich bin mir nicht sicher. Aber war es nicht genau er oder seine Bande, die euch das Mädchen der Italiener abgeliefert hatte? Oder er war ja wirklich rätselig. Oh ja. Aber ja, stimmt. Ja, natürlich ist er rätselig. Also könnte er die Wurzel alles übel sein. Er hat den Konflikt mit den Italienern somit ein bisschen angefangen. Ich denke mal, dass die Italiener also auch Interesse an ihn haben. Wenn es also zu keinen guten Abmachungen kommt... Es gibt genügend Leute, die ihn, glaube ich, tot sehen wollen. Mehr als genügend. Allein in dieser Stadt. Man müsste sich also nicht mal die Finger schmutzig machen, wenn man ihn beseitigen möchte. Man müsste nur andere darauf anhetzen. Du meinst, sie zu den Italienern kommen und sagen, wer wirklich die Julia entführt hat? Zumindest könnte ich, wenn es euch nichts daran hindert, ihr Mädchen, sagt, ich soll es tun, gehe ich gerne zu ihnen und sage ihnen, was ich herausgefunden habe. Und wer diese gute Dame abgeliefert hat. Immerhin möchte ich mit der Dame noch reden. Vielleicht kann sie das dann bestätigen, dass sie davor bei diesem Herren war. Immerhin habe ich dann noch einen alten Mann, den ich heilen muss. So wie ich das verstanden habe, haben die Italiener sehr viel mit Miss Kennedy zu tun. Sie arbeiten für sie, das beschützen sie. Und ebenso machen sie scheinbar auch andere Geschäfte in der Stadt. Little Italy hat also Saint-Denis in gewissen Teilen in der Hand. Sie sind also auch ein großer Einfluss. Ein Einfluss, der vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, auf seiner Seite zu haben. Zweimal haben sie jetzt schon mit dem Hammer, entschuldigen sie, wenn ich sie unterbreche. Natürlich macht das alles Sinn, aber zweimal haben sie schon schon mit dem Hammer bearbeitet. Das ist das andere. Sie haben auch gezeigt, dass sie nicht gerade nicht nur reden, sondern auch handgreiflich werden. Und auch mal gerne zum Hammer greifen. Sie sind also nicht ungefährlich. Vielleicht kann ich mir zumindest trotzdem einen Gefallen bei Ihnen einschleichen. Einen Gefallen, den Sie mir schuldig sind. Und vielleicht kann man damit anfangen zu arbeiten. Dann haben Sie natürlich auch etwas zu schulden, wenn Sie merken, dass Ihre Taten, Ihre Hammerschläge, alles gegen die falsche Person gerichtet waren, wenn man ihnen die Schuld aufspricht. Ja, gefällig können wir auch werden. Ich frage ich es nur, ob jeder bereit ist, das zu machen. Dafür bereit zu sein. Ich bin bereit, mit den Interlinern zu reden, in euren Namen oder auch in meinem eigenen, um mich zumindest bei Ihnen erstmal einen Gefallen zu erhoffen, zu erschaffen. Und dann sehen wir weiter. Ich mache mir nur Sorge, wenn wir auch Sie treffen und Sie nochmal den Hammer schwingen wollen. Ich fürchte, dann werde ich was anderes schwingen. Dann haben Sie ihn zum dritten Mal geschwungen und dann haben Sie damit Ihre Chance vertan. Sie mögen zwar viele sein, aber auch Sie können fallen. Sie haben mir etwas offenbart, was für Sie sehr wichtig ist. Das ist etwas, was Sie schwächlich macht, verletzbar. Diese Wunde kann man heilen. Aber in diese Wunde kann man auch Gift schütten. Auf das sie eitert. Sie Geschwüre kriegt, bis auf das diese Geschwüre platzen. Wenn ihr versteht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nun. Interessante Gespräche. Ich nehme daraus mit, dass wir erstmal nichts gegen die Italiener unternehmen. Ist das so? Wir machen dann nichts auf gar keinen Fall. Aber das habe ich ja auch schon bereits gesagt. Wir haben erstmal einen Waffenstillstand. Und ganz ehrlich, ich würde von den Sachen, die wir jetzt hier besprechen, erst etwas benutzen, wenn die Lage etwas anders aussieht. Aber momentan noch nicht. Ich halte mich so lange zurück, bis ihr mir das Wort gebt. Und dann werde ich zu Ihnen gehen und sehen, was ich machen kann mit diesem alten, verletzten Mann. Und was ich mit ihm mache. Ich kann ihn heilen, oder ich kann ihn komplett in den Wahnsinn treiben. Beides macht mir genauso viel Spaß. Ja, ich würde ganz ehrlich das Letztere bevorzugern. So eine weitere Marionette mitten in den Italienern zu haben, wäre sehr interessant. Meinst du denn, er kann jetzt schon damit anfangen, dann? Ja, warum nicht? Leider habe ich für einen Italiener noch keinerlei Blut, Haare oder Sonstiges. Oh, Blut habe ich von einem. Ich baue uns die sehr gerne in meine kleinen Puppen ein. Von diesem Reihen, der ständig lacht, von dem habe ich noch Blut. Hebe es auf. Könnte aber schon ein paar Wochen halten, nehme ich an. Solange es in einem Tuch ist und ich jetzt in eine der Puppen mit einnähen kann, kein Problem. Ist in einer Flasche. Ich liebe den. Das Detail dazu. Gut, gut. Ich, ganz ehrlich, ich würde jetzt diesen Dümmervieh suchen wollen. Gut. So, nach Wellentine. Wellentine. Ist die Frage, ähm, tatsächlich wurde gesagt, dass er ihr sein soll. Ihr? Exakt. In Saint-Denis. Na, na dann. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal die ganzen Gassen entlang und suchen auch nach seinen Kameraden. Ich weiß nicht, Arxol, weißt du, wer das alles ist? Ich kenne noch einen Mr. Green und diesen komischen Mexikaner mit seinem großen Sombrero. Ah, großer Sombrero. Mr. Green habe ich selber nicht gesehen. Ich kenne nur seinen Namen, aber ich weiß, wer mir da weiterhelfen kann. Gut, gut. Ähm, die anderen Namen sind Wiesel und Rosalie. Oh, Mist. Ja, die große Rosalie, die müsste unten bei den Stellen sein. In Wellentine. Ah, das ist klar. Dann gehen wir doch mal dahin. Das kleine Rotkäppchen besitzt nun mal die Stelle. Ich dachte erst, dass Mr. Kakarov, der mir das Pferd abgenommen hat und trainiert hat, der Mann ist, dem das Ganze gehört. Aber Rosalie stellte sich heraus, dass sie dir das Ganze gehört und Mr. Kakarov nur für sie arbeitet. So. Sie lässt das noch nicht gerne heraussehen. Ich habe den Eindruck gehabt, sie ist die Schmiede in Wellentine. Das kleine Rotkäppchen kennt sich sehr gut mit Pferden aus. Hm. Hm. Ach, wunderbar. Ja. Wir gehen doch mal in die Stelle. Jedes. Hm? Was soll ich machen? Ich kann doch jetzt nicht wieder mit euch laufen. Das fällt zu sehr auf. Das stimmt. Kommen Sie doch einfach mit mir mit. Ich gehe mal zur Bank und befrage Miss Kennedy, ob sie Mr. Green gesehen hat. Die zwei scheinen sich sehr nah zu stehen. Oh, das ist gut, oder? Mit einem Arzt aus Annisburg kann ich doch rumlaufen. Okay. Wir gehen. Kommen Sie doch nicht. Nein. Nein. Genau. Ach, was machst du denn jetzt? Das ist die Frage. Oder sie läuft alleine rum und fragt mal rum, ob hier gerade ein böser Gangster war. Nein. Oh Gott, nein. Auf gar keinen Fall. So gut, dass du nicht meinen Job hast. Wirklich. Es ist ja furchtbar, wie du arbeitest. Ah, was denn? Verstehe ich. Gut, also. Du weißt ja auch in etwa, wie er aussieht, nicht wahr? Also ich weiß, wem ist der, ich glaube, Wiesel und der andere, ich glaube, irgendwas mit G aussieht. Oh Gott, die kleiden sich einfach furchtbar, die sind einfach, mein Gott, ich habe noch nie so einen schlechten Modebeschmack gesehen. Der Herr, der Miss Kennedy ins Gesicht geschlagen hat, den Valentine, den kenne ich noch. Gut, schau mal, geh ein bisschen durch die Gegend herum und schau mal, wo die sind, aber frag nicht gezielt nach den Leuten. Und lass dich nicht von dem Lord ansprechen, mach keine Gespräche mit ihm, sag, du hast einen Termin. Ähm, und wir treffen uns in einer halben Stunde, in, ähm, wir treffen wir am besten in Wernerbrücke, raus aus der Stadt, hier, äh, in Richtung Rhodes. Okay, eine halben Stunde, gut, bis dann. Bis dann. So viele Probleme, so viele Probleme. Gut, dann suchen wir mal. Ich treffe euch an den Stellen wieder. Exakt. Alles klar. Viel Erfolg. Euch ebenso. Denkst du, die Woodfields werden jemand wieder zurückkommen? Ja, ich bin mir sicher. Weiß nicht. Jimmy hat mir erzählt, dass Jimbo raus will. Er hat anscheinend alle verboten, in den Sumpf zurückzugehen. Hm. Trotzdem spüre ich immer wieder seinen Mojo da. Na, dann musst du mit Jimbo reden, ich kann nicht mit ihm reden. Ich kann generell mit ihm nicht reden. Er hat von Tag 1, hat er meine Autorität... ...naja, vergraben. Ich kann nicht mit ihm arbeiten. Ich sag's, wie's ist. Wir können ihn auch gerne komplett aus seinem Körper verbannen. Dasíssful. killers. Jelas. Ja. Ja. Nein. Ja. 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 weißt du du sagst die ganze zeit er ist der wichtigste die wichtigste person im ganzen ganz ehrlich dieser jimbo der ist nur am nörgeln 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 und sich sachen ausdenken es läuft nun mal nicht immer so wie es sich wie man sich das vorstellt sondern dies müssen wir leider sein damit wir genau das erreichen erreichen wollen wir können nicht die ganze zeit im such bleiben er ist nervig gesagt und er verbietet jimmy alles nun vielleicht ist er die wichtigste person weil du die wichtigste person bist ab jetzt ich wollte noch telegramm noch im schaden aber verzeihen sie der bewirte als warum verfolgen sie mich warum verfolgen sie mich sind sie denn verfolgungswert warum denn das ich glaube er meint weil er so ein attraktiver junger mann ist sie sind attraktiv folgen sie folgen immer noch zufällig den selben weg das kann doch gar nicht sein die war doch gerade auf dem weg in die andere richtung das sind sie haben sie was zu verbergen sie sind ja so nervös ich bin ja das Prozent ich glaube ich habe mich über die die nächste in der Fall ist die Zürich zurückgelegt so entspannt dementsprechend ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich noch das war wir sind also nicht nervös noch ich bin ich wirklich nicht nein ich bin ich nervös wenn ich noch mal wirklich nicht sagen dass sie wirklich aus rasten sie ruhig oder nervös aus ich frage mich nur ob sie dann auf eine ruhige Art oder auf eine nervöse Art ausrasten das ist eine gute Frage wirklich hört mich schon auf es war schön sich mit ihnen zu unterhalten aber ich habe wirklich einen jetzt gerade einen Termin sie dementsprechend bevor sie weiter gehen wir gehen weiter geradeaus nicht dass sie sich verfolgt fühlen warum warum verfolgt jetzt mal ganz ehrlich ich habe doch nichts was wollt ihr denn von mir wir wollen doch nichts von ihnen aber ich muss sagen er wird immer interessanter mit jeder Sekunde wird er immer interessanter wie gesagt irgendwie schon irgendwie ja ich kann sie gut leiden Sir wirklich ihr Mojo ist rot Sir sehr rot gefällt mir was ist rot ja Mojo Sir tiefes dunkles rot Mojo Mojo oui Monsieur ist das irgendwas irgendwas Französisches kann man so sagen Sir und sie haben es ich finde viele Sachen gut das müssen sie vielleicht über mich wissen in was sind sie gut er wird interessanter und interessanter ich bin gut ich kann ziemlich gut reiten ich kann sehr gut schießen für mich also würde ich sagen ich kann lesen kann ich auch sehr gut ich kann sehr gut ich bin sehr sportlich ich bin sehr gut aussehend ich bin sehr wort gewandt kann ich bestätigen das mit dem gut aussehend zum anbeißen Sir okay amigo alles gut ich äh ich weiß ja alles okay man ich hab keine Federhut ich hab keine Federhut ein Federhut bedauerlicherweise nicht wirklich also da wo ich herkomme ich sehe Leute die so auf das eigene Geschlecht stehen ich sag das mal ganz gerade heraus die packen eine Feder in ihren Hut ach so und dann wenn sich zwei Männer oder Frauen mit einem Federmut sehen dann wissen sie sofort was Sache ist interessantes Ritual Sir das ist kein Ritual das ist einfach so das war einfach irgendwann so ich sehe Leute denken sich solche Sachen aus damit sie keine Ahnung oder einander sein können und es einfacher haben sich zu finden sehr richtig okay das war echt ein sehr sehr nettes Gespräch aber ich muss wirklich weiter ja Sir wenn sie mal Hilfe brauchen kommen sie in den Bayou warten sie ich möchte ihnen was geben Sir keine Sorge es ist keine Feder ich hätte die nicht angenommen das wird sie schützen im Bayou schützen vor den Blicken die ihnen folgen die ihnen folgen und ihr Mojo stehlen wollen Sir ein Talisman Sir wahnsinn gut sie können dadurch sicherlich einmal oder zweimal in den Bayou in den Sumpf reisen Sir ich bin wirklich streng religiös ich weiß nicht ob das das bin ich auch Sir wie da eine Gemeinsamkeit auch Christ oder was nun seien sie doch dankbar für das Geschenk dass wir sie vor den Gefahren so geschützt haben andere müssen dafür ein Rätsel lösen Sir sie haben es mit ihrem guten Aussehen geschafft ein Rätsel ein Rätsel was für ein Rätsel was kommt drauf an möchten sie es hören möchten sie darüber nachdenken abends wenn sie im Bett liegen na bitte sie müssen nicht direkt antworten Sir überlegen sie es sich die Antwort könnt ihr bei Schicksal entscheiden das Rätsel ist ich trage einen Namen aber es ist nicht meiner viele Menschen weinen wenn sie mich sehen andere liegen Tag und Nacht bei mir was bin ich soll ich es wiederholen Sir schreiben sie es sich ruhig auf sie können ja lesen und schreiben ich kann lesen und schreiben aber ich muss gerade die Skelle antragen ach so natürlich stecken sie sich ruhig in die Hose ich halte dich erstmal hier weil das ist das wäre ja so respektlos wenn die das nicht einfach in meine Hosentasche packen würde schön ich halte gerne sie und ich kann aber der Stimme sprechen gerade leider nicht schreiben ich habe keine Art von Reis ich trage einen Namen aber es ist nicht meiner viele Menschen weinen wenn sie mich sehen andere liegen Tag und Nacht bei mir was bin ich ok ich glaube ich habe einen Ansatz sie müssen nicht direkt antworten lassen sie sich sehen sie haben ja bereits den Talisman Sir sie können die Macht verstärken gegen ein Opfer an uns ein Opfer das es ihnen wert ist je wertvoller ihnen das Opfer desto stärker der Zauber der Hoodoo Monsieur Geldinformation oder ein wichtiger Gegenstand ein Gegenstand der ihnen wichtig ist dann sehen sie die Augen länger nicht dann bleiben sie länger verschont von dunklen Träumen die sie nachts schweißgebadet aufwachen ok 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 ich hab ich hab verstanden ok hätte noch weitermachen können ok no alles gut ich hab verstanden ok muy bien ähm ich muss jetzt eigentlich wirklich weiter sehr hallo vielen Dank für die Hand ja würden sie mir einen Gefallen tun wenn sie weggehen Sir würden sie es langsam machen was weggehen warum sollte ich langsam weggehen einfach so so ein schöner Tag sei aber ich bin wirklich gerade in einer sei ich hab nicht gerade noch die Zeit ein Jammer Sir aber jeder hat seinen freien Willen und den Weg zu gehen unser Weg führt uns zu dieser wir ist Telegramm Station Fakt sei natürlich dann will ich sie auch gar nicht weiter aufhalten auf ihrem Weg zur Telegramm Station oh sie haben uns nicht aufgehalten Sir es war ein Vergnügen sie kennenzulernen es war mir auch ein Vergnügen sie beide kennenzulernen und ähm nochmal danke für die Hand ich werde die äh ja benutzen sie sie gut aber nicht zu viel sonst nutzt sie ab ist ja auch eine Sache noch lassen sie sich doch nicht so schnell aufhalten wie nicht schnell aufhalten vielleicht verstehen sie es jetzt ja das ist ein schönes Geschenk wie nicht schnell aufhalten es war wirklich gut aus der Mann aber seine Kleidung sehr sympathisch der Mann ah ein Seiten eine Seitenkrawatte wird ihm echt gut stehen ich glaub wirklich ein Burgund oder so aber er hat uns aber wirklich ein bisschen aufgehalten allerdings wir sind weiter allerdings gleich müssen wir ein bisschen schneller gehen am besten wir reisen gleich nach Valentin allerdings bonjour ach verflucht ja der ist wirklich der war wusste ich gar nicht dass Sam so ein bisschen so ein bisschen so ein bisschen Männer mag wusste ich gar nicht hat sich jetzt irgendwie so ergeben ich weiß auch nicht aber der Mexikaner der war schon heiß für ihn hab das auch gespürt den Hoodoo der da in der Luft lag das Knistern von dem hätte ich gerne den Namen gewusst ausnahmsweise hat gut gerochen ja exakt den werden wir schon wieder sehen würde mich freuen grüß da so einmal kurz hier nochmal vielen Dank für den Raid lieber Weppy auf Wiedersehen ich hoffe du konntest das Gespräch nutzen ähm wiedersehen okay Amigo alles gut kommst in 20 Minuten wieder so du gehst nur kurz essen ja dann guten Appetit man vielleicht hast du mich ja mitgenommen zum Essen dann jam 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 das sieht aber gut aus oh und wie das duftet lieber Weppy wie das duftet ähm liebe Grüße von Jimmy und Jimbo und dem anderen Kerl den ich wieder vergessen habe Brando man Game Appetit der ist Brando der Mexikaner war wirklich witzig das ist wirklich ein fantastisches Kleid was sie da anhaben ähm was ist das für ein was ist das für ein für ein was ist das darf ich mal gucken was ist das für ein guten Abend was ist das für ein Storch äh das ist aus Japan das ist aber nicht Seide sieht so sanftig weich aus dem ähm gut wir haben leider sehr viel zu tun ähm auf Wiedersehen wir sind auf den Jungen ich ist leider in dieser Flaudertasche aber auf Wiedersehen wir freuen uns sehr ja wirklich schönes Kleid wirklich schön tollegok man irgendwie bin ich ganz aus den Wolkenradar reiß mich zusammen gut gut hmm ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ? Ähm? . Ähm? Gab's noch was heute Mittag von dem Mann, dem wir seine Ruhe wiederholen konnten? Ich habe von ihm auch Donner bekommen und das war's. Habt ihr euch nochmal getroffen? Äh, genau. Wunderbar. Ich habe ein paar Fische geangelt. Ah, ein interessantes Mojo, was der Mann hat. Oder Mojos. Also willst du gleich direkt reinreiten in die Stadt, oder? Mojo. Guten Tag. Mann, was für eine... Reiß dich zusammen. Aber war hier wirklich eine hübsche Bluse. Gottverdammt, wer hat doch selber Schneider in La Grasse. Was? Nein, Mann. Na doch. Schneider, hm? Exakt. Naja, jedenfalls willst du direkt reinreiten in die Stadt. Oder wollen wir meinen Plan machen? Wo genau meinst du nochmal? Ja, da gibt's diese Ranch. Ganz in der Nähe haben wir den Überfall gemacht. Äh, ich meine... Verdammt. Ganz in der Nähe haben wir unsere Aktion gemacht. Wir werden nicht auf dieser Ranch sein. Oder es gibt... Ich weiß nicht, ob die bewohnt ist oder nicht. Vielleicht gibt's noch was in der Nähe. Natürlich ist eine Ranch bewohnt. Ja, das weiß ich doch nicht. Im Bio ist manchmal nicht da oder so. Nein, nein, nein. Ich hab mal eine Idee. Ähm... Machen wir mal deine Garte auf. Ja. Bin ja einen Schritt voraus, Schwester. Dieser ganz kleine See. Siehst du ihn? Ja, Heartland Flow. Heartland Overflow, meinst du den? Nein. Der oben drüber. Ach, dieser Fütze da. Genau, der ist auch einen Weg angezeichnet. Ja, Mann. Nach ihm. Alles klar, wunderbar. Finden wir schon. Na, das ist schlecht zu finden. Einfach diesen... wunderbaren See vornehmen und dann geht das... Hallo. Ah, oder doch nicht. Hab ich mich geirrt? Hola, hey. Ach. Bonjour. See, diesmal nicht. Ich hab über die Worte nachgedacht. Ihr werdet mich nicht mehr aufhalten. Wirklich nicht? No, wirklich nicht. Verfolgt mich nicht. Verfolgt mich nicht. Hör auf. Hör auf, mich zu verfolgen. Ja, mein Termin, Madame. See, ihr habt einen Termin. Wir haben tatsächlich Wichtiges zu tun. See, ich auch. Ja. Welche Sachen denn? Wichtige Sachen. Welche denn? Sehr wichtige Sachen, dass sie so wichtig sind, dass ich sie euch nicht verraten werde, weil sie geheim sind, streng geheim und streng wichtig. Ja, aber was glauben wir? So. Sir. Warum denn nicht? Was machen Sie denn? Nichts reich für mich gleich mit einem ganz schlimmen Verbrecher und rede mit ihm. Mit dem? Mit einem schlimmen Schurken. Wer ist der? Das sag ich Ihnen nicht. Warum? Warum nicht? Und was machen Sie jetzt? Ich sag Ihnen das nicht. Aber darf ich Ihnen was sagen, Sir? Ich muss Ihnen noch was Wichtiges sagen. Verdammt doch mal. Burgund, das ist Ihre Farbe, Sir. Schönes Rot mit Schwarz. Eine Seidenkrawatte. Gönnen Sie sich mal was, Sir. Wird bestimmt fantastisch an Ihnen aussehen. Um was geht es gerade? Ah, ich meine ja nur... Ich meine nur, ich rede nur von Optimierung, Sir. Moment schon, Tag. Oder gehen Sie jetzt auch Richtung Stampf? Ja, genau. Sei! Ich glaube, ich... Warte hier noch einen Moment. Adios, Senior. Sei, ich muss los. Ah, Ihr wichtiger Termin. Bonjour, bonjour, Ypserman. Bon, bon was? Bonjour. Das heißt so viel wie Hallo. Wie haben Sie ihn gerade genannt? Ich habe ihn überhaupt nicht genannt. No, no. Irgendwas hat... Sie haben gesagt, oh, irgendwas und danach haben Sie noch was gesagt. Schöner Mann hat sie, glaube ich, gesagt. Schöner Mann? Herr Nino. Er! Er! Jetzt hat er sich ja doch wieder aufhalten lassen. Oh, nee. Oh, no, das ist... Das kann... Nee, ich glaube... Gibt es irgendwas zu lachen, Nino? Oh, ist das Ihr Name, Sir, Nino? Nein, das ist nicht mein Name. Nino heißt so viel wie Kieren. Ein kleines Kind, aber... Ein kleiner Junge ist er nicht. Ein großer, starker Mann nicht. Ich habe ihn als kleinen Jungen kennengelernt, deswegen nenne ich ihn heute noch. Wie ist denn sein Name, Sir? Das ist ja sehr niedlich. Mein Name? Ja, Ihr Name. Mein Name ist Chalino Juanquine Varado Garcia. Alineo de la Cri... Chalino Juanquine Varado Garcia. Das ist nur Chalino, eh? Chalino... Ein schöner Name. Ja, oder Sir Herr Garcia. Ja, fantastisch, fantastisch. Wirklich fantastisch. Wäre es in Sie beiden, wenn ich fragen darf? Ja, das würde mich auch anders sehen. Mein Name ist Luclaire. Das ist sehr kompliziert, Sir. Da wo ich herkomme, sind Namen sehr gefährlich. Gefährlich für mich. Na ja, wenn Sie jetzt clever gewesen wären, hätten Sie einfach einen anderen Namen gesagt, um mir diese Info zu geben. Aber ich möchte Sie warnen. Ich komme aus dem Bayeus, äh... Wo kommen Sie her? Dem Sumpf. Sie sind Sumpfbewohner. Amigo, die sind Oco. Die hat mir ein Scheletter geschenkt. Sie ist ein Oco. Hey! Das... Das finde ich ganz sympathisch. Äh, Wally, dann... Und Ihr Name ist, äh, wie? Sie können mich Uncle Sam nennen, Sir. Uncle Sam. So kennt man mich. Man kennt mich ja auch als den Purple Dog im Sumpf, Sir. Wenn Sie also mal ein Leiden haben... Wally, Wally. Leihen Sie sich eine Hand. Uncle Sam aus, aber ich nehme das mal zu Ihnen. Wie soll denn ein Uncle Sam aussehen? Verstehe ich nicht. Naja, irgendwie stelle ich mir den anders vor, von seiner Kleidung her. Hey, Uncle Sam, ich erfordere ein bisschen dicker, großen Bart, Quatsch. Kleidung? Sir, fassen Sie an, das ist echtes Krokodilleder. Hier, Sieh, Sir, Charlie, fassen Sie mal an. Ich muss aufpassen mit den Krokodilleder. Sieht, der Amigo hier hat eine schlechte Erfahrung mit Krokodillern. Ja, ich war über Krokodille jetzt von mir. Ah, gut, dann reden wir nicht darüber, aber Sir, fassen Sie ruhig mal meine Jacke an, dann werden Sie eine gute Erfahrung haben. Glauben Sie mir, das ist wirklich sanft und zart. Ist wunderschön. Ich hatte schon mit den sanften, zarten Tierchen zu tun. Naja, würde ich Ihnen nicht gerade sagen, dass Sie sanft und zart sind, aber okay. Ja, eine ziemlich panische Angst vor Krokodillern. Vielleicht können Sie Ihnen ja da helfen. Oh, natürlich, Sir. Da gibt es tatsächlich noch eine andere Lady, die das gerade dasselbe Problem hat. Oh, ich bin zufrieden. Das willst du nicht. Doch, absolut. Ich bin absolut zufrieden. Ich möchte gerne seine Angst überwinden von den Krokodillern. Und Sir, wenn Sie meine Hilfe brauchen hier, das wird Ihnen helfen, durch Spy U zu reisen. Das hilft Ihnen vielleicht nicht vor den Gatern, aber vor anderen dunkleren Kräften, Sir. Was soll ich denn mit dem kleinen Kerlchen? Das ist gesegnet. Das wird Sie vor den Blicken schützen. Vor den Blicken, die nach Ihrem Licht trachten, Sir. Wie heißt er denn? Oder wissen Sie nicht, wer das mal war? Nein, weiß ich nicht, aber ich habe ihn gern Bob genannt. Mag den Namen, Bob. Amigo, hast du eine linke oder eine rechte Hand? Weder noch. Weißt du gar kein Name bekommen? Ich habe Bob seinen Kopf. Gut, gut. Wir müssen jetzt tatsächlich auch weiter. Wir haben nämlich Termine und wir dürfen nicht aufgehalten werden. Le, Le... Señorita Le... 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 Le LeClaire. Le LeClaire. Genau. Mr. Gazir. Und wie war nochmal Ihr Name? Charlino... De la Vega. De la Vega. Cesario de la Vega. Kann ich sie auch weiter in Gennachmann nennen? Ja, von mir raus. Du bist nicht schön, du hast ein Milchbart und sie schaust wie Nino. Ich seh nicht aus wie ein Nino, sie ist aus wie ein... Ja, das ist ein Kompliment. Monsieur Nino und Monsieur Gennachmann, wunderbar. Nein, 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 sie nennen mich nicht Nino! Aber das ist ja leicht zu merken. Sie nennen mich nicht Nino! Charlino, hm? Nee, so darf ich sie doch nennen, Monsieur. Und ihre Haut ist einfach nur... Die Haut ist einfach nur wunderschön Zahn. Ich weiß nicht, wovon du redest, ich hab nur ein bisschen Artenprobleme. Naja, wir müssen weiter. Ja, ich wünsche noch einen schönen Tag. Aura, Charlino. Vielleicht sieht man sich im Schumpf. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ach, das wird so gut. Und... Hast du sie gefunden? Oh Mann, seine Haut ist echt weich! Was? Nein, leider nicht. Kein einzigen hier. Gut, gut, dann gehen wir gleich mal zur Brücke und dann gehen wir nach Valentin. Ich hole mein Pferd. Ich hole mein Pferd. Ich hole mein Pferd. Ja, wir hätten es auf der anderen Seite. B time zu gehen. W feetig. Ich hole meine Pferd. Höter. Ich hole mein Pferd. Ich hole meine Pferd. Ich bin ein paar Hände. Ich hole meine Pferd. Ich hole meine Pferd. Entschuldigung. Vielleicht Uzziplin. Ich hole meine Pferd. Charlinio. Den Namen werde ich mir eh nicht merken, schade. Ist ja nichts Persönliches. Das ging? Den Spaß muss ich mir noch machen. Warte noch. Das Skelett, hä? Habe ich schon den Hannesburg bewundert? Gute Wahl. Ein bisschen bockig, der gute Kalfu. Hält er seinen eigenen Kopf. Wo ist es? Warte, 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 hey, 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 hey. Was denn? Es heißt nicht Nino, Charlinio oder Signora Garcia. Es ist nicht Nino. Ich war ja nicht so rum. Ich bin nicht alleine. Nur, was reißt du hier so rum? Oh Mann, er hat so eine Ader, wenn er wütend wird. Ist schon in Ordnung. Ob wir der sehen? Adios, Signorita. Wer hat denn die Schmiede? Ach, ist das ehrlich? Er arbeitet in der Schmiede. Zumindest der letzte Herr gerade. Ich habe ihn behandelt vor kurzem. So viel dachtest du, dass er ein Termin hat. Und diesen Nino, Charlinio? Sein Bruder? Ist das sein Bruder? Ach egal, ich muss den Kopf freikriegen. Ich darf nicht mehr an ihn denken. Ach du meine Güte. Jan, du bist ja bei mir auf dem Pferd. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Jetzt habe ich mich nach dir oben gesehen gerade. Und wo ist denn Jan? Und dann rennst du mich da hinten so an. Bonjour. Der Typ hat uns letztens fast umgeritten. Ja, das ist ja auch der meistgeastete Mann in ganz Sonnenin. Ah, Parker. War das Parker? Exakt. Wunderbar. Moment, Parker? Wollte der nicht den Sumpf trockenlegen oder so? Ist egal. Erstmal. Parker sagt viel, wenn der Tag lang ist. Exakt. Er muss aufpassen, sonst sagt irgendwann gar nichts mehr. Ich werde nun schon zugegeben, seit ihm mal kommen. Ich habe da eine wunderbare, fantastische Idee. Wie? Oh, und da ist ein Schwein. Passant. Minach, magst du dich umziehen? Ja? Was ist denn der Plan? Ach, Valentin, in die Nähe. Gibt so eine Hütte. Aber mit wem habt ihr denn jetzt gesprochen? Wer war das? Ein wunderschöner Mann, über den ich nicht mehr reden will. Aber es waren nicht die Leute, mit denen wir eigentlich reden wollten. Nein. Nein, wollen wir nicht. Ziehst du die bitte um? Ich will weiter. Okay. Nun, willst du erst zu dieser Schmiede und dieser Rosalie selber suchen? Oder willst du dich direkt in Position begeben und wir fragen nach diesem... Ja. Okay. Das soll jetzt nicht wir so machen. Ich warte dann einfach auf euch. Wie, wie? Wie hast du denn seinen Namen? Timothy... Uncle... Jeffrey... Äh... Timothy... Oder frag einfach... Oder frag nach Rose. Nach Rose, okay. Oder nach Wiesel. Passt schon. Oder nach... Ja, die beiden eigentlich. Das passt schon, das passt. Na, los. Wir ziehen uns nicht um, hä? Ja, wie ist kein Grund, da? Lass uns doch einmal den Duft des Bayou einatmen. Und hinten raus. Kann man auch gleich sehen, aber das ist in Ordnung, das ist in Bayou, meine ich. Das passt nicht um, hä? Jo, ja. Wir kommen uns doch mal den Duft des Bayou. Na, los. Ja, das passt. Hier geht es los. Da, die beiden. Ich bin, da, die beiden. Da, die beiden. Ja, ja. Ich bin, da, die beiden. Ja, das passt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde gerne querfeldein, hast du es dagegen? Nein, nein, Hauptsache wir kommen ans Ziel Gerade über den Bergdorf Und dann halten wir uns halt am Weg rechts Und dann halten wir uns halt am Weg rechts Schön, dass die Gruppe wächst, irgendwie. Ich mag den AXOV. Schade, wenn er falsches Spiel treibt, aber wäre auch witzig. Im Übrigen, ich habe die Vermutung, dass Jimbo, Jimmy V oder der Onkel oder wie auch Imer, irgendwas über uns erzählt hat, weil Jimmy hat mir nämlich erzählt, dass Jimbo anscheinend sich sehr gut mit Jimmy V versteht. Hat er doch schon, als wir ihn zu Hause getroffen haben. Der Mann hat einen Einfluss auf ihn. Ich muss nicht von der Hand weisen. Aber ich bleibe dabei, bin mir sicher. Ist das hier der richtige Weg? Das ist der richtige Weg. Ja. Nun, ich bleibe dabei, dass er wird zurückkommen. Bin ich mir sicher. Nach links. Ja. Wildpferde. Na ja, und Jimmy, der riecht so weich, ganz ehrlich. Den müssen wir ein bisschen gerade rückern. Und Jimbo ein bisschen zurechtstürzen. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Ich bin nicht jemand, der da irgendwas, der das kann. Bei mir sollte eigentlich immer alles funktionieren. Gut. Lady und Gentleman. Wenn ich den Plan erläutern darf. Ich nehme an, ich werde gleich nach Valentine reiten. Ich bin der Entbehrlichste von uns. Ich werde nach den Leuten gucken. Und am besten unseren Freund und die Rosalie am besten hierher bringen. Oh nein, nicht die Rosalie, die heult wieder. Na gut, dann nicht die Rosalie. Verdammt nochmal, das ist doch hier keine Abstimmung. Wenn er noch jemanden mitnehmen will, dann soll er Mr. Green mitnehmen. Mr. Green. In Ordnung. Gut. Ich beeile mich, bin so schnell wieder da, wie ich kann. Aber sollte ich in, sagen wir, 20 Minuten nicht wieder da sein, ist was passiert. Dann entscheidet ihr, ob ihr kommt, um mich zu rächen. Oder ob ihr in den Bayou euch zurückzieht. Mir ist beides recht. 20 Minuten. 10 nach. So, jetzt darf ich nicht von einem Puma gerissen werden. Oder von Wölfen oder so. Das wäre jetzt ganz fatal. Ich gehe runter. Ich gehe runter. Ich gehe gerade so gerne querfeldein, ne? Ich gehe gerade so gerne querfeldein, ne? So, dann sage ich ihm, dass er sich beeilen soll. Weil in 15 Minuten hauen die ab. Wohl mir immer zu wenig Infos von den Leuten, ne? Ich hätte mir die Info holen müssen, wo der denn ist. Ich gehe jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Na gut, die nächsten Tage bin ich übrigens, werde ich nicht on sein, das Wochenende arbeite ich, muss man mal schauen. Na gut, die nächsten Tage bin ich. Na Sam weiß, dass die hier unten bei der Schmiede sind. Da wird niemand dazu sein. Na Sam weiß, dass die Schmiede sind. Und das Pferd sieht nicht so gut aus, ha? Was haben sie mit ihrem Gaula angestellt? Ähm, ein wunderschöner Abend, nicht? Wild. Gentleman, ich suche eine Person. Ich suche eine Person. Small talk, ma'am. Small talk. Gentleman, ich suche eine Person. Und die soll sich hinweilen. Dann kann man ihnen helfen. Na ja, sie hat mir ihren Namen nicht wirklich genannt. Hat sich Uncle Jeffrey genannt. Timothy, äh Mr. Gello, Golo oder so. Ehlers. Na. Ich sehe, der hat den Salon genau da drüben gesehen. Aktuell ist er wahrscheinlich nicht da. Und sonst finden sie da unten bei der Schmiede. Wenn er da auch nicht ist, dann ist er nicht hier. Die Truppe ist ausgeflogen. Ich hab die vorhin wegreiten sehen. Ausgeflogen. Jep. Wissen sie, wie groß die Truppe ist, äh? Keine verdammte Ahnung. Ich achte da nicht drauf. Wenn mir Leute entgegen kommen, kommen sie mir entgegen. Das passiert hier häufig. Verstehe es, äh. Äh, achso, äh, 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 einen schönen Abend noch. Äh, herrlich, dieser Abend, fantastisch. Ciao, ciao. Adios. Adios. Ey, läuft der wirklich? Äh,ANN Untertitelung. BR 2018 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 Scheiße, ne Brück. Scheiße. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also, die Leute, die ich fragen konnte, sagt mir, dass er mit seiner Gruppe weg ist. Schon von einer Geweile. Er hat da ein Saloon am Laufen. Wenn du reinkommst in Valentine und nach der Bahnhofstation die rechte Straße nimmst, kommt er auf der rechten Seite. Ich hab ihm eine Nachricht hinterlassen, ob er nicht reden wollte. Dann weiß er, dass er da war, was wir wenigstens da waren und Interesse gezeigt haben. Das, glaube ich, ihm da gelassen. Wollten sie nicht reden? Fragezeichen, Uncle Sam. Dann weiß er schon, wer da war, dass wir da waren. Schöne Hütte, muss ich wirklich sagen. Hat einen schönen eigenen Charme. Ja, dann warst du schon drinnen? In der Hütte. Exakt. In seinem Saloon war ich aber drinnen. Wie gesagt, hab ich mir eine Nachricht hinterlassen. Ach so, okay. Ach du meine Güte. Ein Saloon ansonsten? Diese kleine Mistrette. Hübsch hier, oder? Oh. Was geht wieder los? Muss sein, Alter. Guckt euch mal den Schuppen an, Alter. Hey, ich leg's blichele. Du kannst ja auch deine Zeit dann für dich nutzen. Tools. Alles. Du cluster. Weut. Then. officials. Ja. Das war's. Auch sehr geil. Wie Mina reagiert hat. Und es geht wieder los. Ich weiß nicht, ob ich gemutet bin. Ich seh das im Videomodus. Ja, schade, schade, schade. Ich fürchte, die Begegnung wird ohne uns stattfinden. Jedenfalls nicht hier auf meinem Kanal. Bin die nächsten Tage weg. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der, dem der Timothy die Nachricht mitbekommt, dass er uns im Bereich suchen wird. Ja, schade, schade. Ja, schade. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich werde mal ganz kurz stille Örtchen aussuchen. Fährta, genießt den Tanz. Fährta, genießt den Tanz. So, et c'est moi. So, ich werde mal ganz kurz. 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 Was hier wohl passiert, das fragt man sich so oft bei Red Hat. Das war's für mich. Mena, du musst mal mitkommen. Okay, aber ich tanze jetzt nicht mit dir. Nein, warum geht es nicht? Was siehst du? Ja, ich habe das schon vorhin mit Jeanne und Saf besprochen, was wir hier sehen. Naja, da liegen alle die kleinen Flächen und... Naja, das sind zwei Tarotkarten. Nein, 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 nicht was hier ist. Was fühlst du? Welches Gefühl kommt dir zuerst hoch, wenn du hier reinkommst? Nimm alles in dich auf. Naja, ich denke mir echt schade um die schönen Schuhe da unten. Nicht, was du denkst, was du fühlst. Was fühlt Mina Solomon? Naja, ich... Nicht zu sagen, ich... Weiß, was ich fühlen sollte, aber ich fühle keinen Schauder oder Trauer. Die waren ganz glücklich. Du warst selbst gewählt. Ja, nicht. Guck dir den hier an. Mann, das sind echt gute Schuhe. Nicht mehr. Ja, aber echt noch verdammt gut aus. Mina, versuch... Versuch mal die Augen zu schließen. Es tut mir leid, Schuhe sind so verdammt teuer und ich kann nur daran denken. Ja, natürlich. Okay. Aber dann komm mal mit hier rüber. Ich glaube, die anderen warten auf uns. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass die weiter wollen. Okay, aber dann kommen wir auf jeden Fall wieder hier hin, klar? Ja, wir kommen auf jeden Fall nochmal hier hin. Das ist viel zu spannend, um nicht nochmal hinzukommen. Nein, Mann, ich meine, das ist wichtig, um deinen Geist zu öffnen. Dein inneres Auge. Wir gehen da natürlich nicht rein, ohne dass wir dort einen Sicherheitspunkt haben. Und das sind die Japaner tatsächlich. Man kann einfach in das D-Haus rein und wir werden, wir wären auf jeden Fall geschützt. Dort würden die Italiener niemals uns etwas tun. Niemals. Das ist gut. Das ist sehr gut. Deswegen bin ich, wenn die Japaner nicht wären, wäre ich komplett auf deiner Seite gewesen. Dann müssten wir uns mit denen beschäftigen, mit denen auskommen, mit den Italienern. Deswegen hadere ich mit mir ein bisschen, weißt du? Aber dann kann ich es auch verstehen, natürlich. Wie stehen die Japaner zu den Italienern? Oder auch anders davon. Die sind sehr neutral. Und trotzdem hat sich eine Dame die Karten legen lassen. Trotzdem hatten sie diese gewisse Neugierde. Nicht alle von ihnen sind so feine, gläubige, gottesfürchtige Christen, wie man denkt. Am Ende, wenn sie zweifeln, kommen sie immer angekrochen. Und auf diese Verzweiflung hoffe ich. Im Übrigen, ich habe da eine fantastische Idee. Da wollte ich sowieso noch mit dir reden. Ich bin ganz hohe. Die Japaner möchten gerne in ihrem Teehaus eine Seance veranstalten. Adlige, die furchtbar neugierig sind und gerne die Karten gelegt haben möchten. Da habe ich doch sehr an dich gedacht. Oh, da wäre ich natürlich sofort dabei. Fantastisch. Adligen, den Reichen und den Mächtigen die Karten zu legen, ihnen in die Seele zu schauen, ein paar Geheimnisse rauszulocken. Ein paar Geheimnisse rauszulocken. Wie kann ich denn da nur Nein sagen? Tatsächlich, die Adligen sind auch auf unserer Seite. Oh, umso besser. Die Reichen und die Mächtigen, so leid es mir tut. Und ich muss es halt sagen. In dieser Welt gibt es eine Sache, die mächtiger ist als Religion und das ist Geld. Und eimerweise davon. Wenn man sie auf ihrer Seite hat, überhaupt nicht. Immerhin sind es jene Leute, auf die alle Augen gerichtet sind, die die ganz oben stehen. Sie können sich keine Fehler leisten. Also brauchen sie andere Leute, die sich die Finger böse schmutzig machen. Andere Leute, die ihre Aufgaben erledigen. Mittelsmänner. Das nötige Übel, was existiert. Und dieses nötige Übel, werden sie auch unterstützen, dass es weiterhin existiert. Sollten Fehler passieren. Denn alles andere könnte auf sie zurückführen. Es braucht immer beide Seiten einer Münze. Genau, genau. Gut, ich denke, dann werde ich mal die Japaner fragen, ob die eine Seance abhalten möchten. Ich glaube, die sind bestimmt bei der Büchse-Marei. Es gibt hier in der Nähe. Es gibt hier in der Nähe einen Felsen. Hinter dem Militär vor Fort Wallace. Da ist Widow Rock. Da wächst gutes Kraut. Wenn ich schon mal hier in der Gegend bin. So was. Mein Gott, ich liebe die Schwester. Ich weiß. Wirklich, Mann. Am Fuß vom Widow Rock wächst Milchkraut. Wunderbar. Ist nicht weit. Wenn man schon mal hier oben in der Gegend ist, dachte ich. Könnte man sich einen Sack voll machen. Oder zwei. Mitkommen oder schon mal nach Saint-Tenis. Dadurch, dass ich wahrscheinlich meinen Weg Richtung Einersburg setze, weil ausseher braucht mich jetzt in Saint-Tenis, komme ich gerne mit. Das liegt auf den Weg. Gut, gut. Dann machen wir einen kleinen Entschlenker. Es soll Grizzlies geben, deswegen. Oh je. Sag mal, kennst du eigentlich jemanden, der vielleicht Baumwolle anpflanzt? Nein, tatsächlich nicht. Leider. Ja, das ist schade. Aber damit können wir nämlich dann wahrscheinlich günstiger Bandagen erstellen. Ich brauche noch jemanden, der Mohn anpflanzt. Mohn aber ich. Und was Baumwolle angeht, naja, Bandagen bräuchte ich auch jederzeit. Aber leider kenne ich keinen. Ein Sack kostet, ein Sack Baumwolle kostet bei Brooks am Hafen in Saint-Denis drei Dollar. Ein bisschen Salbei zusammen kann ich ein paar anständige Bandagen zusammenzimmern. Ich habe es Mina auch gezeigt. Mina, weißt du noch, wie es geht? Aber du solltest das besser machen. Ich will ja auch, dass es wirkt. Ich habe doch erzählt, du musst einfach nur dieses Ding durchtütteln und dann musst du den Streifen schneiden. Na gut, dann mach ich das eben. Schick dir gerne die Kräuter dafür. Gut, gut. Dann retten wir mal los. Gut. Wo will sie denn hin? Achso. Verdammter. Wahnsinniger Ort. Die Kraft ist einfach nur spürbar hier. Manchmal frage ich mich, ob die los. Ob die uns einfach deutlich was sagen wollen. Ach, im Übrigen. Ich habe auch leckeres Werdefutter. Vielleicht könnte dein Pferd etwas davon verteilen. Auf jeden Fall. Ich habe es halt zum Tode geritten, habe ich pünktlich wieder eben. Das solltest du nicht tun. Wir können doch warten. Äh. Milchkraut. Wollen wir nicht. Milchkraut. Oder wollt ihr zurück? Wir wollten Milchkraut. Ja, dann folgt mir doch. Warum rennen wir woanders lang als ich? Kommen wir in den Abkürzungen? Ich kenne mich hier aus. Zum ersten Mal hier. Ja, von hier kommt man auch gut rein. Guter Ort, absolut. Hast du mir eine Karotte eingesteckt? Das habe ich nicht. So. Das ist das hier der Weg. Hier muss irgendwo rechts einen Weg hochgehen. Nee, ist ein Flussbett. Na, ich glaube da vorne. Nee, ist nur eine Brücke. Ja. Na, wie kommen wir denn da runter? Liegt das nicht in Richtung des Forts? Oder? Ja, aber ich will so einen... Hier muss es so einen Weg irgendwo gleich geben. Den folgen wir einfach. Und dann kommen wir direkt zum Forts. So lange reiten wir querfeldein, ist sicherer. Nicht, dass wir uns noch die... Die Stellen brechen. Das ist nicht das Vorwasser, oder nicht ich meine, richtig? Ach so, nee, das ist vor Wallace. Nicht vor Bennet. Wo Bennet liegt er beim Bayou. Dann werde ich hier... ...einen Kehrt machen. Alles klar, Doc. Zurück zur Praxis. Passt gut auf euch auf. Waren gute Gespräche, die wir heute hatten. Oh ja. Kommt mich gerne besuchen. Jederzeit. Wie geht denn vor? Und wir bringen Geschenke mit, jedes Mal. Ich freue mich immer über Geschenke. Bis bald. Ach, fantastisch. Ich... Oh mich, ich dachte, das Arzt braucht ja auch Milchkraut. Keine Ahnung. Was diese Feinpinkel studieren, da kenne ich mich nicht mehr daraus. Naja, ist nicht wirklich ein feiner Pinkel, aber irgendwie schon, oder? Ist eine andere Art von Feinpinkel. Gibt ja wohl ein paar Abstufungen. Oder Wien, meine Stufen. Ja, genau. Das ist halt ein Städtepinkler. Uuuh. Boah. Ja, Mann, ich weiß, was du meinst. Naja, der weiß jetzt echt viel über uns. Eigentlich alles. Ist nicht schlimm. Ja, ich habe auch ein gutes Gefühl bei dem Mann. Ich glaube tatsächlich, ich weiß auch mehr über ihn, als er zugeben möchte. Muss einen Grund haben, warum der... Seine Feinpinkelstadt verlassen hat und hierher gekommen ist. Ja, ich glaube, davon hat er uns gerade in der Hütte erzählt, oder? Ach so. Naja, angedeutet. Naja, ich kann mir gut vorstellen, dass er weg musste, weil die Leute den Voodoo nicht so mögen, den er praktiziert. Und genau so wird er eine Abscheu haben gegen alle Leute. Und sich freuen, Leute zu finden, die so denken wie er uns eben. Und dieses Band macht ihn vertrauensselig für mich jedenfalls. So, die Leute auf den Türmen sollen sehr... ...sehr scharf sein. Muss das irgendwo sein? Nehme ich doch letzten Jahr lang. Ich glaube, wir sind schon zu weit. Das V muss irgendwo links sein. Ah, ne. Oder? Ah, wir sind zu weit, glaube ich. Sieht nicht aus wie ein Vor. Nein, das ist garantiert nicht das Vor. Shit. Hab ich verretten. Hab ich verretten, wir müssen zurück. Alles gut, entspann dich. Entspann dich, Prinzessin. Ich bringe uns hin. Es ist so spät. Normalerweise würde ich sagen, wir könnten den Valentine halt machen, aber... ...oh, diesem Kerl nicht. Schlaf ein bisschen, ist okay. Oh, Mann. Warte nur. Hallo zu später Stunde. Hey, viele... ...wür ist wieder, dass wir die dir ansehen müssen. Scheiße. Die convince,iviunoo- ...wür steckt. War das nicht das Fond? Ja, absolut richtig. Wir wollen ja nicht zum Fond, wir wollen ja zu diesen Felsen. Da vorne die. Müssen durchs Wasser. Weißt du, du gesagt hast, es gibt Chrisleys. Meintest du die Tiere oder die Menschen? Die Tiere, hab letztens einen erschossen hier. Er war auf der anderen Seite vom Fluss. Es tat mir echt leid, wollte ihn gar nicht erschießen. Ah, Jean-Marchais, wenn du jetzt wach wärst und das sehen könntest, würde dir gefallen. Ah, ich sehe es doch. So, direkt gegenüber, diese kleine Landzunge, da wächst das Milchkraut. Das letzte Mal war da auf der rechten Seite ein Bär. Jetzt sehe ich keinen. Aber uns interessiert auch mehr die linke Seite. Wie tief ist das? Unsere Füße werden wohl nass, wenn wir durchreiten. Na dann. Na dann los. Halt dich links, halt dich rechts meine ich. Genau, sieht ein bisschen aus wie Salbei, aber sind sternförmige Blätter. Ja, guck mal. Hä? Das hier, das ist Milchkraut. Ach so. Guck mal etwas. Wie viel brauchst du davon? Ah, in so einen Sack passen so 25 Hände. Ich hab jetzt bei Säcke mit. Dann 50. Sammelt, sammelt, sammelt Kinderchen. Ihr seht, es ist weit weg. Und ich weiß nicht, wann wir wieder herkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11 hab ich jetzt. Schlagen gibt's ja auch. Bist du sicher, dass du nach Sunny Nivellst? Ja, ja, ich bin dann wach. Und sie ist kein Problem. Erstmal, dass ihr fertig kriegt, dann... Na, schade nicht, ne? Sonst soll ich zu einem. Wir müssen mit den Japanern reden, dass das auch vorangeht. Ja, absolut. Aber vorangekommen hab ich schon das Gefühl, dass wir heute sind. Ah, nur denn mit den Mandagen macht mir Sorge. Wir müssen da tatsächlich irgendwo einen Farmer suchen oder selber diese Baumbollen anpflanzen. Ja, also es gibt im Bio-Wächsler eigentlich alles. Also ich könnte vielleicht in der Apotheke nachfragen, wo die das herkommt. Nur wenn du das... Außer wir bald. Ja. Die das ein bisschen billiger anbieten werden. So, ich hab jetzt 25. Und ihr beiden? Ich hab 23. Warte, ich geb dir einen Sack. Hervorragend. Ich bin hingepackt hier. Mal kurz hier rüber. Verdammt. So, kannst du mir zwei Milchgrat geben? Natürlich. Hier waren noch welche. Drei Stück, aber... So, und jetzt dieses Milchkraut einfach in den Sack. Okay. Warte, ich muss noch das Milchkraut in den Sack stopfen. Ja, lass dir Zeit. Ist okay, wenn die zerknittern, die Pflanzen. Einfach reinstopfen. Meinst du, zwei Säcke reichen? Erstmal auf jeden Fall. Ich hatte die ganze Zeit, hatte ich welches mit mir. Das gar nicht verbrauchen können. Oh, ich dachte, das braucht so viele von deinen Rezepten. Brauchen das. Ja. Aber auch nicht so viele. Ja. Ja. Wir haben genug. Jan, wir haben genug. Drei Säcke. Das reicht erstmal. Was ist? Wir haben genug. Steig auf. Wir wollen weg. Ach so. Ich würde noch... Ja, ja. Ich bin wach. Sollen wir kurz Pause machen oder so? Nein, nein. Wir reiten nach Saint-Denis. Saint-Denis. Das ist ein weiter Weg. Schlaf ein bisschen. Nee, noch immer noch. So. Ach, der brauchst du noch ein bisschen von dem... Naja. Was... Was Sam vorhin gezaubert hat. Bevor wir los sind. Na, ich hab noch ein Fläschchen. Ich auch. Aber ich geb's dir ungern ab. Ich glaub, sie schläft schon. Ach, perfekt. Warst du schon in Valentine? Ja, mit Miss Kennedy. Und dann wurde ihr auf die Nase geschlagen. Na, liegt quasi auf dem Weg. Und dem Lord. Ein nettes Städtchen. Und die Preise sind völlig überteuert. Lass mal hier rechts. Lass mal hier rechts. Lass mal auf dem Weg bleiben. Zeig ich dir wenigstens, wo der Laden ist. Obwohl... Was, wenn der da jetzt wieder ist? Erladen. Nein, wenn der Typ da wieder ist, dann war unser ganzes Manöver umsonst. Nein, lass uns da nicht lang. Ist okay. Na, der hat ein Zal... Na, der hat ein Zalun da. Lass uns... Wir sind in der Nähe von Valentine. Lass uns doch nochmal nach Valentine gehen. Bist du sicher? Okay. Dann hier lang. Warum auch nicht? Ich meine ja nur, wenn er da war und uns jetzt hopsen nimmt mit seiner ganzen Bande. Ne, wir fragen ihn einfach. Ob er möglicherweise mal mit uns reden möchte. Aber nicht heute, sondern an einem anderen Tag. Na gut. Kann ich nicht wählen. Was? Sie kann nicht nach Valentine. Warte ein bisschen leiser. Äh, lauter. Sie sagt, sie kann nicht nach Valentine. Mit der Maske. Es stimmt, dann warte ein bisschen vor der Stadt gleich. Ja, gerne. Es tut mir leid. Da wo mein Pferd steht, da sind wir dann drin, ne? Lass der Laden von ihm. Cool. Du kannst auch in die Stadt, aber geh mal bitte dann deinen Brock wieder an. Ja, mach ich. Und dann geh einfach in den Serien rein. Oder so, ich... Ist auch egal. Ihr kommt hier gleich, glaube ich. Den Hang runter, dann sind wir da. Hier kannst du dich umziehen. Gut, gut. Na, warte. Ich muss eben die Maske abnehmen. Achso, ja. Ich bin so auf Zack. Schnell, 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 weißt du? Das ist auch gut. Bin ich ein großer Freund von. Aber das bringt einem nichts, wenn man müde ist. Bist du sicher, dass du zu den Japanern willst? Ja, ich bin nicht mehr müde. Okay. Keine Entscheidung. So. Bist du sicher, wenn man müde ist. Gut. Das ist dein Laden. Achso. Die Straße hier links runter. Jetzt kommen wir direkt zum Stall und zur Schmiede. Da hat mich mal die Rosalie getroffen. Scheint nicht da zu sein. Scheint niemand da zu sein. Wir gucken trotzdem mal. Gut, okay. Der Zettel ist okay. Da willst du ihm eine andere Nachricht überbringen. Der ist so in Ordnung. Umtie lady. Okay. Das ist keine gute Frage. Ich bin hier nervös. Oh. Das wird interessant. Was ist denn jetzt los? Es ist Opa nicht in die Richtung gegangen. Nicht, dass dem alten Mann irgendwas passiert. Nein, nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Jan. Ach komm er, ich bin hier. Also wo bist du? Hä, was schießt denn da jetzt? Bruch. Der war gerade ein Bruch. Ist sie denn jetzt? Bin ich jetzt blöd? Ich glaube, dem geht es nicht mehr gut. Oh, ich bin Arzt. Ich gucke ihn mir mal an. Okay. Ja, los. Oh Mann, ey. Ich komme. Ich komme nie wieder mehr nach Wendern. Nee. Ich bin hier. Wir treffen uns bei der Schmiede. Ich glaube, die beiden Herrschaften. Ich habe keine Ahnung. Da hinten ist ein Mann. Ich war... Mein Gott, jetzt erstmal alle wieder sohn. Bringen Sie die Gentleman in die Arztpraxis. Ich kenne mich ja aus. Ach. Sehr gut. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder wach. Ich kann ja nicht werden. Ich bin hier. Bonjour, die Dame. Oh oh. Was ist denn jetzt los? Ich habe gedacht, sie wird auch wieder super aus. Ich kann sie da hin. Ich kann sie da hin. Dass sie gefallen sind. Ich kann sie da hin. Ja, komm weg! Ich bringe ihn mal zum Arzt. Hm. Ah, da hört es hinter sich. Ah, leg ihn mir da hin. Ich guck mir den mal an. Wo ist Bob? Na, lauter Lärm, dann Schüsse, diese blau uniformierten Gentlemen hier sind in den Laden gerannt und dann wurden sie abgeknallt. Irgendeine Person, eine maskierte Person rannte dann da raus und rannte dort unten die Straße lang. Ah, nach links. Niemandem haben sie gesagt, er soll schnell wegreiten. Ich habe niemandem gesagt, er soll schnell wegreiten. Ganz sicher. Ich habe meine Freundin habe ich gesucht, die Person, die habe ich zugerufen, wo sie ist. Niemandem gerufen, er soll schnell wegreiten. Ich stelle die Frage nicht. Na gut. Ich habe was gehört gehabt, deswegen. Naja, dann haben sie sich fährt, Sir, bei allem Respekt, Sir. Und Sie sind wer? Ich komme aus dem Bayou. Man kennt mich dort unter dem Namen Uncle Sam, Sir. Uncle Sam? Ja, oder Purple Dog, wenn Sie wollen. Ich helfe den Menschen da unten. Ich habe versucht, Ihren Kollegen hier zu helfen. Welchen normalen kennt man Sie? Und welchen normalen Namen? Wissen Sie, bei you sind Namen sehr gefährlich, Sir. Ich habe den Namen noch niemanden genannt, meinen wahren Namen. Macht nichts, wir sind ja in New Hanover. Das macht wohl etwas. Das ist völlig irrelevant, wo man ist. Das ist unsere Religion. Ich hoffe, Sie akzeptieren das. Ich hoffe, dass Sie auch akzeptieren, dass ich halt jeder Town Marshal bin und dann schon wissen will, mit wem ich es zu tun habe. Ohne Spitznamen. Mein Name würde Ihnen eh nichts sagen. Mit dem Namen Uncle Sam können Sie eh mehr anfangen, Sir. Erkennt man mich im Sumpf? Mhm. Sag meinen Namen niemandem, Sir. Na gut. Mr. Sam, dann... Ja. Hoffentlich, dass heute hier nichts mehr passiert. Können Sie alle fragen, Sir. Ich stand da gegenüber des Ladens. Wir sind gerade erst in die Stadt gekommen, hatten nichts damit zu tun hier. Fragen Sie jeden. Waren einige Leute. Wer war denn da noch beim Laden? Eine Dame mit blauem Hemd. Ich weiß nicht, ob die Dame da war. Die haben wir auf jeden Fall vorhin auf dem Weg getroffen. Die kann bezeugen, dass wir gerade erst in die Stadt gekommen sind, Sir. Die Dame an der Arzt wächst, ist da rechts neben mir? Exakt, die Dame dort. Gut, dann würden Sie mal kurz bitte hier noch bleiben. Ja, einen Moment. Und im Gesetz und Rechte immer dienen. Kurze Frage. Ja. Die beiden Herrschaften, die da links sind, sind die tatsächlich erst in den Ort gekommen, wie hier schon alles losging? Äh, ja, ja, sie, also wir haben nahezu zeitgleich unser Pferd ange, äh, geleint oder geäunt und plötzlich ging diese Sirenen los oder was auch immer das war. Es war ja furchtbar laut. Was, was war denn los? Was war denn hier los? Gott, verdammt, jetzt verdächtigt er uns. Soll er machen. Scheiße, ich hab ne Kugel abgekriegt. Also, sie... ...gefasst, die versucht haben? Ja. Oh. So etwas tatsächlich würden wir auch machen. Naja, ich hab da nicht viel gesehen. Ich hab mich hier in der Praxis versteckt. Da sind die ganzen Leute hinten, die das bezeugen können. Eine ruhige Stadt, ich bin das zweite Mal hier. Das erste Mal wurde meine Bekleidung ins Gesicht geschlafen und das zweite Mal war jetzt... So ruhig finde ich's nicht. Oh, die. Schon ein paar Tage her, Miss Kennedy wurde ins Gesicht geschlagen. Aber ich glaub, das hat sie angezeigt. Noch am selben Abend. Ich werd eben mal ein bisschen Alkohol für dich holen. Ein Moment. Ja, natürlich. Komm, bitte. Moment, Ordnung. Galambar ist verschrecklich laut. Es war nicht die Bank, es war der General Store. Exakt. Moment, da, wo ich hinten auf dem Autohaus gestanden hab. Sir, entschuldigen Sie mal. Sehen Sie mal meine rechte Seite. Ja. Ja, ich wurd getroffen und zwar aus dem Laden heraus. Kann's also nicht gewesen sein, Sir. Das kann mich Sie da bestimmt mal kurz untersuchen, hinten in der Praxis. Kann ich selbst untersuchen, Sir. Ich schon den Alkohol. Ich bin keine Ärztin. Ich tue noch mal, ist bei den beiden drinnen. Ähm, ich leih mir mal Ihre Praxis aus. Der ist hinter sich. Was denn? Verzeihung, können wir uns? Oh. Oh je, oh je. Äh. Kann ich Ihnen helfen? Nein, können Sie nicht, danke. Wieder schön hin. Ich brauch nur Licht. Ich bin... ...eine der leitenden Ärztinnen hier, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Na, ich brauch nur Ihr Licht. Das hab ich ja jetzt, also... ...haben Sie mir schon geholfen. Vielen Dank, Ma'am. Wozu brauchen Sie Licht? Na, hier. Muss ich mir verbinden nehmen. Auswaschen. Und das wollen Sie selber machen? Wäre nicht das erste Mal. Ich kann Ihnen meine Hilfe nur anbieten. Wenn Sie sie nicht möchten, ist das in Ordnung. Na, der Licht hilft. Danke. In Ordnung. Wenn Sie meinen. Ich kann Ihnenそれは nicht mehr, Good job. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es gibt keine Bauchschmerzen, sterbentustend. Äh, ich dachte, er wäre für mich. Die brächten da raus und schossen direkt auf mich. Ja, wie geht es besser? Oh, ein Streifschuss. Es gab tatsächlich nicht. Wie soll ich sagen? Richtig Alkohol. Ja. Ah. Ist etwas. Wie geht es dir? Geht es besser? Ist es verkommen? Ah, ja. Ich habe es erwünnt und ausgewaschen. Hm. Sehr gut. Ist gut. Kannst du noch reiten? Klar. Ich bin schon unter... ...klauchschmörder geraten. Bäh! Da ist was das. Wein. Na, zum Wohl. So, kann ich hier wohl gehen, oder was? In Richtung Babys Ranch unter Ihnen. Ah, okay. Na, ist gut, der Stoff. War nicht so schlecht. Ich habe einen großen Bogen über Rhodes gemacht. Ja, exakt, exakt. Ich frage mich, wer das jetzt... Eine Farm. Ah, eine Person. Schwarz gekleidet. Ich glaube, ich weiß... ...schnell genug, aber... ...schon, wer das war. Gar keinen mehr. Es kam niemand mehr, also... Möglicherweise. Ich habe eine Vermutung. Hm. Ich habe die ganze Zeit nach einem... ...Fax geschrien. Hm. Du musst, äh... ...nach San Deniz. Ich weiß nicht, ob ich hier weg kann. Warum? Oder soll ich einfach reiten? Nein, weil der Sheriff sagt, ich soll hier sein. Wenn es so... Ach mein Gott, warte mal. Warte, ich, äh... Ich guck nochmal über den Waffenhändler rein. Indianer. Gut, Sir. Wenn das dann alles ist, war mir ein Vergnügen... ...ein schönes Städtchen zu besuchen. Hm. Was... Pass dir nur auf wegen der Indianer auf dem Weg... ...nach Osten. Keine Sorge, Sir. Wir werden beschützt. Hm. Das ist doch gut. Oh mein Gott, immer so am Glück. Was meinen Sie mit Indianern? Ich hab dem Eigentümer eine Nachricht hinterlassen. Oh, da statt. Ah, wird besser, ne? Mit dem Wunden ausspielen? Doch, doch. Geht schon mit dem Reiten. Scheiße. Ich gucke mal heute. Wenn sie noch langsamer reitet, dann... ...reite bitte an ihr vorbei. Ah. Mach, die stört nicht. Die Luft ist aber auch tatsächlich ein bisschen besser... ... als in Sonnenies. ... als in Sonnenies. Verdammt. Ist sie das? Ah. Ah, fantastisch. Siehste, es hat doch etwas gebracht, das die uns nicht kennen. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Gut. Wie nach siehst du dich um? Ich glaub, das hat sie schon. Das hat sie nicht. Ach, das war wirklich fantastisch. Ja man, einer der Arztsuchenden hatte mir tatsächlich noch eine Perlenkette geben können als kleiner Lohan, das ich ihn untersucht habe. Ich hoffe, die wird er nicht vermissen. Ach, jetzt bin ich so wieder... Was war denn da los? Ein Überfall. Die haben den Generalstops genommen. Aber ihr habt den nicht gesehen? Also wer es war? Der hat sogar auf mich geschossen, kleiner Dicker. Wann haben die dich euch verdächtigt? Toll. Na klar, das wird uns immer wieder passieren, wo wir auch hinkommen. Ist doch normal. Aber der kleine Dicker ist entkommen? Ja, anscheinend. Hat mir sogar einen verpasst. Oder? Hat meinen Bauch getroffen. Also Streitschuss nur, alles gut. Und... Achso, Entschuldigung. Ich nutzuliere so leise vor mich hin. Was sagst du? Ich sag, das war so ein kleiner... kleiner Dicker, Schwarz, mit Maske. Jaja, aber habt ihr ihn gesehen, wo ihr entkommen ist? Jaja, der rannte noch einmal an mir vorbei. Aus der Stadt. Ich hab von dem sogar einen Streitschuss abgebekommen. Ach, das gibt es ja nicht. Nein. In einer Ära. Ja, aber gut zu wissen, dass wenn man diesen Store überfällt, dass es, naja, mit so einer Sirene gekoppelt ist. Ah. Das wusste ich bisher auch nicht. Ja, und das gerade in so einem Kaffee. In Sonnyny hätte ich mir das noch gedacht, aber hier... Na ja, in Sonnyny würde es doch dann ähnlich sein, oder? Absolut. Da müssen wir aufpassen. Früher war das echt einfacher. Das sollten wir auf jeden Fall auch machen. Frage zu. Vielleicht sogar auch in Valentine, oder vielleicht in Rhodes? Ein Überfall? Exakt. Naja, aber... Dann müssen wir vorher schauen, wie das mit dieser Sirene funktioniert und sie irgendwie ausstellen. Brauchen wir nicht. Wir müssen nur schnell genug sein. Exakt. Schnell rein und wieder raus. In Rhodes ist gut, der hat einen Hinterausgang, da kann man gut die Pferde hinstellen. Und der ist schnell weg. Na dann machen wir das in Rhodes. Gut, aber ich würde vorschlagen, dass ich dann wieder euer Alibi bin, falls ihr doch auffliegt. Wir müssen uns sowieso umziehen. Aber jetzt erst nach Sonnyny... Jaja, das werden wir nicht heute machen. Generell sollten wir auch mal einen Überfall machen. Wir könnten ja eine Gaselname dann machen. Naja, es wird gut geplant sein. Wo ist unser Rückzugsort? Wollen wir den im Bayou haben? Fragen über Fragen. Ich glaube, diese Miss Johnson aus der Apotheke ist furchtbar reich. Die regt sich immer auf, dass sie so viel zu tun hat und dass sie das ganze Land beliefern muss. Ach wirklich? Sie meinte immer, früher hätte man immer gefragt, wenn man nach einem Arzt gesucht hat, hätte man erst nach ihr gefragt und dann nach den Ärzten. Ich glaube, sie ist furchtbar eingebildet. Hm. Und dieser andere Typ? Äh... Starker? Den alle hassen? Starker? Hat der Geld? Den könnte man nehmen. Den? Weiß ich nicht. Über den weiß ich nichts, außer dass sie ihn alle hassen. Aber... Naja... Den wird ja auch niemand vermissen. Also wäre eine Geiselnahme ein bisschen umsonst. Naja... So wie ich das... Einschätze... Mag... Mögen Leute zu leben. Jaja gut, aber wir könnten nur ihnen quasi dann erpressen. Ja. Einen hohen Würdenträger würde wahrscheinlich zu viel Aussehen erregen. Ach, ist scheißegal. Wir nehmen, wen wir unter die Finger bekommen. Hm. Ah, aber die Bootfields. Hm. Ob wir die mitnehmen können? Ich meine, Jimbo... Ach... Ja, ich weiß, was du über ihn denkst. Aber wenn's drauf ankommt... Dann kann man sich schon auf jeden Fall lassen. Kann man nicht. Er verrät einen. Er redet mit den Leuten die ganze Zeit. Und das Schlimmste ist... Er respektiert mich nicht. Ja, wir könnten Jimmy mitnehmen und ihm einfach was anderes erzählen. Wir sagen dann einfach, ähm, wir müssen einen furchtbar gefährlichen Mann ausschalten. Er bedroht, äh, Frauen und Kinder und... Möchte den Sumpf trockener legen und alle Tiere töten und... Oh. Jan ist die Anführerin. Jan entscheidet das. Ja, wir müssen Jimmy manipulieren. Ich kann nur sagen, was ich da zu sagen hab und das hab ich gesagt. Aber ich mach, was du sagst, Jan. Was ist mit Brando? Brando? Naja, der ist echt alt geworden. Der stürzt viel und... Weil er am liebsten immer schlafen und... Zu den Bautfills kann ich nur sagen. Ich hab's ihm nichts zu gebrauchen. Naja. Nein. Ja, zu den... Was ist hier rechts rum? Oder wollt ihr durchs Bayou? Alle drei nicht. Das geht mir auf den Senkel. Das Problem ist... Das Problem bei denen ist einfach, wenn die zu viel Zeit zum Nachdenken haben. Aber wenn's um Action geht, sind die voll dabei. Nein, Jimmy war doch das letzte Mal fast am Heulen, als wir die Kutsche... Also... Er hat... Ich weiß gar nicht mehr, zwei oder drei Menschen erschossen. Ja? Einen in den Rücken geschossen. Dann hat er so getan, als wäre es ganz furchtbar gewesen. Ich sag doch, wenn die zu viel Zeit zum Nachdenken haben... Wir brauchen noch eine vierte Person. Wie kriegt... Also... Können wir das nicht machen, dass er irgendwie noch einen brauchbaren... ...Personen bekommt? Ja... Wäre mal ein interessanter Gedanke. Werde ich mal drüber... Vielleicht werde ich mal die Loas befragen. Einen richtigen Soldaten. Ja, dem geben wir dann einen coolen Namen. Ich weiß nicht, ob man einfach so eine Seele erschaffen kann, aber... Meine Güte... Wohin reiten wir denn gerade? Sonnenies. Ah... Da vorne kürzen wir gleich durchs Bayo ab. Immer was dagegen? Nein. Bayo ist gut. Vielleicht finden wir auch alle verirrte Seele dort. Wenn du mich fragst, dann... ...willen die Boatfields in dem Sinne auf eine wichtige Rolle, dass sie vielleicht dich prüfen. Dich auf den Weg bringen. Dich fordern, damit du wächst. Ich weiß nicht, ob ich das kennkriege. Ich will das gar nicht. Ja, wir alle wollen nicht, was wir haben. Was soll ich denn machen? Soll ich einen von denen verprügeln? Schläge schaden nicht. Durch Schmerz lädt man. In Orten. Weiter, das Nachtfolg. Ja, sie klicken. Oder wollt ihr ihnen zeigen, wo der Hammer hängt? Wir zeigen ihnen, wo der Hammer hängt. Dann absitzen. Wo ist das Nachtfolg? Hinter uns. Links. Oh, verdammt. Ich muss vorne... ...brennen. Nicht verwechseln, bitte. Ja. Ja. Schan ist ganz schön mutig, dass sie da vorgeht. Ah, sie hat halt eine Schrotflinte. Ah, sie hat halt eine Schrotflinte. Ich bin eins mit dem Chattern. Tatsächlich bin ich in der Ferne zu nix nütze. Ich muss nach vorne. Ach, fantastisch. Oh, meine haben nichts. Habt ihr Sachen bekommen? Ja, ich hab welche. Hm, fantastisch. Gib sie dir. Reiter da hinten. Wo? Der ist zu weit weg. Reitet bei diesem anderen Tavernenort da hinten weiter. Ja. Wir sollten... ...wirklich öfters ihrem Sumpf sein. Ah. Jimbo wirklich. Wisst ihr, was er gesagt hat? Was? Er hat gesagt, es wäre eine Ansage gewesen von mir, dass wir uns nicht mehr in Sonne nie aufhalten sollen und jetzt nur noch im Sumpf sind. Habe ich diese Ansage wirklich gemacht? Ich kann mich daran erinnern, dass ich gesagt habe, wir werden weniger in Sonne nie sein und mehr in Sumpf. Ja. Das habe ich gesagt und ich verstehe ja nicht, wie er auf so eine Scheiße kommt. Ich bin wütend darüber. Wie gesagt, wenn sie zu viel nachdenken... Ja, weißt du, mein Problem ist, dass irgendetwas gesagt ist, was ich einfach so gar nicht gesagt habe. Ich bin so wütend! Ich muss mich mit dieser Scheiße auch noch abflagern! Ich kann mir vorstellen, das ist bei denen wie stille Post. Der eine hört das, dann sagt er es dem Nächsten und der sagt es dem Nächsten und der sagt es wieder dem Ersten und dann kommt es komplett falsch an. Es ist so verfluchtnervig, wirklich! Wir haben so viele Sorgen! Und dann muss er... Es ist doch wirklich... Ich kann das nicht! Das musst du auch nicht! Du musst gar nichts! Lass sie laufen! Sie kommen zurück! Und dann werden sie es verstanden haben! Er muss diese Reise machen! Und wenn er zurückkommt, wird er ein wahrer Sohn des Bayou sein! Vertrau mir! Ich habe es gesehen! Vielleicht war das Gespräch heute ein Fehler! Ich hatte gehofft, dass ihn das auf den richtigen Pfad bringt! Aber er ist trotzig wie ein Kind! Also muss er erst erwachsen werden, bevor er zurückkommt! Vielleicht... Vielleicht wird er ein paar Fehler machen! Ich habe es gesehen! Ich bin mir sicher! Ignorier ihn! Schlag ihn! Sei lieb zu ihm! Was auch immer dir am besten tut! Er wird zurückkommen! Wir haben es zu klein! Ah, weiß nicht! Oh, Scheiße! Was? Was ist los? Sie will wissen, wo wir uns treffen! Und ich kriege... Scheiße, mich schon nicht beruhigt! Äh... Ganz ruhig! Vor die Kirche! Ja, beim Büchsenbacher! Gute Idee! Jetzt gleich! Okay, bis gleich! Bei der Büchse vor der Kirche! Manchmal weiß ich nicht, ob ich die Maske aufhabe oder nicht! Wir werden jetzt etwas sehr Dummes machen! Ich bin dumm! Vielleicht ist... der Monsieur da! Der Monsieur? Ja, Lord! Ah! Den werden wir erzählen, wer Mina ist! Bist du sicher? Ja! Ich lass das Pferd hier! Exakt! Ich bin sehr sicher! Sonst kriegen wir ein Problem! Später! Na gut! Du weißt, ich vertraue dir! Ja! Dann verlieren wir einen Verbündeten! Es ist jetzt besser, alle Garten auf den Tisch zu auen vor ihnen! Treffen wir ihn gleich da! Vor meinen... Vor meinen Kasach! Mal überlegen! Mal überlegen! Gut! Gut! Ich bin wach! Und ich nicht mehr betrunken! Ich bin nicht mehr betrunken, weil der Wein schon seine Wirkung nachgelassen hat! Ich bin wirklich müde! Wir bleiben nicht lang! Nur solange es nötig ist! Und dann legst du dich gleich hin! In Lakai! Das ist... Ja, das ist auch so! Ich bin müde von diesem... ganzen Gerede! 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 Ich will auch endlich mal was machen! Was werden wir? Segen wäre wir sehen! Wir sind nicht die schwachen Leute! Ich muss am Wochenende mit ein paar Leuten reden! Die nächsten Tage werde ich nicht da sein! Na großartig! Du schaffst das auch ohne mich! Mit dem Bootfields? Nein! Die verraten uns doch an Timothy! Komplett alles! Wir können uns... Wir können nicht verweint sein mit denen! Ah gut! Was will er Ihnen denn verraten? Was uns schaden kann? Alles über uns! Alles wird er über uns verraten! Er hat mir versichert, dass er niemals das Haus verrät! Ach natürlich! Wer war das erzählt? Ach natürlich! Wer war das? Hm? Eine schwere Prüfung für uns alle! Eine schwere Prüfung! Dein egoistisches Verhalten! Das ist keine Prüfung! Es ist eine Qual! Ich habe keine Lust darauf! Reden wir nicht mehr darüber! Er kann doch machen, was er möchte! Aber er... Ach mein Gott! Er soll mit uns reden! Er... Ich habe kaum mit ihm geredet! Wirklich nicht! Seit wir er die ganze Zeit in Sonnenies ist! Haben wir kaum miteinander irgendwas zu tun gehabt! Hey! Und ich fühle mich verarscht! Wirklich von ihm! Er war auch dabei! Als wir darüber geredet haben! Als wir unsere kleine... Kleine Bande gegründet haben! Er war doch selber dabei! Er hat doch den Plan geirrt! Was soll also diese Scheiße jetzt? Es macht mich sehr wütend! Und deine Wut ist gerechtfertigt! Hm... Kurz eine andere Frage! Auch wenn ich deine Rage noch sehr ungern unterbreche, weil sie sehr gesund ist! Wenn uns die Italiener auf uns zukommen! Soll ich die Waffe ziehen und sie fernhalten? Nein! Nein, verstanden! Die werden uns nichts tun! Bist du sicher? Ja! Wenn sie uns etwas tun, werden wir denen... ...für immer etwas antun! Ganz einfach! Wir sind nicht immer zusammen! Wir sind auch mal alleine! Ja! Wir hatten einen alleine! Exakt! Das wissen sie auch! Wer ist das? Japaner! Perfekt! Ja! 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 Das ist doch nicht so interessant! hervorragend war was für eine schöne nacht da draußen nicht hier will die waffe wohnung warten sie einen moment ist zufällig richter morgul hier gewesen ja bei ihm handelt es sich um einen vater ich muss zuerst gehen und ihn holen damit wir die waffe holen können mit minuten ich bin gleich zurück und dabei vielen dank entschuldigen sie bitte dass ich mich vor gedrängt habe die herrschaft das ist schon in ordnung ok bitte kommen sie mit oh ich will ihnen gerne etwas anbieten aber ich habe nur noch ein flaschen milch ich würde ihnen gerne was anbieten als kleines gast geschenk nur für sie falls sie mal nicht schlafen können sie wollen sie auch mal unser opium kosten sehr gerne okay irgendwann mal vielleicht nicht schlecht wo hat die majestäter ihnen erzählt was wir von ihnen erwerben wollen und so ein süßer westliches brot hatte wirklich hunger nun ja es gibt wohl diverse dinge die sie hervorragend habe ich heute selbst gemacht okay okay ich konnte nicht aufhören zu lachen heute als ich es probiert habe man fliegt nun unter anderem können wir ihnen das liefern natürlich aber auch alles was sie so brauchen mein paar hat mich viele dinge gelernt benutzt die pflanzen stelle die bandagen her von salben riechsalz wenn sie es brauchen lassen sie ruhig meine jacke an es ist unglaublich glauben sie mir das ist alligator leder eingewachst greifen sie ruhig richtig zu okay er atmet noch alles gut ich glaube wir hätten ihm das zeug danach geben ich wusste nicht dass er es gleich ja dann müssen wir anscheinend mit ihnen reden ich habe doch keine ahnung ich bin nur ein helfer nein wie viel möchten sie denn haben möchten sie 500 bandagen haben natürlich kein problem nein gut in ordnung tausend das wird ja mal ein bisschen kosten aber wir werden die bestellung dann fertig machen hundert hundert ich will hundert hundert wollt ihr abend in ordnung schmerzsalbe bestimmt auch 50 abend nicht wahr ich weiß nicht Sensor erhält mir ey du oh was ist los ich mache die bestellung direkt fertig nein 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 ist der geil vielen Dank oh meine Pfeife ist noch andere ach je ich habe tausend bandagen bestellt ok oh Barker jabbenei was hast du bestellt doch ne hundert hundert habe ich bestellt hundert hundert bandagen oh Moment bitte nehmen sie mich bitte nicht ernst ich habe hier nichts zu sagen oh oh was haben sie denn alles was auch die Apotheke hat alles zu einem besseren Preis in einer besseren äh Qualität oh Sumpfqualität doch mhm oh super ich kann doch gut werden ok was habt ihr denn zu einem besseren Preis bei Bandagen tatsächlich Bandagen müssen wir noch gucken äh weil wir brauchen Baumwolle und die müssen wir tatsächlich irgendwo anders erbeziehen wo wir es ein bisschen günstiger bekommen sonst ist der Preis ein bisschen zu oh bei Nolands Ranch vielleicht Nolands Ranch in Ordnung oh bei Hotos oh was wäre denn jetzt von dem Dicken der Preis von der Baumwolle ach von der Baumwolle ach von der Baumwolle von der Bandage oh wenn die die Bandagen jetzt herstellen würde äh jetzt würden die mhm 1,90$ kosten deswegen das ist viel zu teuer oh 1,90$ ja das ist aber viel zu teuer die Apotheke die möchte da weniger für tatsächlich oh aber lieber gebe ich euch das Geld als dieser ekelhaften Frau mhm aber warten wir noch wir wollen unbedingt dass der Preis trotzdem weniger für euch ist weil natürlich wollen wir uns besser setzen oh ein Überfall aber welch ein Wunder auch ihr in Sonne nehmen ich hoffe nicht bei ihnen in ihrer Läden Sir oh natürlich nicht wir haben keinen Alarmglock an mhm oh bei uns mal von einem Meter würden sie füße hören äh oi 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 wie ist das genau für alles äh fragen sie es nur nicht direkt in die Wunder ein Schwellung Schmerz lindernd und natürlich heilungsbeschleunigend und Kräutertonicum und Kräutermedizin wofür ist das gut Magenbeschwerden Kopfschmerzen Sir oh Sir ich habe das Verlangen meine Waffe rauszuholen Sir äh oh bitte tun sie sich keinen Zwang an ich kaufe ihnen direkt eine neue äh Verkauf gut oh aber hier dürfte ihnen ja nichts passieren egal bei wem naja für Kräutertonicum bräuchte ich persönlich nur eine leere Flasche Madame Leclerc wirklich nichts aufwändiges können wir einen sehr geringen Preis machen oh wo ist der Unterschied zwischen Tonicum und äh und dem äh und der Medizin nur die Medizin ist bei leichten Beschwerden haben sie leichte Beschwerden in einem dieser Bereiche die ich gerade genannt habe nehmen sie die Medizin nehmen sie die Medizin nicht brauchen sie später das Tonicum Sir oh ok und was sind die Preise von den beiden gering oh wie gering nun das haben wir noch nicht genau besprochen aber im Prinzip habe ich keine großen Herstellungsgebühren was will denn die Apotheke dafür ich kenne mich da nicht aus aber ich glaube 2 Dollar oder 2,50 oh meine Güte 2,50 das können wir unterbieten Sir da werden sie wirklich ausgenommen Sir wirklich? wirklich oh Demis Johnson ist eine ganz unschöne Frau also sie ist hübsch aber vom Charakter her sehr schrecklich ich kenne sie nicht kann deswegen nicht beurteilen ob sie hübsch ist oh stimmen sie mir zu macht den Preis besser 1,50 oh wirklich? ja ok oh würde ich davon schon mal 20 ordern oh fantastisch oh ich würde auch wenn sie sobald sie Bandagen Baumwolle bekommen oh würde ich auch 50 Bandagen ordern 50 in Ordnung oh riechsalz könnt ihr das herstellen? können wir es oh was würde das kosten so ein kleines Packchen oh riechsalz ist natürlich sehr aufwändig das herzustellen Sir ja natürlich ja ich denke aber auch hier können wir durchaus die Apotheke mit ihrem Preis unterbieten ich weiß nicht was die Apotheke für riechsalz nimmt oh ich glaube oh ich bin nicht sicher entweder 5,50 oder 3,50 dann können wir locker glatt 5 machen Sir oh wirklich oh joshi willst du kurz zur Apotheke fliezen und kuchen? mhm hi Arigato aber wie gesagt ich kenne mich da nicht aus Madame Leclerc legt die Preise fest oh sie ist ja auch die möglicherweise ja möglicherweise oder schon wirklich Sir oh sie sagt doch möglicherweise es gibt eine Menge Leute im Bayo die sagen würden ganz bestimmt oh vielleicht oh wie soll ich sagen oh ich habe heute ein paar Verträge abgeschlossen oh mir gehört quasi über die Hälfte von Rodos ach wirklich aber ich glaube die Gewerbe aufgekauft haben ach welche Gewerbe besitzen sie wenn ich fragen darf oh den Buchsenmacher den Kutschenbauer die Teestube die Tabakplantage den Tischler in Rodos und den Salud in Rodos die wachsen wie nennt man das im Wirtschaftsjargon oh expandieren sind sie sicher Sir oh ich denke ja dann wird es wohl so sein dann äh extrahieren expandieren sie Sir ok oh was können sie noch für Wundermittel herstellen oh haben sie schon mal die Sumpfseife gekostet Sir äh nicht gekostet ausprobiert oh wonach schmeckt die denn noch nach Alligator das kann nicht wir so machen dass das nach Alligator schmeckt oh bitte nicht oh was kostet die Seife dann das oh wenn ich in Rodos bin das müsste ich nochmal nachsehen das äh das kann ich ihnen nicht genau sagen oh machen sie einfach 20 fertiger in Ordnung oh machen sie einen guten Preis ich vertraue ihnen möglicherweise Geschäftsfrau die Preise sind gut also es wird auf jeden Fall nicht mehr als die Apotheke sein oh ich hoffe viel günstiger hast du hast du noch das Getränk was ich dir heute gegeben habe Soda Himbeer Soda naja wie wäre sie so dass oh hat das auch medizinische Wirkung oder prickelt das nur auf der Zunge naja teilweise schon aber alles prickelt gut auf der Zunge oh wirklich alles auch die Seife ich muss ihnen Geständnis machen an dieser Stelle oh bitte nicht oh ich habe jetzt noch keine Frage aber oh ich bin nicht interessiert aber haben sie vielen Dank ich danke ihnen auch Sir aber es geht nicht um körperliche Anziehung Heiligen Gott auch wenn ich mich ihnen seelisch ein wenig verbunden fühle es geht um die Seifes ich muss ihnen da wirklich ich habe die Seife nie probiert oh Hauptsache sie wäscht mich sauber naja füllen sie meine Haare die sehen zwar struppig aus aber sind samtig weich oh und der Hut ist etwas fettiger wenn ich ehrlich bin naja ist nicht gut belüftet unter dem Hut ich bin noch lange unterwegs gewesen aber ihre Spitzhorn Glänzung gefällt sie Sir oh wirklich sehr schön noch oh ich denke sie es würde meinen Bart stehen ich denke auf jeden Fall was schätzen sie wie alt ich bin Sir mit einem Anwand hat meine Haare und so oh 15, 16 ha 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 sie fragen sie mich alter Schmeichler überlege ich mir das gleich nochmal mit dem angezogen sein fühlen so ich bin ich weiß nicht genau wie alt ich bin aber ich bin ungefähr Mitte 40 Sir oh wirklich? ja sehen sie sich das kraftvolle Schwarz an Sir es ist einfach fantastisch oh glauben sie mir was ich schon alles erlebt habe ist meine Haare eigentlich grau sein oh wie nennen sie ihre Seife? Seife 5 ist Glück oh ja vielleicht vielleicht der Schrecken des Schmutzes oh oder des Schmutz ins Schrecken oh oder sie machen kleine Seifen Sticker oder wie und machen daraus kleine Rougarou Figuren und dann nennen sie es Flecken Zwerge oh hervorragend gefällt mir Sir oder 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 wie wäre es mit Bayugold oh oh okay okay ich nehme 5 mehr also 25 Meter 25 Säfer oh Verkaufsschlager oh und was kostet das da? was denn? wir können natürlich auch Schläge äh verkaufen das haben sie doch gerade gesagt, nicht wahr? oh nein, er sagte Verkaufsschlager sodass er sich gut verkauft, glaube ich oh, bitte nicht doch oh Yoshi, was kostet Riechsalzer? 3 Dollar ach, guck mal oh, wollten sie mich über den Tisch ziehen? nein, okay ja, sie haben mich schon wieder durchschaut, Sir oh, natürlich okay, dann würde ich auch noch oh, was denken sie? was sie für ein Riechsalz brauchen? äh, nehmen naja, auf jeden Fall weniger, Sir oh, direkt einfach mal mit 2 Dollar, dann würde ich auch 10 nehmen das kann ich noch nicht bestätigen, aber das können wir gerne so machen und sonst halt für den Wert warte, sie wollen 3 Dollar pro Riechsalz haben und 10 und 10 bestellen mhm, interessant und oh, die möglicherweise Konigin hat äh gegengift angepriesen, dass sie deine Experte sind doch für die Schlange Gold absolut, Sir okay, oh okay, da wissen sie natürlich auch den Preis noch nicht gegengift ähm, haben wir ja, das ist leider etwas teuer bei den Alkohol was komplett dafür herstellen müssen oi 2 Dollar 50 ooooh, okay, nehme ich auch, äh, 10 Stücke Ordnung na, glauben sie mir, das ist eines der besten Gegengifte überhaupt oh, natürlich ruft da wer oi, okay, was habe ich jetzt alles bestellt? ist, du so, vielleicht war es doch nur die richtige Entscheidung für uns, ihn das Opium zuerst zu geben oh, das könnte sein noch Glückliche Kunden sind gute Kunden, Sir. Oh Mann, Sie machen mich noch zum richtigen Geschäftsmann. Oh, natürlich. Ich bestelle Sie Brinkon. Fertigung. Aber wissen Sie, was mich am meisten freut, Sir? Was mein Herz quasi zerspringen lässt. Oh, mein schönes Anglitz. Quasi, Sir. Das Lächeln. Das Lächeln, das Sie haben, wenn Sie all diese Gegenstände bestellen. Ich freue mich schon auf Ihr Gesicht, wenn Sie die Sachen bekommen, Sir. Oh, ich mich nicht. Dann wird meine Tasche ziemlich leicht, glaube ich. Das wird Ihre Tasche überleben. Sie sind ein reicher und wohlhabender Mann. Da bin ich mir sicher. Oh, ich bin arm. Wettelarmer. Haben Sie schon mal einen nackten Mann in der Tasche gegriffen? Ich glaube, das wird schwer, weil ein nackter Mann keine Taschen hat in der Regel. Aber so viel Geld habe ich. Ein nackter Mann. Ich bin eine arme... Oh, wie habe ich letztens gehört? Eine arme Kirchenmaus. Das merkt man überhaupt nicht bei der Bestellung. Oh, vielleicht will ich Sie auch nur betrügern und mir alles einverleiben, ohne zu zahlen. Na, das wäre wirklich nicht gut. Oh, ich will ja nicht die Farbe von Ihnen abbekommen. Mhm. Ich habe letztens den... Wie ist der Purple Dog getroffen? Der hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Oh, der ist das so. Ich weiß nicht, der hat mich in den Trumpen gegriffen. Das bin ich, Sir. Ach, Sie sind das. Ich bin der Purple Dog. Was ist das mit dem einfachen Rätsel? Einfach? Marco, lass mich gut da stehen. Dumm Kopf. Ja, das ist innerhalb von... Sekunde. Eine Minute heratten. Oh, Sekunde. Oh, natürlich. Da bin ich mir sicher, Sir. Und wenn ich das sagen darf, Sir... Ihr Motto strahlt nicht nur gelb, es strahlt auch sehr blau. Deswegen mich das nicht überrascht, dass Sie das Rätsel so schnell gelöst haben, Sir. Oh, aber was ist Motto? Und warum gelb und blau? Ihr Licht, Sir, ihre Seele, was auch immer Sie es nennen möchten. Oh, das hat sie jetzt schon verkauft. Nein, Sir, aber vielleicht würden wir irgendwann mal darüber reden, Sir. Oh, was bedeutet denn gelb und blau? Ich glaube, blau heißt, du bist schlau. Oh, okay, das weiß ich noch. Auf jeden Fall, ein offener Geist, wissensdurstig, wissend, den Horizont sehend und darüber hinaus gucken wollen, wissen wollen, was dahinter ist. Oh, Yoshi, du warst nur blauer, hey? Ich war blauer. Oh, ich bin besser als du, Bacca. Naja, gelb ist in der Regel streben nach Glück oder Wohlstand. Oh, ich bin eine Wohlständige. Aber Mojos ändern sich, Sir, immer wieder. Oh, wirklich? Sie beeinflussen, welches Mojo Sie haben, Sir. Oh, hilft Opium. Oh, ja, Opium hilft sehr, Sir. Dann strahlen Sie. Oh, okay. Und wenn Sie mal alleine sind, dann tanzen Sie, tanzen Sie, bis Sie die Besinnung verlieren, Sir. Vielleicht sprechen die Loas zu Ihnen. Bitte was damit zu sagen. Na, die Geister, die Voodoos, wie Sie möchten. Oh, stimmt doch. Hat die Majestät erzählt letztens. Oh, ich erinnere mich. Okay, aber kurz zurück zum geschafflichen Bieter. Was habe ich alles bestellt? Alles. Kräuter, Tonicum, 20 Mal, Bandagen, 50 Mal, Riechsalz, 10 Mal, Seife, 25 Mal gegen Gift, 10 Mal. Da haben wir natürlich noch zwei wunderbare Waren, die ich Ihnen noch darbieten möchte. Es geht nämlich um Alkohol, über das wir noch geredet haben. Oh, was für ein Alkohol. Genau, den reinsten Alkohol, den man gebrauchen kann für vielleicht nicht so stärkeren Alkohol wie Whisky oder sowas. Oh, ich verstehe. Oh, ich denke, da werden wir in ein paar Tagen drüber reden. Ach, fantastisch. Aber wenn wir im Moment noch kein Interesse dran haben. Weil wir sind noch in einer verzwickten Situation, was das Recht angeht, um ihn zu vertreiben. Ja, und bedauerlicherweise bin ich in den nächsten Tagen auf einer kleinen Reise. Oh, ihr habt noch auf Lade. Oh, wenn Sie so wollen, ja. Oh, ist nicht schlimm. Wir werden uns bestimmt danach sehen. Ja, deswegen. Ich werde natürlich so viel versuchen zu schaffen, wie ich kann. Oh, machen Sie sich bitte keinen Stress. Machen Sie so, wie Sie können. Sir, wenn ich Ihnen eine Frage stellen darf, wirke ich wie ein Mann auf Sie, der sich hier oft Stress macht? Oh, um ehrlich zu sein, nicht doch. Danke Ihnen, Sir. Mein Mojo ist in der Regel Purple, Sir. Oh, ich verstehe. Bedeutet gemutlich. Sowas in der Art. Oh, faule. Nein, ich bin ein Bokkus, Sir. Ein Priester. Was für ein Dingo? Ein Priester. Oh, haben Sie auch einen Schreiner? Oh ja, Sir. Und heute habe ich einen weiteren gefunden in der Nähe von Valentines, wunderschön. Ja, es ist unglaublich dort, Sir. Wenn Sie möchten, nehme ich Sie mal dort mit. Oh, sehr gerne. Aber gibt es da auch Rooka-Rookus? Was für Dinge? Ich habe keinen gesehen. Oh, das sind so viele Menschen, Fleisch oder Essung. Oh, und die wandeln sicher. Wenn wir dabei sind, sollte das nicht passieren. Oh ja. Okay. Oh, wieder zurück zum Geschafflichen. Oh. Oh, was ist das zweite Produkt, was Sie mir anbieten wollen, dann würde? Die Lippe. Achso. So, da haben wir ja schon geredet. Oh, Sie haben ja gesagt, und dann noch ein zweites, oder nicht? Exakt. Die Lippe. Lupe? Lippe. Lippe. Ihr auch manchmal das Gefühl, dass eure Lippe ein bisschen spröde ist und trocken? Oh, hey, natürlich. Das ist Vaseline. Auch bei anderen Dingen. Welche denn zum Beispiel? Erklären Sie es mir davon. Naja. Wenn Sie mal in eine gewisse Gegend nicht reinkommen, mit einem Körperteil. Oder nicht wieder raus. Kann ja auch mal passieren. Oh, Yoshi. Sollen wir das mal probieren? Nein. Okay. Auf jeden Fall kann Vaseline da helfen. Der meint doch mit dem Finger in die Nase, oder nicht? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder... Oh, ich kann dir da helfen. Ich weiß nicht, ob Sie... Ich kann mal mit Vaseline einschmiere. Ich weiß nicht, ob Sie Löcher in den Wänden haben, Sir. Aber... Es gibt ja kleine Leute, die das nicht wissen und ihre Hand da reinstecken in dieses Loch. Dann kommen Sie nicht wieder raus aus dem Loch und Vaseline kann dir helfen. Haben Sie das Problem manchmal? Wenn ich meine Hand mit Vaseline einschmiere, komme ich auch besser rein in das Loch. Absolut, Sir. Sie haben es verstanden. Oh, Yoshi. Hörst du das? Oh, dann kannst du handwerkliche Arbeiten durchführen. Was? Oh, okay. Wir nehmen jetzt Sie. Ich habe mich überzeugt. King sucht Knochenschleim, äh, Lein. Oh, Knochenschleim. Können Sie das herstellen, oder? Eins, ich bin kein Fischer. Oder, 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 oder. Mein Paar hat das früher gesagt. Ah, vielleicht ist der Schreiner dafür zuständig. Hm. Naja. Oh, haben wir auch Wundsalbe bestellt, oder? Tiermedizin wäre noch ein Thema vielleicht, falls Sie das brauchen. Oh, wir kaufen neue Tiere, wenn die verletzt sind, doch. Ah, verankt. Naja, als armer Mann ist das natürlich sinnvoll, Sir. Oh, natürlich. Oh, wir sind auch arme Männer. Wundsalbe habt ihr nicht gekauft. Oh, mach bitte zehn Stücke. Oh, Momo, mach dir keine Sorgen. Das brauchen wir alles. Oh, Momo, geht es dir gut, doch? Oh, mach dir keine Sorgen. Du arbeitest da schon wieder rein, das Geld, doch. Oh, Sie müssen wissen, mein Bruder gibt ungern eine Geldauswahl. Ist der Sparfuchs, doch? Ja, wenn sie nicht so viel Geld hat, macht das auch Sinn. Oh, natürlich. Oh, wissen Sie, er verdient das immer sehr schwerlich. Und ich lebe es immer mit beiden Händen aus. Oh, okay. Oh, was haben Sie da gesagt? Guter Einwand. Die Teestube. Oh. Da wollte man ja gerne eine Chance abhalten. Oh, mit den Karton. Exakt. Oh, haben Sie doch noch nicht mit Yuki geredet, doch? Oh, noch nicht, tatsächlich. Oh, am besten reden Sie da mit ihr. Das ist die Chefin, das ist die Reiche. Er hat heute sie getroffen, tatsächlich. Er hat ein bezauberndes Kleid, ein japanische Seid oder so. Wirklich fantastisch. Oh, ja, dann würde ich am besten Sie an Sie verwalten. Ich kann da nicht viel zu sagen kommen. Oh, die macht mir die Hölle heiß. Das ist wahr. Oh, ich muss sogar meine Schuhe ausziehen. Da muss ich nirgends wo. Schuhe ausziehen, Sir. Dann wären Ihre Füße doch ganz schmutzig. Oh, das Lokal ist sehr ordentlich. Darum muss man die Schuhe ausziehen? Oh, muss man nicht. Nur wir. Aber fragt Sie mich, warum? Das ist ein kulturelles Ding. Das ist ja fantastisch. Das ist sehr gut zu wissen. Dann werde ich jetzt auch die Schuhe ausziehen. Ah, besser nicht. Warum nicht? Wir haben jetzt keine Füße eingestellt. Nichts, alles gut. Oh, haben Sie eine Salbe gegen stinkende Füße? Nein, das ist Zeit. Sie bringen mich hier in eine sehr brenzlige Situation von meiner Chefin. Oh, aber mein Motto ist doch blauer. Ich bin ein schlauer Fuchs. Oh, ich bin tatsächlich ein sehr schlauer Fuchs. Ich habe gerade eine wunderbare, tolle Idee für euch alle. Oh, bitte. Erzählen Sie es mir. Vaseline auf die Füße, unter die Füße und damit kann man richtig wunderbar rutschen. Das wird doch so ein Heidenspreis machen. Oh, zeigen Sie es mal, bitte. Sehr gerne. Damit kann ich dir richtig tief in den Arsch treten. Nicht Ihnen. Oh, Bacca, willst du mir in den Arsch treten? Ist das ein schönes Gespräch? Oh, Mann. Na, was Sie machen mit Ihren Inter mit der Vaseline? Na gut, ist nicht meine Sache. Ich überhaupt nichts, ich bin da raus. Gut, gut. Ich will nicht zu viel über meine Vaseline anpreisen, aber ich habe es mal an einem Typ im Bayou verkauft. Der hat danach einen Alligator geheiratet. Eine wahre Geschichte. Oh, einen richtig echten mit den Zähnen. Ich will auch nicht sagen, dass das was mit meiner Vaseline zu tun hat, aber... Oh, war vielleicht Liebe auf den ersten Blick. Ich will nur sagen, vorher konnten Sie sich nicht leiden und danach waren Sie verheiratet. Also selbst die Trauung durchgeführt, Sir. Oh, ich frage mich, wie die Hochzeitsnacht aussah. Das überlasse ich Ihrer Fantasie, Sir. Aber mit der Vaseline bestimmt gut, Sir. Hey, den Gott. Oh, das will ich mir gar nicht vorstellen, euch. Aber Sie tun es, Sir. Blaues Mojo. Und Sie haben Fragen, viele Fragen, Sir. Das habe ich wirklich. Oh, Yoshi, wir machen nach euren Experimente. Dann bin ich geschlafen. Oh, dürfen wir gleich in den Suchen, wir müssen was testen. Nein, nein, nein. Das kannst du vergessen. Oh, kreis. Warte mal, warte mal. Ich kann nicht mehr. Ich habe vom Purple Dog einen Schutz bekommen. Den Knochen habe ich noch. Oh, wirklich? Du kannst mir gar nichts machen da drin. Oh, warum hast du einen Schutzknochen? Weil er mir ihn gegeben hat. Hi. Natürlich. Ich bin unsichtbar, hat er gesagt. Oh, ich kaufe auch fünf Stück, bitte. Ich kaufe. Wissen Sie was, Sir? Ich gebe Ihnen ein, dass Sie ja das Rätsel gelöst haben. Oh, also, bitte. Ich habe es nicht wirklich gelöst, Sir. Ich habe gelogen. Ich wollte nur schlau für kommen, bitte. Dann gehen Sie jetzt zurück. Oh, ich habe ihn nicht verdient, Sir. Ich darf bei solchen wichtigen Dingen nicht lügen. Oh, dann sieht man... Sir, ich darf Sie hier beruhigen, Sir. Da wir die Wächter des Bayou sind, obliegt es uns, wem wir diese Talismanne geben. Oh, krass. Denn wir sind es auch, die wir uns rechtfertigen müssen vor höheren Kräften als wir, wer im Bayou rumrennt. Deswegen sind wir auch teilweise so aggressiv, verfolgen die Leute, schießen manchmal sogar auf sie, wenn sie frisch sind. Oh, ich bin ehrlich. Ich war noch nicht einmal im Sumpf, glaube ich. Oh, dann kommen Sie her. Ich gebe Ihnen eine Kanutour, Sir. Oh, wirklich? Oh, da komme ich gar nicht aufzuhören. Oh, ich bock. Aber wir können ja alle gemeinsam im Zoom vielleicht einen wunderschönen Ausflug erleben, nicht wahr? Oh, so in die Richtung geht das so. Okay. Na gut, dann nehmen Sie das wenigstens. Dann will ich aber eine Pumpaction mitnehmen. Oh, ich habe meine Gelade. Natürlich können Sie ein paar von den Gatern schießen. Nur zur Verteidigung. Oh, Momo, wir machen eine große Feier mit Vaseline im Bayou. Kleidung damit erstellen. Mit Vaseline im Bayou. Oh, was machen wir diese Feier? Oh, ohne Kleidung. Oh, keine Kleidung. Oh, geht mir etwas schneller, aber ist okay. Äh, was nochmal? Vaseline lässt auch unheimlich gut Regen abperlen von der Kleidung. Das ist einfach nur ein Wundermittel. Und es ist keine Pomade, aber mein Gott, es funktioniert. Oh, Momo. Oh, weißt du, was der Doktor gesagt hat? Oh, er hat Vaseline auf eine Gater geschmiert und auf eine Mann und die sind jetzt verheiratet. Das ist eine wahre Legende, Sir. Ich glaube, ich werde jetzt 20 Vaseline aufschreiben statt sehen. Nein, nein, nein. Oh, okay. Machen Sie das bitte. Nein, nein, sehr gut. Das kommt doch auf dumme Ideen. Oh, aber die Felder-Trainerin hatte, glaube ich, Interesse an. Waselina. Und zwar hier ist man dann am Steller. Naja, kaufen Sie sie von uns und verkaufen Sie sie, ihr gelbes Modus. Machen Sie nur 5 Vaseline, bitte. Oh, oh. Wieso denn jetzt noch 5? Oh, ich kann das nicht recht fertiger. Bei unserem Schatzmeister. Aber wir haben ja noch sehen gesagt, ich habe jetzt den Stern, ich mag das jetzt nicht. Machen Sie 5 Euro dafür 10 Kräuter-Tonikum mehr. 10 Dollar. Oh, was kostet die? In Ordnung. Oh Gott, wie viel Geld kriegen wir denn jetzt? Oh, es ist doch egal, was das kostet. Oh, nein. Also, jetzt starten. Was kostet die Vaseline, bitte. Können Sie mir kurz sagen. Meuter-Tonikum. Achso. Oh, nein. Die Vaseline. Oh, nein. Oh, nein. Ich der Schatzmeister. Die Vaseline kostet 1,10 Dollar. Okay. Oh, weil sie sich bescheid hat. Ich will vielleicht auf sie zurückkommen. Verzeihen Sie, wenn ich mal kurz austrete. Ich bin sofort wieder da. Hoi. So, einen Moment. Äh, Gräuter-Tonikum jetzt dann anscheinend 25. Oh, Madame Leclerc, vielleicht sollen wir bessere Preise machen. Wir sind hier eingeschlossen. Oh, kommen Sie mit. Wir sind eingeschlossen. Oh, kommt bitte. Ich habe mich abgeschlossen. Oh, wir schließen ihn nicht auf. Oh, ich weiß nicht mehr, was ich bestellt habe, aber das wird schon passend. Kommen Sie mit. Ja, wir machen das. Oh, sagen Sie mal bitte, was er alles bestellt hatte. Alles in Ordnung. Oh, jetzt war nicht schlimmer. Geht dich nichts anderes. Oh, wie war es bedarf? Oh, zum Trinkhorn, dann geht es dir besser. Das sind gute Investitionen. Es war sehr nett, mit Ihnen geschäftet zu machen. Oh, hör auf die Königin. Das war sehr witzig auf jeden Fall. Komm, Mama. Ach, fantastisch, fantastisch. Ein Witz ist ihm ja gut. Und vor allem machen Sie sich unabhängig von einer gewissen Person. Oh, das ist das Beste. Und wenn Sie dieser Person vielleicht mal einen heftigen Juckausschlag an bestimmten Stellen des Körpers wünschen, naja, reden Sie mit uns. Oko, machen Sie das bitte. Warum ich jetzt jucke, Sensei? Warum ich jetzt jucke? Weil du dich mal waschen musst. Oko, dann kommen Sie bitte gut nach Hause. Matane. Aber wir haben auch noch Seife, ne? Nicht wahr? Matane. Oh, das ist praktisch. Oh, das ist wiederum. Wiedersehen. Ach, fantastisch. Schaut her da. Bonjour. Ja. Das ist ein guter Moment. Sind wir hier ungestört? Ich hoffe doch. Wir können auch woanders ihn... Ja, gerne, irgendwann. Wo er sehr ungestört ist. Ja, und im Arbeiterviertel interessiert keinen, was da passiert. Wo wollen wir mit Salomon nicht mitnehmen? Dann nehmen wir sie mit. Holen Sie sie besser. Wenn sie ihre Vertraute ist, nicht wahr? Ach, okay. Hm, das machen wir nicht. Nein, nein, lassen wir sie doch hier. Ist der Herr Schatterdorch doch sagen? Eine wirklich schöne Kombination. Ist das eine neue Krawatte, Sir? Nein. Also ja, eine neue, aber der gleiche ist die wie vorher. Ach so. Ich kaufe mir täglich neue Dinge. Stellen Sie sich vor, ich müsste sie waschen. Haben Sie dafür nicht Angestelltes, Sir? So ein reicher Mann wie Sie? Nicht hier. Wir hausen derzeit im Hotel. Wollen Sie ein paar Angestellte, Sir? Ähm, ich habe ein paar vom Nachtfolger-Empfehlen, Sir. Können nicht gut waschen. Und auch sonst eigentlich nichts im Haushalt erledigen, aber sind verdammt witzig. Nun, vielleicht für die Bühne. Ach so, der eine Hitter hat auch keine Zunge mehr. Nee, der ist auch nicht mehr witzig. Ja, der ist auch nicht gut für die Bühne. Oh, Miss Salomon. Ähm, ja? Ähm, kommt sie jetzt doch mit? Na, sie wollte doch, dass sie mitkommt. Wohin denn? Miss, ich fragte, ob wir sie mitnehmen. Zu einem vertraulichen Gespräch. Na dann, dann werden wir sie nicht mitnehmen. Natürlich nicht. Ja, ja, so brauchen wir heute alles länger. Schon wieder viel zu lange, aber es ist auch einfach... Oh, Mann, ey. Mach du... Shit. Lange kann ich... Lange kann ich auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr lange. Und, boah, ich hab so viel zu tun. Ups. Ach so, jetzt bin ich grad beim... ...re-lock. Bin ich jetzt grad rein, ne? Ja. Geht's. Boah, Alter. Diese Bestellung, da raucht mir der Kopf, ne? Ey, ich spiel jetzt sechs Monate... Ich spiel jetzt sechs Monate, ähm... RP. Über sechs Monate. Und ich war noch nie... Ich war noch nie so gefordert, was irgendeinen Auftrag oder so angeht, Alter. Ich sag süß. Puh. Ja, ja. Nehmen wir da noch 20 von. Da noch 10. Da noch 15. Alter Pelli, ey. Shit. Shit. Ich brauch einen Zettel, Alter. Ich muss mir das notieren. Ich muss das abarbeiten. Ich muss das durchrechnen. Aber ich hab Bock drauf. Ich hab Bock, das herzustellen. Ich werd das morgen Mittag wahrscheinlich nochmal... ... in Angriff nehmen im Bayou. Ähm. Deswegen. Ihr werdet wahrscheinlich... Hat deine Chefin notiert? Ja, ich hoffe doch. Die mussten mir das auf jeden Fall auf den Zettel schreiben. Ähm. Genau, ich werd morgen mal ein bisschen damit anfangen. Glück haben wir jetzt Lagerfläche, ey. Ginsing nochmal sammeln. Salbei. Du meine Güte. Da raucht einem schon der Kopf, Alter. Ich werd hier voll an den Anschlag gefahren. Ähm. Sehr schön. Hey, danke für den Follow. Bad life. Du machst mein Life besser. Schöner Name. Wollte ich damit nur sagen. Vielen Dank. Abs tremendous. Es hat einen Dore. Schöner Andy. ерьge... Amen. Hallo. Manchmal ist das mit muten und end-muten so ne Sache. So, ups. Kleidung. Oberkörper. Benschen. Mal gucken. Ist gut. Rebia. Willkommen? Okay? Da kommt jemand da oben. Aber sieht wie ein Cowboy aus, nicht wie ein Italiener. Und der Bulle da macht mir auch Sorgen. Was meinst du? Da ist ein Polizist. Direkt hier vorne an der Säule. Fehlt mir nicht. Ja, wir sind ja auch so an der Nies. Hauptsache die sind nicht im Zoom. Jedenfalls raucht mir der Kopf von dieser ganzen Bestellung verflucht. Ach, war das ehrlich nicht wahr? Da werde ich ein paar Nachtschichten machen müssen. Äh, Madame? Ähm, warum? Möchten Sie etwa den, äh, Kirchbaum ihr zerstören? Oder wollen Sie jetzt auf den Officer losgehen da vorne, oder? Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Oh mein Gott, Madame. Vielleicht entspannen Sie sich mal kurz. Sie wollen loslängern, ich sehe schon. Vielleicht entspannen Sie sich mal kurz. Brauchen Sie eine Zigarette? Einfach mal fallen lassen, verstehen Sie? Ähm. Hilft nicht. Aber schlusten Sie sich nicht. Hacken Sie sich nicht und den Bein ab. Ähm. Naja, das ist schon sehr interessant. Ähm. Was passiert hier? Nicht nichts. Hallo, Mann. Vielleicht sollten Sie uns mal Ihr Messer zeigen. Äh. Es wird so richtig. Nun. Oh. Komm mal woher, Mr. Lortok. Konnichiwa. Hallo, Mr. Lortok. Hallo, Mr. Lortok. Oh, bedrohen Sie meinen Lortok mit Ihrer Axt? Ja, die Dame bedroht mich. Wirklich? Oh, Kuro, nehmen Sie mit. Hey. Hey. Ich denke, das wird nicht nötig sein, Sir. Es ist nur ein Missverständnis. Ja, sie bedroht mich nicht. Oh, bei den Gotthard. Alles gut. Okay. Aber sie darf sich gerne jetzt langsam entfernen, denn das Gespräch wird vertraulich, Miss Solomon. Oh, Mr. Lortok, Vito. Oh, haben Sie gleich auch noch ein Öhrchen für mich? Ähm. Tatsächlich, äh, ja. Okay. Wenn das kürzer dauert. Oh, Vito. Reden Sie zuerst. Sie haben zuerst an der Türe geklopft. Wenn das nicht so lange dauert, dann gebe ich Ihnen sehr gerne den Vorzug. Oh, ist okay. Lady First. Oh, Vito. Oh, Kuro, komm mal. Nein. Oh, Naja. Oh, wenn... J-Maja. Oh, was geht? Nun gut, dann gehen wir mal. Okay. Here, pleasure this. Ja, wenn sie diese kleine Lügelei durchschaut. Etwas konkreter werden? Es sind doch einige Lügen. Naja, dass sie zu mir gehört. Ich mache Lüge, Rütt. Ich denke, der ausschlaggebende Punkt war, dass sie gestern verletzt durch die Stadt gehumpelt ist. Und nun ja, wir hatten keinen Arzt gefunden und Miss Accente wollte sie nach Valentine bringen zu einem Arzt. Und dann hat sie mir zugeflüstert in etwa, bringen Sie mich zu Sam. Sie war unter Schmerzen. Sie hatte Schmerzmittel genommen. Und das war dann doch ziemlich eindeutig. Den Verdacht hatte ich schon länger. Ich habe es nicht ohne Grund bei Ihnen ein paar Mal angesprochen, Miss Leclerc. Aber offensichtlich steht Ihnen das Lügen sehr gut. Ich bin jetzt so direkt tatsächlich, weil ich darüber nachgedacht habe. Nun gibt es sonst noch irgendwelche Lügen, die Sie mir erzählen und vielleicht langsam mal aufdecken wollen. Oder muss ich... Da müssen Sie überlegen. Da muss ich wirklich überlegen. Haben Sie irgendwo eine Liste mit Dingen, in denen Sie mich anlügen? Das habe ich tatsächlich nicht. Es tut mir sehr leid. Sind es so viele, dass Sie den Überblick verloren haben? Ich muss tatsächlich sehr vielen Menschen Märchen erzählen. Das ist leider meine Position. Aber dann verraten Sie mir eins, Miss Leclerc. Wenn Sie mir nicht vertrauen, warum sollte ich Ihnen vertrauen? Und wehe, Sie spielen jetzt die Familienkarte. Ja, genau. Nee. Ja, du hast es nicht verstanden. Leider. Das... Er hat gerade gesagt, Wir befinden uns im Prinzip in einem... Krieg. Oui. Es gibt Mächte, die wollen uns zerstören. Und gegen die müssen wir uns aufbäumen, Monsieur. Reden wir jetzt wieder von Geistern oder reden wir von echten Gefahren? Menschen. Echten Gefahren. Die Italiener. Deshalb wollte ich Sie auch sprechen. Ich hatte Ihnen ein Telegram geschrieben. Ach, wirklich? Dass wir dringend reden müssen, dass es etwas Ärger mit den Italienern gibt. Mhm. Scheinbar hat jemand die Schneiderei angegriffen. Mhm. Haben Sie damit zu tun? Nein. Das dachte ich auch nicht. Das war sehr barbarisch. Man hat wohl... Nun ja... gesprengt. Irgendeine Art von Sprengstoff wurde da drin gezündet. Die Theke ist zerfetzt. Entschuldigen Sie, wenn ich mich hier kurz einmische, aber das ist eine wichtige Frage. Für mich sind Kleider zerstört worden bei dieser Sprengung, Sir. Auf jeden Fall, einige, ja. Ja... Mr. Jiri scheint nicht verletzt zu sein. Wurde mir zumindest zugesichert. Das Problem ist, dass die Italiener scheinbar denken, dass ich damit irgendwas zu tun habe. Ich habe ganz offen zu diesem Mann gesagt, dass... Dass ich nicht abgeneigt bin, hier und da Menschen Geld zuzustecken, damit sie schmutzige Arbeit für mich erledigen. Aber ich habe keinerlei Motivation, diesen Laden zu schädigen. Naja, sie denken, dass ich die Konkurrenz loswerden will. Wegen meiner Schwester. Aber nun ja, sowohl Miss Salieri als auch ihre inkompetente Partnerin und meine Schwester sich auf diese Lokalität beworben hatten. Sie zu übernehmen. Ah. Und der Zuspruch ging an Miss Salieri und ihre inkompetente Partnerin. Mhm. Und die Italiener denken, wir wollen uns rächen. Ich habe gesagt, Mr. Salieri, für was halten Sie mich? Ich bin beleidigt. Warum sollte ich eine Schneiderei angreifen? Vor allem Miss Salieri, die immer nett zu mir ist. Und ihre inkompetente Partnerin. Na, trotzdem hört sich das noch sehr viel Frust an. Ich würde sie nicht verletzen, herrje. Warum sollte ich das tun? Natürlich hier und da ein gut gestreutes Gerücht. Vielleicht mal eine tote Ratte irgendwo in den Laden. Aber doch nicht, doch nicht sowas. Das ist doch komplett überzogen. Weiß nicht. Ich meine, hätte sie uns, hätte sie uns versucht zu töten oder sowas. Ja, dann wäre das eine angemessene Reaktion. Das Problem ist, dass die Italiener sehr schnell übertreiben. Wurde ihnen Gewalt angetan, Sir. Nein, nein, es war alles respektvoll. Aber er hat ziemlich deutlich gemacht, dass er denkt, dass ich dahinter stecke und sollte es rausfinden. Werde ich es bereuen. Das ist nicht gut. Das soll nicht passieren. Das wird nicht passieren. Ich stecke nicht dahinter. Wie soll er es denn rausfinden? Ja, aber wenn sie ihnen wehtun, dann werden sie es auch dann mit uns zu tun haben. Ja, sie haben mich auch gefragt, was ich mit ihnen zu tun habe. Ach, haben sie. Ja, ich habe erzählt, dass sie nun ja interessante Zeitvertreiber anbieten. Ja, ich habe davon erzählt, dass wir ein Ritual bei ihnen bezahlt haben. Interessanter Zeitvertreiber nennen sie das. So, so. Hey, es sind die Italiener. Ich habe den Italienern alles erzählt in dem Moment. Ich habe denen auch erzählt, wir hätten sonst nichts zu tun. Ja, das ist genau das. Deswegen müssen wir auch lügen. Und es tut mir sehr leid, dass wir da nicht sofort ehrlich waren. Sie haben mir eine Spionin untergejubelt, die mir nachstellt. Das ist alles zufällig. Ja. So wie mir diese angebliche Spionin erzählt hat, waren sie sehr interessiert, an ihr. Nun ja, ich hatte meinen Verdacht gehegt. Und wollte herausfinden, was genau da läuft. Ich wusste natürlich nicht von Anfang an, dass sie mit ihnen zusammenarbeitet. Tatsächlich haben wir sie... Wir haben sie eingeschleust wegen den Japanern. Ja, sie brauchen jemanden, der besser lügen kann. Herr Jeze, sie sollte sich mal auf einen Firmennamen ihrer Familie festlegen und nicht jedes Mal einen anderen nennen. Ich habe der Dame geraten, in ihrem Theaterstück mitzuspielen. Und ich hoffe, dass sie ihr etwas beibringen können, Sir. Und ich hoffe wirklich... Nun, schauspielen kann sie nicht. Aber vielleicht gönnen sie ihr ja Elfen. Also, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich finde Miss Solomon reizend und... Ich denke wirklich, dass sie die Ausstrahlung für eine Bühne hat. Das waren die gelogen. Wissen Sie, gute Lügner... Verstecken die Lügen innerhalb von Wahrheiten. Sie ist lehm, Sir. Sie müssen sie formen. Nur Sie können das, Sir. Ich hatte ihr gesagt, sie ist ein ungeschliffener Diamant. Dann seien Sie der Schleifer. Der Schleifer. Ja, wir werden sehen. Leider bin ich auch kein guter Schauspieler. In der Tat. Es ist wirklich bedauerlich mit ihr. Das merke ich. Nun, sie weiß nicht, dass sie mir das gerade erzählen, oder? Ich habe ihr gestern gesagt, dass wir ihnen die Wahrheit sagen werden. Aber, dass wir das jetzt machen, weiß ich nicht. Nein. Interessant. Vielleicht geben sie mir noch ein paar Minuten. Ich möchte noch ein wenig meinen Spaß haben. Ich weiß nicht, ob ich es begrüße, dass jemand seinen Spaß mit meiner Schwester hat. Oh, es ist ihre Schwester? Jeder ist meine Bruder oder Schwester, der bei mir ist. Nun, ich hatte meinen Spaß schon die letzten zwei Tage mit ihr. Seitdem bin ich eigentlich relativ sicher, was sie mit ihnen zu tun hat. Na gut. Es soll die Strafe sein dafür, dass sie so schlecht gelogen hat. Und dann soll sie doch bitte... Und das ist mein kleiner Preis. Von ihnen unterstützt werden. Inwiefern? Naja, dass sie zumindest etwas besser lügen kann. Ja, bleh. Nun, es steht in der Zeitung, dass sie die Hauptrolle spielt. Sie wird sie spielen. Und wenn ich sie auf die Bühne zerren muss. Ich meine so generell, nicht nur beim Theater, auch bei der Spionage-Sache. Es ist nicht nur die Japaner. Die Japaner, da bin ich mir mittlerweile sicher, dass sie neutral gesinnt sind und nicht für die Italiener stehen. Das ist sonnenklar. Ich würde sogar behaupten, dass sie eher auf unserer Seite sind. Beziehungsweise auf meiner Seite. Sie sind ohne zu zögern mit mir losgezogen, um sie zu suchen, Miss LeClaire. Ach, das ist reizend. Ach, du je. Ich denke, die Japaner stehen hinter mir. Ja. Nun gut, also... Keine Lügen mehr. Keine Lügen mehr. Wenn was isst, frag nach. Gut. Was war noch mit den Italienern? Gab es da noch einen Zwischenfall? Es gibt eine Person, die vielleicht vermitteln will. Ach ja, genau. Gab es Zwischenfälle außer dieser Entführung und dem Vorfall im Theater? Oh ja. Wie gab es? Soll ich, oder willst du? Ja, mach mal bitte. Nun werden einen von ihnen im Bayou. Er hat ja keine Hose mehr an. Schöne Beine, der Mann. Bitte sagen Sie mir, dass er die Hose selbst ausgezogen hat. Nein. Ja, aber nicht von uns. Von, ich glaube, drei Mexikanern oder so. Wir haben ihn ein bisschen ausgefragt und ihn dann gehen lassen. Und versehrt. Ich glaube, die Italiener haben sie dann letztens auch in ihren Fingern nochmal gehabt und mit ihr geredet. Da war ich aber nicht bei. Ja, das war das im Theater. Ach so. Genau, das war daraufhin. Ich habe auch mit diesem Italiener habe ich auch geredet. den wir da in Sumpf hatten und habe gesagt, dass ich gerne mit den Italienern reden möchte. Aber so wie sie dann mit mir geredet haben, fand ich das dann wiederum nicht in Ordnung. Aber was soll man machen? Dumme Menschen. Mit Mauern um sich herum. Was will man da erwarten? Sonst irgendwas. Haben Sie diesem Mann Gewalt angetan in irgendeiner Form? Keine körperliche. Irgendwas, was man gegen Sie wenden könnte. Monsieur, Sie verkennen die Situation. Wir haben hier eine der Ihren zurückgebracht, heil und unversehrt. Haben Sie durch den Bayou gebracht? Was haben Sie uns daraus gedreht? Eine Geiselnahme. Wir haben Madame Leclerc mit einem Hammer bearbeitet. Etwas, was ich Ihnen so schnell nicht vergessen werde. Und Monsieur, ich kann Ihnen sagen, ich habe das Blut des Einem noch an meinem Messer. Ich werde es einzusetzen wissen, sobald ich das Ja habe von Madame. Wieso haben Sie das Blut am Messer? Ich habe mich gewehrt. Ich habe es nicht mehr im Messer. Das Messer ist mittlerweile gereinigt. Das Blut habe ich in eine Flasche gefüllt, Sir. Bewahre ich immer stets gut auf. Gut. Was war da in Nittl-Italy los, als diese ganzen Schüsse gefallen sind? Hm? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich würde einmal hier in Sonnen überfallen, das ist ein paar Tage her. Von einem Mann mit einem Eimer auf dem Kopf. Also vermutlich nicht die Italiener. Ich würde es Ihnen zutrauen. Das passt nicht zu den Italienern. Die verstecken sich nicht. Sonst irgendwelche Vorkommnisse zwischen Ihnen und den Italienern? Verdauerlicherweise nicht. Oh, Pallor. Ich glaube, dass die mich sehr stark beobachten. Wir planen bei den Japanern, kleine Zeitvertreiber anzubieten. Die Zukunft Voraussagen für diejenigen, die dafür zahlen. Habe ich da gerade Schritte gehört? Ich könnte schwören, ich habe gerade Schritte gehört. Dann wird nachgesehen. Das ist jetzt nichts. Nein, gut. Ich merke schon. Ja, das ist sehr offen. Es geht ihr sehr viel vor. Und mir sind die Italiener tatsächlich auch ein Dorn im Auge. Aber wir haben tatsächlich eine Idee. Folgendermaßen. Und das sind sehr geheime Informationen. Natürlich. Also ziemlich alle davon, ja. Nur ich weiß nicht, wer dieser Timothy ist. So kennt ihn eigentlich ganz Santanese. Ihn auch. Wie lange stehen Sie schon hier, Sir? Wieso haben Sie eine Waffe in der Hand? Wieso haben Sie ein Messer in der Hand, Sir? Weiter mit Rumspieler, hey? Und ich mit der Waffe, Sir? Nun, ich glaube nicht, dass Sie das tun. Glauben Sie nicht? Nein, glaube ich nicht. Wollen Sie es sehen? Oh, ich würde jetzt nichts Falsches machen an mich auch. Sir, ich dachte, ich kenne Sie. Sie dachten, Sie kennen mich? Ich dachte, ich kenne Sie, Sir. Was soll das bedeuten? Haben wir uns heute nicht an der Schmiede gesehen, Sir? Ja, das ist korrekt. Aber wieso denken Sie deshalb, dass Sie mich kennen? Ich meinte aber nur, dass wenn Sie jetzt einen Falsengriff mit der Waffe machen, dass ich dann leider mein Messer benutzen muss, obwohl ich das eigentlich nur zum Spielen habe. Ebenso Sie mit Ihrem Messer. Und naja, bewaffnete Leute, so schwer bewaffnete Leute in der Stadt sieht man selten, dass wir einen Grund haben oder nicht. In der Tat, Sir, soll ich Ihnen den Grund zeigen? Folgen Sie mir. Ich bin gespannt ganz nach Ihnen. Ja. Und was genau ist der Grund? Woher ist es? Naja, ein Gespräch, Sir. Ach, und für ein Gespräch braucht man ein Gewehr? Für ein Gespräch, das besser unentdeckt bleiben sollte, Sir. Ach, ist das so? Das ist so. Dann sollte man sich vielleicht einen besseren Ort suchen als die Gassen. Aber hier ist doch der Brunnen, Sir. Ich habe Sie noch nie von einem Wunschbrunnen gehört. Ich habe es schon zu Ihrem Amigo gesagt. dass ich das Messer einfach nur zum Spielen habe. Ach, fantastisch. Das ist sehr gut. Anfertigkeiten, Sie. Ganz einfach. Ja, und was machen Sie in den Gassen hier? Oh, ich träume immer abends durch die Gassen. Mhm. Ich sehe mich um. Und manchmal findet man dort Leute, so wie heute. Aber was Sie hier tun, geht mich nichts an. Und ich glaube auch nicht, dass Sie das Gespräch durch Ihr Gewehr schützen können, Senior. Bei allem Respekt. Also, was haben Sie jetzt vor? Na, Sie stören das Ritual. Exakt eigentlich das. Kein Ritual. Ich habe kein Wort verstanden, aber ja. Weh. Nein. Ei, 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 gut, dass Sie mich abnehmen. Ei, 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 ei. Wir sind gut. Wieso? Sie können Ihr Messer wegstecken, Sir. Ist alles in Ordnung. Ich habe meine Waffe weggesteckt. Ich hatte es ja auch schon, bevor ich aber wusste, dass Sie hier sind in der Hand. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Ja, in den Gassen sollte man bewaffnet sein. Sonst ist das schöne Gesicht zerfleddert. Durchaus, so kann es jedem ergehen, egal wie schon das Gesicht ist. Und wie schon noch die Sprache ist, die Sie sprechen. Natürlich. Wer hat jeder? Das heißt, ich darf gehen, oder wollen Sie mich hier noch festhalten? Das hält Sie doch niemand fest. Oh, ich frage nur. Im Gegenteil. Sie stören das Ritual. Dann werfen Sie gerne eine Münze in den Brunnen und dann können Sie gehen. Das war es. Eine Münze in den Brunnen und ich soll gehen. Das bringt Glück. Wenn Sie das sagen. Ist es egal, was für eine Münze? Es ist furchtbar egal. Alle. Dann will ich Ihr Ritual gar nicht weiter stören. Auf Wiedersehen, Sir. Vorsicht mit dem Gewehr. Mit sowas kann man sich wehtun. Wir sollten hier weg. Wer war der Mann? Keine Geheimnisse. Den haben wir heute kennengelernt, aber keine Ahnung, wie der eist. Er arbeitet in der Schmiede. Der eist. Ich würde die und zur Unterhaltung gerne woanders fortführen. Viel zu offen hier. Dann wäre das mal. Gott. In den Gassen ist man sich... Hier lang. Den habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Stand noch nicht lange da, glaube ich. Ich wusste doch, ich habe Schritte gehört. Was? 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 Gutes Gehör. Wollen wir nicht... Jeder in einer Gasse. Aber das ist geil gerade. Sehr schön. Das ist ohne Eskalation, Mann. Nee. Ähm. Genau. Zum Thema Rizur. Ich würde mich wohl erfüllen. Ich nicht. Rosalie Grimm. Äh. Biet. Vielen Dank. Ja, ist das schön, ne? Guckt euch das mal an, Alter. Das nenne ich Liebe, Alter. Das nenne ich Liebe zu einem Spiel. Diese hinteren Ecken, wie wunderschön. Meine Herren, ist das schön. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Er hat mir ihren vollen Namen genannt. Ohne auch nur in irgendeiner Form gegenzuprüfen. Ja, alles klar. Shadow? Shadow? Ah. Komm mal, er. Kannst du das nochmal wieder holen? Alles? Ja. Ich hab Mr. Boatfield getroffen. Ein netter Mann. Ja, ich weiß schon, worum's gehen soll. Gut, dann erzähl ich das jetzt. Also, er hat auf jeden Fall meinen vollen Namen gesagt. Er nennt die Details von uns alles, wie ich gesagt habe. Also, die sind nützlich? Wirklich? Nun, er hat gesagt, wo... Er hat gesagt, wo sie sich aufhalten, wie sie heißen und... Und dass er dazugehört. Hat er seinen Vornamen genannt? Jimbo. Jimbo Boatfield. Wie fand dieses Gespräch statt? Ähm... Vor ein paar Stunden am Theater. Ich hab an meinem Drehbuch geschrieben, da kam dieser Mann und er sagte... Guten Tag. Wissen Sie, wo ich die Herrschaften aus dem Sumpf finde? Und... Und ich hab ihn dann, äh... Gefragt, was er von denen will. Und dann sagte er, ich gehöre dazu. Ich hab gesagt, ich glaub ihm nicht. Und... Ja, dann hab ich gesagt, beweisen Sie es mir. Sagen Sie mir, wie die Anführerin heißt. Aber nee. Und dann sagte er, Leclerc. Und dann sagte er, ich bitte den ganzen Namen. Das weiß ja jeder sonst. Und... Ich hab geguckt, wie weit ich gehen kann. Und ich konnte offensichtlich ziemlich weit gehen. Sie sollten ihm etwas Verschwiegenheit beibringen. Werde Ihnen was ganz anderes beibringen. Ach, herrje. Ja, wir sollten dann wohl wieder den Standort wegziehen, verflucht. Lecete. Labu. Das ist nicht gut. Das ist natürlich nicht gut. Ich habe nur Schwierigkeiten mit diesem Mann. Ich habe nur Schwierigkeiten. Die ganze Zeit. Was hast du? Wen willst du mir etwas erzählen? Du entscheidest. Das ist das... Ich sag nur, was die Knochen mir sagen. Das ist offensichtlich das Schattel-Dar-Blut in ihr. Ah, so war sie schon als Kind. Naja, man hat das Blut auch schon als Kind, Mr. Shadow. Haben Sie recht, Sir. Oh, geht das euch gut? Ja, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Die Situation hat sich schon... Oh, das ist die Güte. Ja, ja. Die Situation hat sich schon quasi in der Luft aufgelöst. Oh, bei den Gotthrad. Ich dachte, der Lord wäre in Gefahr. Auf vielen Dank, Mr. Masatane. Oh, das ist Italiener. Das ist Italiener. Das sind sehr ungestüm. Ja. Oh, haben die schon wieder geschossen? Ja, natürlich. Sie schießen ständig. Oh, Barker. Die sind aber schon weg. Na, wieder in ihr Loch. Oh, sie sollte nicht so reden, wenn sie in ihrem Titel stehen. Nicht, dass die das noch hören. Hi. Wir waren beim Brunnen und ihren Titel dann wegnehmen. Hi, Mr. Lord. Ach, je. Kann man diesen Titel stehlen, Sir? Oh, wie gut. Naja, wir haben da diesen Richter und seine Tochter, die das behaupten. Dass man einfach sagt, es gibt keine Titel. Oh, Momo, ich gehe mal die Dame fragen, ob die ihre Gewehr abholen wollen jetzt. Oh, der steht doch dabei. Ja, wir sind sowieso fertig. Oh, der ist da vorne mit Salomon. Oh, komm, wir gehen nach hinten. Ist da vorne mit Salomon? Oh, da werde ich gleich einen Spaß mit haben. Ich werde ich gehen. Die Google hat sich gelöst. Alles ist gut. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, wessel ihn. Bring ihn in den Sumpf. Mit sofortiger Wirkung. Der kriegt aufs Maul. Was sind denn das für Leute da vorne? Oh, wir meinen es hier. Na, dir gegenüber. Oh, wo? Links oder rechts? Gerade zu. Mit dem ich mir diesen... mir diesen... dieses Blickduell da gerade liefere. Oh, ich weiß es nicht. Oh, der eine ist der Schmied. Ah, dahinter ist der Mr. Precious aus der Bank. Oh, und das ist der Mr. Precious aus der Bank. So, vielleicht sollte ich mal rüber gehen. Bisschen Smalltalk halten. Oh, wie Sie wollen. Hi, Sie können in Aktien investieren. Hi, der wird Sie gerne aufklären. Oh, hi. Mr. Precious verkauft Ihnen Aktien. Hi. Ach so, Dinger. Warten Sie, was sagen Sie? Er sagt so ein Wort. Was? Aktien. Oh, Investitionen in Firmen. Akne? Warum sollte ich die Akne kaufen wollen? Oh. Schlimmer Hautausschlag. Willst du Baseline schlagen? Oh, da können Sie Ihre eigene Creme verkaufen. Sollen wir da mal rüber gehen? Bisschen Smalltalken. Ich kann das so gut. Soll ich doch 10 Baseline aufschreiben? Verdammt, Sir. Warum haben Sie das denn gemacht? Oh. Viel Übung. Also, ich bin beeindruckt. Japanische Fingerfertigkeit. Hi. Ich kenne die Waffe hin und auswendiger. Ich habe sie gebaut. Genau ausbalanciert. Was hat der da gemacht? Was hat der da gemacht? Sollen wir da mal jetzt rüber gehen? Ich fühle mich ein bisschen unwohl, so angestarrt zu werden. Normalerweise starre ich die Leute so an. Dann fragen Sie Jokner. Dann gehen Sie rüber und starren Sie ihn von einem Meter einfach an. Hi. Na, ich könnte noch einen Smalltalk ein bisschen versuchen. Vielleicht treffen sich Ihre Lippen. Oh, ich glaube, Sie wetten die Dame in schwarzen Möbeln. So, ich gehe mal rüber. Madame, ist das in Ordnung? Ach, ich finde die Situation eigentlich sehr witzig gerade. Na gut, dann bleibe ich hier. Ich weiß nicht, soll ich mal winken oder so? Wichtig, immer mit Stirn. Hi. Ich bin schreit. Oh, das ist ein Skullgang. Nein, nein. Oh, ich kriege das alleine hin. Ja, ja. Okay. Manchmal ist es auch spannend, einfach nichts zu sagen. Ja, allerdings. Die sind sehr gut darin. Muss ich wirklich sagen. Bin beeindruckt. Ach. Der weiße Hut kommt mir aber bekannt vor. Ja, ja. Scheiße, eigentlich müsste ich Zutaten besorgen. Was geht hier nur ab? Ich habe ein bisschen Hunger. Aber ich glaube, das wird die Situation zerstören, wenn ich jetzt was esse. Ach nein, ich gebe dir was Leckeres. Ah. Ja, das hast du doch von innen. Na gut. Also, jetzt gucken sie nicht mehr. Wir haben, glaube ich, gewonnen. Sollen wir rüber gehen? Ja, gehen wir rüber. Hallo. Bonjour. Bonjour, bonjour. Como est-ce? Ja, er ist noch da. Wunderbar. Wo? Er, der ist... Äh... Wer denn? Äh, der ist... Blau, wenn der Büchsenmacherei drin... Bulligsam, oui. Dort ist der, Miss Solomon. Oh. Ich sag doch, er ist noch da. Über beschäftigt zu sein. Ich frag mich, ob sie beide wohl auf sind. Es kamen Schüsse aus der Richtung, in die sie vorhin verschwunden sind. Wie geht's Ihnen gut? Oh, wie? Ach, das war... Das war nix. Bei uns. Aber ich bin ein bisschen müde. Entschuldigung, ähm... Naja, ihre Blicke sind uns nicht entgangen. Und da dachten wir, wir kommen mal rüber, lösen die Situation ein bisschen auf. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass wir den Blickkontakt gewonnen haben, weil sie sich dann abgewandt haben. Was ist der Preis? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Mein Blick ist immer noch ungebrochen. Sie sind hier gerade unabdingbar, oder kann ich Sie kurz mitnehmen? Natürlich, wenn wir gerne sprechen. Ein ehrlicher Abend, nicht? Morgen. Die Sonne ist sehr warm. Ist sie das? Hm. Vielleicht so warm, dass man sich fast dran verbrennen konnte. Nur wenn man zu nah an die Sonne fliegt. Sieh ich. Ich aus. Ich habe also nicht mitbekommen, wer die Schüsse abgegeben hat. Nein. Vorhin, dahinten in der Gasse. Wir haben es zwar gehört, aber nicht gesehen, wer das war. Nun, dann sind wir ja wie ruhig, dass alle wohlauf sind. Wohlauf und glücklich. Ja, wohlauf und glücklich. Dieses Ereignislosen morgens. Tschüss in Sondini. Ich bitte Sie. Ist doch nichts Neues, wenn wir ehrlich sind, oder? Ganz meine Rede. Fahre ich. Diese Stadt verliert sich in seinem eigenen Zorn untereinander die Menschen. Ich verspute kein Zorn. Oh, ein Mann ohne Zorn ist ein Mann ohne Leidenschaft, sagen manche. Sie denken, ein Mexikaner ist ohne Leidenschaft. Ich kenne nicht genug Mexikaner. Die, die ich kenne, hatten viel Zorn in sich, Sir. Aber das muss sie ja nicht mit einschließen. Zorn. Nicht unbedingt. Borden. Zorn. Denken Sie, die Menschen sind zornig? Ich denke, die Menschen sind Menschen. Mit all ihren Schwächen und Stärken. Aber was ist Stärke und was ist Schwäche? Frag ich Sie. Nee. Rot oder blau. Alles verschwindet zu grau. Exakt. Exakt. Madame. Sie faszinieren mich, wenn ich das sagen darf. Gehen Sie zu mir? Ja. Womit sollte ich Sie wohl faszinieren? Ihr Mojo. Ihr was? Du meinst, was? Ein Licht, das von den Menschen ausgeht. Bei vielen ist es klar, einer Farbe zuzuordnen. Ihres nicht, Ma'am. Das ist ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Ma'am, gut, schlecht. Definitionen, die wir Menschen den Dingen geben. Um Ihnen diese Frage zu beantworten, müsste ich wissen, was für Sie gut und was für Sie schlecht ist. Ich fürchte, dazu kennen wir uns noch zu wenig, Ma'am. Interessante Antwort. Wir einigen uns also darauf, dass wir vorerst nicht in der Dualität von gut und schlecht denken, sondern uns in einem unbenannten Raum aufhalten. Das ist grau, sie? Grau. Grau ist grau. Sie können also ein Mojo sehen, sie? Was ist denn meins? Hm. Ihr Mojo ist rot, sir. Hm. Und was bedeutet das? Sie würden es mir nicht glauben, nehme ich an, sir, wenn ich es Ihnen sage. Ich möchte unsere schöne Unterhaltung nicht durchzornen. Enden. Ich genieße diese Unterhaltung, wenn ich das anmerken darf. Todo bien. Sie können sagen, was Sie wollen. Ich werde weiter in Ruhe meine Zigarette rauchen. Ich bin mir sicher, dass Sie das würden. Ich möchte Sie nicht in Aufregung versetzen, sir. Ich bezweifle, dass Sie dessen mächtig sind. Oh, Sie kennen meine Mächte nicht, sir. Nein, die kenne ich nicht. Aber ich bezweifle, dass Sie mich jetzt nur irgendetwas an meiner Stimmung ändern würden. Also nur zu. Sagen Sie mir, was die Farbe rot bedeutet. Wie ist denn Ihre Stimmung momentan, wenn ich fragen darf? Neugierig und interessiert. Neugierig und interessiert. Sehr spannend. Ich lese was anderes in Ihnen. Was lesen Sie? Olé. Oh, was? Wirklich? Nun ja. Rot ist rot. Zorn, sir. Ist Ihnen vielleicht in letzter Zeit etwas passiert, was Sie ein wenig wütend gemacht hat? Monsieur. Oder Sie in einen Verteidigungsmodus getrieben hat? No, ich bin eigentlich relativ ausgeglichen. Und in Situationen, wo ich mich verteidigen muss, fühle ich mich pudelwohl. Nun. Bin ja wohl auch nur ein Mensch. Habe ich mich wohl geirrt. Das gehörte zum Menschsein wohl dazu. Aber es ist nicht... Es ist eine Gefahr. Es setzt Adrenalin frei. Ach, ist das so, Sir. Sie. Und es ist immer wieder berauschend. Madame? Fantastisch. Ja? Ich will Sie fragen, woher Sie stammen. Aus dem Bayou. Ihr Rumson-Denise, Sie sind dort geboren und aufgewachsen. Nicht in Sonnenise. Ich bin nördlich außerhalb der Stadt, im Sumpf, aufgewachsen. Woher kommt dieser französische Einschlag bei Ihnen? Welchen Ursprung hat es in Ihrer Familie? Alles unter Vorbehalt, dass Sie sich natürlich mir nicht gegenüber öffnen müssen, wenn Sie das nicht wollen. Aber wenn ich das so sagen darf, Sie machen mich neugierig von Ihrer Erscheinung und von der Sprache, die Sie sprechen oder dem Akzent, mit dem Sie sprechen. Das kommt tatsächlich aus der Familie. Ich habe französische Verfahren. Und wie soll ich sagen, irgendwie hat sich das in meiner Sprache eingebrannt, kann man so sagen, dass mich auch die Leute sehr als Französin halten, obwohl das nicht stimmt. Sie wurden also mit dieser Sprache aufgezogen und sind dabei geblieben. Exakt. Könnte man das so sagen. Darf ich Sie fragen, dieses Mojo, ist das Teil einer Religion oder einer Lebensauffassung? Ich habe noch nie von diesem Wort gehört, auch nicht, dass Menschen von einem Licht umgeben sein können, außer natürlich auf heiligen Darstellungen mit dem Nimbus, dem heiligen Schein. Voodoo, Madame. Ja, es ist eine Religion. Sie wird im Bayou praktiziert. sie bietet verschiedene Möglichkeiten, richtig angewendet, kann sie ja Macht verleihen. Aber sie ist doch ein Fluch. Dualität, verstehen Sie. sie kann nie in eine mögliche Zukunft vorhersagen. Ein Herz für sie gewinnen, das ansonsten verschlossen bliebe. Oder jemand furchtbare Schmerzen bereiten, der gerade nicht in der Nähe ist. Segen und Fluch, Madame. Fluch, denn alles hat seinen Preis. Mag er gut oder schlecht sein? Wird den einen gut und den anderen schlecht? Oui, Monsieur. Ah, buongiorno. Bonjour. Guten Abend, Signor. Wie geht es Ihnen? Wunderstehers. Oh, uns geht es gut, wie geht es Ihnen? Hervorragend, hervorragend, Signore. Oh, Ihre Zigarre riecht wundervoll. Muy caliente. Hörbe ich von diesem Junge, wie hieß er noch gleich? Er hatte die Tabakfarm, sie. Ah, sie. Liam, sie, Liam Thompson, sie. Habe ich aber eine Gespräche gestört? Das Gespräch ist beendet von meiner Seite. Mr. Tar Silva macht es Ihnen etwas aus, wenn wir uns zurückziehen. Selbstverständlich nicht, Miss Morgul. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend. Eben, Sir. Passen Sie auf sich auf. Einen wunderschönen ihr beiden. Adios. Ihnen auch eine gute Reise zurück ins Bayou. Merci. Meine Ehre, sie kennenzulernen. einen schönen Abend Ihnen. Au revoir. alle. Ich denke, für mich wird es auch Zeit, zu gehen. Wir werden uns gewiss noch mal über den Weg laufen. Oh, ich denke auch. Sie sind ein interessanter Mann, Monsieur. Ganz kaum erwähnt, Sir. Ebenfalls. Wenn Sie beiden schonen auf sich auf, wollen wir nicht, dass die Gesichter verbrennen. Wir werden beschützt. Ich auch. Mhm. Wie geht es Ihnen? Ach, ganz gut. Wie geht es Ihnen? Ich finde, es ist irgendwie amüsant. War das eine Frage? No, no. Ist ja eine Feststellung. Ich finde er amüsant. Aber warum? Erzählen Sie. Sind das Ihre Freunde, diese Leute? Nein. No. Nein. Fremde, die man auf der Straße gerade trifft und kennenlernt. Und mit ihnen spricht. Verstehe, verstehe. Und was sollte das mit dieser verbrannten Gesichter bedeuten? Mein Scherz. Wir haben uns heute kennengelernt. Und das ist einfach nur ein Scherz gewesen. Smalltalk. Bähne, Bähne. Vielleicht ich bin auch einfach nur ein wenig Paranoid, ne? Ja, das kann gut sein. Na gut, wir haben ja auch eine Vergangenheit, nicht wahr? See. Da hieß man natürlich genauso. Ja, das stimmt. Sie hatte die letzte Male mit Signore Maike geredet, ne? Exakt, Big Mike. Und was hat es für Signore Big Mike für einen Eindruck auf Sie hinterlassen, Signora? Ein sehr netten Eindruck. Mit ihm kann man reden? Genau. Mit uns kann man reden. Wissen Sie, das war nichts Persönliches, ne? Aber wo kommen wir her? Wir müssen Sache klarstellen. Von Anfang an. Ansonsten man wird gefressen, ne? Sage ich nicht, dass Sie haben die Intention uns zur Fresse gehabt, ne? Aber vielleicht andere Leute sehr uns als schwach. Hm, ich verstehe. Ne? Ich glaube, sie habe sich ähnlich gezeigt, als sie habe die Italiano mit in die Sumpfe genommen. Und auch bei Giulia sie habe sich ähnlich gezeigt. Könnte man so sagen. Aber wir waren bei dem einen Italiener, zumal er war vornherein im Sumpf, davon mal abgesehen, aber es ist nicht okay, wenn man einen mit dem Amma schlägt. Senora, sie habe selber gemerkt, dass sie wohl möglich die falschen Worte gewählt, ne? Tatsächlich nicht wirklich. Mir wurde ein Revolver am Anfang gezeigt. Es war schon in vornherein ein sehr aggressives Gespräch. Das ist das Problem, verstehen Sie? Da ich da ein bisschen ungehalten bin, das können Sie doch auch verstehen, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, das war nichts Persönliches, Signora. In Ordnung. Gut. Gut. Bene. Haben wir es dann geklärt? Von meiner Seite war es schon geklärt, als wir haben das gemacht mit Ihnen. Wir haben unsere Standpunkte klar gemacht, denke ich. Mehr als klar gemacht. Gut. Gut. Vielleicht in Zukunft lässt er sich für Geschäfte machen. Möglicherweise. wenn die Zeit dafür gut steht. Sie kommen bestimmte viele rum. Sind sie nicht nur in Santa Dini unter diesem Impfen unterwegs? Sind sie so wie fahrende Händler vielleicht? Hm. Wie Gypsies. Ja, da könnte man vielleicht sagen. Möglicherweise versuchen, unser Geld zu verdienen. Gut. wenn sie kommen viel rum, sie können viele mögliche Sachen anbieten an die Leute, oder? Natürlich. Was verkaufen sie denn so? Alkohol. Alkohol? Interessant. Stelle sie selber her. Genau. Stehe. In diesem fiel lässt er sich gut brennen. Das ist wirklich sehr gut. Ja, das stimmt. Sehr, sehr, sehr. Und sehr ruhig. Wobei er in letzter Zeit sehr laut geworden ist, sehr viele Reiter, die durch unentwegt entlang reiten. Alkohol. Da sind wir ein bisschen ungehalten, tatsächlich. Was bedeutete das? Ähm. Es ist nicht schön, wenn die ganze Zeit ihn und er und er ein Pferd reitet. Die ganze Zeit. Ach so, sie meine Wege in die Reiter in die Sumpf. Ja, exakt. Gar nicht auf sie bezucken, wenn sie das jetzt meinen. Na, na, ich habe nur nicht verstanden, was bedeutet ungehalten. Ja, genervt, könnte man sagen. Ah, okay. Ich möchte seine Ruhe, aber... Äh, bene. Hier hatte man auch nicht seine Ruhe, Signora. Äh, das glaube ich, Sonne Nies ist so voll. ist manchmal ganz nett und manchmal nichts an der Tier. Das stimmt. Und sie? Mit was handeln sie denn? Mit alle mögliche Sache, Signora. Wir sind Dienstleister, Geschäftsführer. Stellen wir auch eine Sache, ne, ne? Alkohol. Oh, sorry, Leute, ey, Herr Trips. Ich bin hier gerade so drin, ne? Stellen Sie auch den Rheinz in Alkohol, den es gibt. Ethanol? Schaut zum Glück es viele am Stizzel. Ethanol? Exakt. Achso, du brauchst noch eine Antwort bei DC, ja, okay. Wusste ich nicht, dachte, das wäre nur eine Info. Wirst du diese Alkohol trinkbar? Ähm. Dann sind sie tot. Cool, 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 nicht so eine Art von Alkohol. Spät, aber. Nein. Genießen mal Alkohol. Ja, exakt. Wovon ich rede, ist 100%iger Alkohol. Das brauchen sie für Alkohol, was sie erstellen. Verstehe. Hm. So etwas meine ich. Gut, das ist so gut zu wissen. Natürlich. Und was noch mit was handeln sie denn noch alles? Naja, wir haben ja auch die Boxerkämpfe, ist ja klar. Ah. Ich würde dort Events stattfinden lassen. Wann habt ihr denn solche Events? Wir hatten vor kurzem letzte Woche ein Ende. Man musste sich qualifizieren, damit man teilnehmen an einem Event. In einer Vorrunde. Und was ist der Preisgeld? Es gibt verschiedene Preise. Arbeiten wir mit Leuten zusammen? Habe mit einer Pferdetrainerin gesprochen? Bin ich mir sicher, die Hüchsemacher von Landwürde auch was dazu beisteuern. Man bekommt einen Titel, man ist ein Champion von einer Liga, kann seinen Titel verteidigen und so weiter und so fort. Man macht sich einen Namen so manche Gossen Junge macht er sich bestimmt einen Namen gerne. Wenn da natürlich auch gute Preise bei Winken. Ja, eine Fährt ist keine gute Preise Signora oder eine Waffe. Sehr gut Preis. Wie sieht es aus mit zu schauen? Bisschen begrenzt, natürlich exklusiv. Wird natürlich Zuschauer geben bei dem Event. Weil die Qualifikation ist nicht wirklich nötig. Muss man sich nur qualifizieren. Sehr interessant, sehr interessant. Ja. Wird es da auch Wetten geben? Natürlich Signora. Hm. Die Wette Geschäft wird geben. Sicherlich. Wissen Sie, wir sind ja nicht nur in Santa Denise an Es Signora. Ich komme aus Sicilia. Dort wir exportieren viele Olivenöl, Tomate, Wein und so Käse und so weiter. Hier nach Amerika. Aber hier in Amerika haben andere Möglichkeiten. Es gibt die Bordelle, es gibt die Glück Spiel, es gibt die Wette, es gibt die Federennen. Es gibt so viele Möglichkeiten. In Chicago gibt es viele Italiani. Ach. Warum seid ihr da nicht nach Chicago gegangen? Ja, wir haben doch schon Standort in Chicago. Ach so. Ja, ich dachte, man ist glücklicher, wenn man gemeinsam irgendwo ist. Deswegen frage ich mich nur. Aber sind wir in Chicago, sind wir hier. Wie ist es zurzeit in Chicago? Ach so. Na, dann freundliche Grüße, wenn er wieder da ist. Schöne. Ja. Gut, ich werde jetzt in die Bette gehen. Aber vielleicht wir sollten uns unterhalten über diesen Alkohol, den sie herstellen. Sehr gerne. Gut. Auf Wiedersehen. Au revoir. Me voulez du salut? Ich auch, aber das geht nicht. Hast du noch Geld? Hast du noch Geld? Ich? Ja. 2 Dollar. Ich habe einen. Fantastisch. Naja, wenn wir schon mal hier sind, dachte ich, wir können vielleicht ein bisschen was holen. Munition? Naja, oder eine andere Art von Munition. Ein paar Zutaten, Weizen, Baumwolle. Warten wir doch mal auf Mine. Okay. Finde ich geil, dass die Italiener mit uns was machen wollen. Ein anderes LP spielen, aber mein Charakter ist halt durch. Gut, dass Janine den Griff hat. Ach, warum auch nicht? Ein Ande mit den Italienern. Wenn du ihnen bereit bist zu vergeben. Vergeben? Nein, aber wir sind Geld machen, kann man ja. Wenn du hier wagen willst, dann reite ich mal eben zum Haus und hole ein bisschen Geld. Ach, in Ordnung. Ich bin gleich wieder da. Du scheinst ja jetzt hier sicher zu sein. Ich bin hier sicher. hier auch hinlegen, ey. Scheiße, schon wieder spät, Mann. Warum? Shit, 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 es tut mir leid. Sorry, äh, Trips, ich kann grad nicht. Ich muss jetzt hier schnell machen. ein Mexikaner ist hier witzig. Das heißt, dass man irgendwie das Gefühl hat, wie schön angespannt die Situation irgendwie war. Man hat so das Gefühl, man hat hier einen Feind gefunden. Dabei will ich den gar nicht als Feind. Aber wahrscheinlich ist das so ein erzkonservativer Katholik. Dass sich das nicht vermeiden lässt. Mein Pferd kann ja gar nicht laufen, Alter. Ich hab jetzt die ganze Ausdauer verbrannt. Dauert jetzt ein bisschen spät, sonst lassen morgen mal kurz schreiben. Prinzipiell bin ich bei Projekt Sommboid ein bisschen dabei. Du weißt ja, ich hab immer Bock auf RP. Den Pumbaa, den spiel ich dann morgen. Falls du überhaupt noch da bist. Flop, flop. So. Kitty Kitty ist da. Wupp, wupp. Räti Kitty Mensch, da hatten wir ja unser RP. Ich hoffe, dir geht's gut. Lotharias, danke für den Follow, Mensch. Hallo, hallo. Da werde ich ja geradet. Da hatten wir ja unser RP, Mensch. Hattest du einen schönen Stream? Endlich haben wir es mal geschafft. Absolut, absolut. Ja, ein viel zu schönen Stream. Man sieht, ich bin noch wach und bin noch dabei. Es ist 1 15 und ich wollte eigentlich schon lange im Bett sein. Aber es ist eine schöne Begegnung. Danke für das RP. Auf jeden Fall, man. Es ist immer schön, mit ihr RP zu machen. Auf jeden Fall. Es ist mega intensiv jedes Mal und ich glaube, da geht es nicht nur mir so. Ich glaube, das werden dir ganz viele Leute, mit denen du RP machst, unterschreiben können. Also großes Lob an dich nochmal. Auch wenn du einfach nur so eine ganz kleine Rolle spielst, also vermeintlich kleine Rolle, wie es aussieht, füllst du dir es immer mit so viel Charakter, diese Rollen. es ist einfach nur groß, wirklich ganz großen Respekt. Ja. Ja, aber es ist wirklich so, du könntest dich einfach, ja, wie jetzt in so eine Apotheke als Gehilfe reinstellen und ich habe mich so gefreut, dass ihr noch aus der Gasse gekommen seid, sorry, ich muss hier immer ein bisschen gucken, ich habe jetzt gestern oder heute wieder den Respekt vor Alligatoren gelernt, als ich in einen reingeritten bin, deswegen passe ich jetzt ein bisschen auf. Du machst das wirklich gut mit deinem Purple Dog. Dankeschön, Mann, Dankeschön, ich bin mir wirklich nicht so sicher bei dem auf, man muss ja eine gewisse, man muss ja eine gewisse, ja, man muss ja viel versuchen zu vereinen bei dem. So, wie viel Geld habe ich denn jetzt? 19 Dollar. Ein sehr, sehr cooler Char, ja, aber auf jeden Fall und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass, als ich den so ein bisschen Stream von Critty Kitty verfolgt habe, dass die vielleicht nicht matchen, weil sie in so einem Kloster aufgewachsen ist und so, aber das Schöne an meinem Charakter ist, ich kann ja selber steuern, wen meinen Charakter interessant findet oder nicht, ne, denn, nein, das mit dem Motto, das lege ich mir alles nur aus, das mit dem Motto, also wen ich da interessant finde und wen nicht, das kann ich da selber entscheiden, wer mich interessant anspielt und wer nicht, ähm, ja, Talia, Talia, was machst du denn jetzt hier, uh, hey, da ist sie ja, die Madame, genau, dafür ist sie IP, so wie der Maxi rot ist, ja, das, weiß ich nicht, weil ich das vielleicht auch gefühlt habe, ne, das ist halt irgendwie, das ist halt so, Talia, bist du etwa der Mexikaner? Ich hab so irgendwie grad das Gefühl, so ein bisschen, genau, Realität ist biegsam, was du der hübsche Mann, ey, ohne Witz, ne, ich sag's jetzt nur nochmal ganz ehrlich, dass, äh, die, die sexuelle Orientierung von, vom Purple Dog, die war überhaupt nie Thema, aber irgendwie hat sich das so ergeben, dass er diesen Mann schön findet, ne, das war, war witzig, hat mir sehr gefallen, Xero das gewesen sein, ach so, okay, fantastisch, also ich hoffe, also ich, ich hoffe ganz stark, ne, das kann aber nur Pretty Kitty wissen, aber ich liebe es den Namen so, darf ich den Namen immer so sagen? Pretty Kitty? Fällt mir sehr gut so, ähm, am meisten hat mich Katja gekillt, okay, ach so, mit der Axt, ne, das hatte ich, da hat sie die Axt in der Hand, das hatte ich gekillt, ähm, mich haben die Japaner heute gekillt, also das Gespräch, hab ich so gefeiert, ne, ähm, das hab ich so gefeiert, das Gespräch mit den Japanern, ähm, ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass, äh, dass, dass dein Char, ich komm grad nicht auf den Namen, ist, wie gesagt, ist auch spät, äh, dass dein Char, äh, Interesse hat am, am Bayou und nicht abgeschreckt ist, aber das ist, ich glaube, das passiert leider sehr oft, ist das ein NPC? die steht ja still da, so, das ist Jan hier, der Lea, bist du noch da? Ey, tut mir leid, ich weiß nicht, ich hab, ich hab ganz komische Vibes, wie du da stehst, ganz komische Vibes, Bonjour. Bonjour. Nun, 19 Dollar hab ich geholt. Ach, sehr gut. Und du trinkst hier die ganze Zeit schon? Wie gesagt. Das wird dich nicht wacher machen, Alkohol zu trinken. Wo ist denn die Lady? Oh, ich hab ich schlau. Naja, okay, 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 musst du's mir ja nicht sagen. Das war jetzt zu viel gerade. Ja, Mann. Gott, 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 diese Typen. Ah, wie du sagst, die sagen halt mehr Männer als wir. Aber was er sagt, ist richtig so. Was? Dass sie ihre Botschaft rübergebracht haben? Wir haben auch unsere Botschaft rübergebracht. Haben wir das? Natürlich. cool, war mir nicht klar. Ah, das werden wir jetzt öfters machen, Botschaft in den Hinterlegern. Hm, das werden wir wirklich machen. Ich hab mal eine großartige Idee. Ich freu mich, wenn du wieder da bist. Komm mal mit. Hier. Hier. Nimmst du was mit? Nein. Das kannst du doch alles selber erstellen. Naja, bis auf die Samen. Ach so, ach, dass ich's halt so will. Ich werde die klauen. Ich werde die nicht einfach klauen. Ich werde die jetzt, ich glaube, die nächste Zeit ein bisschen auf Überw... Ja, okay. Ich werde einfach Überwälle machen. Und wenn du mal einen Sack dabei hast und bei Madame Nazar bist, dann bring mir doch einen Sack selber mit. Hm? Oder beim Vorhaben ein bisschen Minze. Scheiße. ich brauch auch Kohle. Kost 1,50. Ich auch noch einzeln. Mr. Brooks, sagen sie mir nicht. Oh, sie hat auch wieder Seide. Puh. Ich kaufe erst mal einen Sack Zucker und zwei Säcke hier. Weizen. Ja, geben sie mal von dem obersten. Nicht da, wo die Ratten dran waren, sind wir noch. Also der Mann nicht Salz. Hat kein... Ah, doch. Ach so, Baumwolle brauche ich auch. Geben sie mir mal einen Sack Baumwolle. Geben sie mir gleich alles. Und sagt, Salz habe ich noch. Gut. Kohle ist... Ich brauche Kohle. Ah, sie sind ja ein lustiger Kerl. Nein, ich meine kein Geld. Das Zeug aus der Erde. Oh, der hat... Der hat nur gefüllte Spritzen hier. Ne, leere Spritzen hat der auch. Guck mal. Ja, dann nimm doch was mit. Meinst du? Aber die haben doch gar nichts bestellt. Die Miet. Nehme mal fünfmal Kohle mit. Das ist ja wirklich günstig, Sir. Die Kohle meine ich. Nehme ich gleich nochmal fünf mit. Warum nicht? Von der Angebot, hm? Perfekt. So. Den Röster und noch, äh. Oh. John, ich habe fast das Gefühl, du bist ein bisschen müde, Schwester. Mhm. Ein Bild für die Götter. General Store noch und dann... Wo ist denn jetzt die... Wo bist du denn schon wieder? Was willst du im General Store? Hefe. Verdammt, wo bist denn du? Schon wieder bist du weg? Ach. Im General Store, was willst du? Hefe. Mal sehen, ob die was abben. Auf dem Markt gibt es auch immer schöne Sachen. Was ist denn jetzt mit, äh, du weißt schon wem? Na ja, Riech ist verstorben wahrscheinlich. Was ist denn los? Scheiß Tür. Nein, ich mein... Mann, ich mein Lady M. Lady S. Unsere Lady. Unsere, du weißt schon wen. Nein, er redet von, er redet von Mina Solomon, Mann, aber sie ist so müde und kapcheckt gerade nicht. Verfolg dich, ihr Geist, bis hierher. Ne. Hehehehe. Oh Mann. Es ist tatsächlich 1.30 Uhr, ich fass es nicht. Ich fass es nicht, aber ich muss nochmal ausnutzen. Ich bin das Wochenende, wie gesagt, äh, arbeite ich halt komplett durch. Vaseline. 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 Ich bin ganz heiß drauf. Und die Frau hat Bären. Hier. Ah ja. Da ist doch der Hopfen. Ich werde schlafen gehen. Ich geh schon mal vor. Bis dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Ein paar volle Flaschen kann ich gebrauchen. ein paar Leere auch. Warum nicht? Tja. Mancher, da sind wir wieder vollgepackt. Aber ohne Witz, ne. Wenn ich, äh, die Knarre so wegstecken kann, wie der Japaner gerade. Wollte Maddy. Der ist gut. Wollte Maddy. Er gewählt mir. Hahaha. So. Ich reite jetzt in den, in den Bayo zurück. Wollte Maddy. Soll ich das nicht sagen? Hahaha. Wollte Maddy. Oh mein. Lass es aber um die Zeit jetzt auch nicht mehr sagen. Ähm. Ähm. Was wollte ich, was wollte ich jetzt? Ähm. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich lege mich jetzt gleich hin. Ich glaube, ich lege mich jetzt gleich hin. Ja. 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 Ich bin tot. Ja, man. Ich auch. Aber ich will es halt noch auskosten, ehrlich. Ich bin so, ich bin so gefangen in dieser Welt hier, ne. Ich bin sogar, ich denke gerade sogar darüber nach, am Friedhoffall beizugehen, dass der Purple Dog nochmal ein Grab schändet. Großauftrag, ja. Ich habe aber auch so Lust auf diesen Großauftrag, ne. so Lust, dass alles jetzt still. Ach, ich weiß gar nicht, was ich, scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich herstellen soll. Ach du meine Güte. Naja, ich glaube, die Grundsubstanzen sind nicht verkehrt, wenn man die erstmal herstellen, ne. Asseline, Alkohol, alles. Ja, Sontenia Frontier ist der absolute Oberhammer. Ich lieb's auch. Ich lieb's wirklich. Ich hab so Lust, eigentlich, eigentlich ist mein Charakter überhaupt nicht, ähm, mein Charakter ist eigentlich dazu angelegt, im Bayou Leute zu erschrecken, so ziemlich, ne. Im Bayou rumzugammeln. Also das, was ich mit dem mache, ist eigentlich schon, dass ich den immer wieder da raushole. Ähm, ähm, der Richter. Den Richter kenne ich nicht. Kenne ich nur ein bisschen durch deinen Stream, aber, oh, Entschuldigung, es ist auch geil, was ihr da, was ihr da, äh, spielt mit dem, ach genau, wollte ich dich mal hier ab. Das wollte ich dich letztens in deinem Shit schon fragen. Ähm, mein Gott, wie heißt deine, Al, Ascente, Alessar, oder sowas, wie heißt deine, Ja, diese Vater-Tochter-RP ist einfach so eine Sache. Habe ich einfach nicht mitgerechnet. Ähm, ähm, dein Char, den hast du aber als dein Char registriert, ne. Apollina, genau, Ascente, Apollina Ascente, den hast du als Apollina Ascente auch eingereicht und registriert quasi, ne. die heißt, ja, ja, genau, das meine ich nämlich, die heißt jetzt Apollina Morgul und, äh, oh, was geh auf, wegen den, wegen den Loas, Alter, wegen den Petros eigentlich nicht. Hey, will die Mask? Ähm, die heißt Apollina Ascente, ne. Also, wenn du dich einloggst, steht da Apollina Ascente oder steht da Apollina Morgul, weil das finde ich einfach großartig. dein Pferd schwiegert, ach so, ich finde es am besten. Ich liebe das, wenn mein Pferd so runterguckt. Ich will, dass mein Pferd so aussieht vom Purple Dog, damit jeder, damit jeder ihn auch sein Pferd anspricht. Extra für dich, Pferde, Futtergold. Ach so, Namensänderung ist offiziell. Oh, komm, Bauer, da ist er. Only Bussi, Mann, ich hab mich, ich konnte nicht mehr, Alter, ich hab mich noch nie so oft gemutet, glaube ich, als bei unserem Gespräch. Es war einfach noch fantastisch. Es war einfach noch großartig. Fantastisches Gespräch. Superschön. Ich hab's geliebt. Ach, Mann, was für geile Charaktere. Das ist, Only Bussi ist der Japaner hier. Ist das der Herr mit dem Gesocks? Er hat mich heute umgebracht. Die Vaseline, ja, Mann. Die Vaseline. Oh, Mann. Hä? Satteltaschen? Das ist neu. Ich weiß es nicht. Ich muss Alkohol herstellen, Leute. Alkohol. Ich weiß gar nicht, was ich bestellt hab, wenn ich ehrlich bin. Fantastisch. Fantastisch. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich hab jetzt, ich bin jetzt grad so in dem Blackout. Aber, komm. Ach, komm, noch kurz hier mit euch noch, mit euch noch quatschen. Da bleib ich noch kurz an. So, was mach ich denn jetzt? So, Baumwolle. Hab ich denn, jetzt hab ich alles reingebracht. Hab ich hier überhaupt irgendwas, was ich gebrauchen kann? Alkohol, leere Flaschen. Nee, okay. Pferd weggeschickt? Bin ich denn verrückt? was ihr hier schreibt? Ich weiß noch viel. Ich zieh, Bruder. Wollte mich verprügeln. Ja, stimmt. Am geilsten war es. Fünfmal weniger Vaseline. Oh, die Vaseline-Diskussion nämlich umgebracht, ne? Naja, Vaseline bringt ja auch nicht viel. Was? Heute kam Japaner raus und meinte, er will keinen Gesocks vor seinem Laden. Ach, du Scheiße. So, jetzt bitte keinen Gator mehr fressen. Kein Gator. Das würden meine Japaner nie sagen. Boah, ey. Boah, ey, sind hier viele. Ey, ich will nicht auf einen schießen. Ich will das gar nicht. Da ist auch noch einer im Wasser. Mir los. Komme ich da irgendwie rum? Ohne gefressen zu werden? Moment, ich muss mich mal kurz konzentrieren. Ich lese gleich nach. Was ist denn das? Eine Belagerung? Ich will da hin. Ich will das zum Baum. Okay, ist tut mir leid, ey. Ich will den leichten Weg. Spine sind da hinten. Da liegt auch noch einer. Sacreblö. Der setzt sich jetzt da hin, oder was? Fass es nicht. Heirate doch einfach die Gators. Eine wahre Legende, Mann. Eine wahre Legende. So, nicht hier ausloggen, ne? Ich muss mir merken, ich muss hier auf jeden Fall raus. Ach so, ich kann hier gar nicht rein. So, jetzt muss ich mal kurz durchlesen, wo ich in Sicherheit bin gerade. Meinte Gesocks. Ja, genau. Meine Japaner würden das nicht sagen. Kral. Ich gerettet, indem ich gefragt habe, was Gesocks ist. Ja, Gott sei Dank. Ja, die tauchen alle untereinander unter. Musst ihr mal ein ordentliches Gewehr kaufen? Ja, ja. Ihr mit, ey, ohne Witz, ne? Ihr mit diesen ganzen Gewehren. Dass wir da ständig in den Laden reingehen und nichts kaufen. Oh, wir haben aber viel Gießi. Oh. Oh. Großartig, die ist. Oh. Ey, eine Trinkflasche. Ich habe keine. Äh. Warte mal, was wollte ich hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich hier wollte. Shit. Was wollte ich denn jetzt hier? Wollte ich jetzt hier anfangen? Ich wollte hier irgendwas anfangen. Genau, ich wollte gucken, wie viele Salber ich hier habe. Minze. Sieh. Äh. Was brauche ich denn gerade mal eben für medizinische... Ach so, Hefe, Weizen und Zucker. Genau. Gut, dann tun wir die Kohle raus und den Sack mit Milchkraut tun wir auch noch. So. Zucker brauchen wir, Baumwolle brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Nur noch Salz. Oh, Gott. Wie hübsch sie haben. Pass mal auf, Alter. Das ist noch gar nichts. Pass mal auf, das geht noch, wird noch richtig, richtig cool hier drin. Ah, jetzt Milchkraut brauche ich auch nicht. Jetzt machen wir es zusammen. So. 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 Alter, ich höre hier Hühner. Wieso höre ich hier Hühner? Äh, hier, ähm... Das kann man doch gar nicht aufmachen. Oder hier, weiß ich nicht, ob man hier noch was machen kann. Wir können auch hier richtig viel... ...ist menschliche Organe. Äh, Hideout Nummer 13. Genau, Hideout Nummer 13. Geil, ne? So. Machen wir den Zucker auf. Und wir müssen das hier aufmachen. Weizen und Zucker. 25, 25, 25. Hm. Ich bin gerade leicht verwehrt. Achso, mein Inventar ist zu voll. Äh, das ist natürlich schlecht. Machen wir mal vier. Können wir vier herstellen? Sollten wir? Nein, können wir auch. Können wir drei herstellen? Inventar ist zu voll. Können wir den einen herstellen? Inventar ist zu voll. Oh, deswegen. Ja, äh, stimmt wohl. Inventar ist wirklich ziemlich voll. Boote mal im Inventar. So, äh, der Boss, der bestellt immer sehr gut uns hier. Äh, Greti, Greti, du, das, du redest hier mit dem Chef der Japaner. Das ist, ähm, na klar, du hast bei mir Waffen bestellt und heute haben wir geredet. Auf dem Rennmarsat, da bin ich IC, mein Schatz. So ein komisch mit Zen-Bart. Das ist der, den alle, den alle Sensei und Chef nennen. Großartiger, groß, äh, großartiger, gar wirklich ganz fantastisch. Einfach nur fantastisch. So, jetzt geht's los hier. Jetzt können wir, schauen wir gleich ein bisschen Platz. Ähm. So, ich kann mich wieder nicht bewegen. Oh, ist da schön Platz zu haben, ne? Oh, das ist so herrlich. Ich muss jetzt mal 10 herstellen. 10 nicht mehr, aber vielleicht 8. Ja, das ist ein P-N-Sondini, ist einfach nur großartig. Es gibt so viele tolle Charakteren, absolut, absolut, kann man gar nicht. Aha, Sensei, hier bist du am Rumlungern, ja schön. Ähm. Das ist so lustig, sogar Fremde nennen mich Sensei. Weiß der Meister oder Lehrmeister, je nachdem. Hab das mal den Leuten erzählt, dass es Meister bedeutet. Juck die nicht einmal Namen weg, Übernahmen weg, ja. Dann bin ich wohl über Meister am 30. Sehr cool. Erst allein so viele Leute hier rumrennen und ankennen, ne? Großartig. Ähm. Bloodgaming warst du heute auch da? Ähm. Warst du heute auch Teil der Vaseline-Geschichte? So, ich kriege sie hier auf Disco. Ganz viele nach. Du bist bestimmt der Japaner, der eigentlich Russe ist. Hehehe. Äh, Leute, äh, falls ihr das nicht wisst, äh, Kritik Kitty, äh, streamt auch. Also, ihr könnt auch mal jetzt kurz auf den Namen einmal klicken. Und, äh, ja, auch mal gerne ein Follow da lassen, bestimmt. Dann habt ihr da auch ne, äh, unheimlich, äh, bei, bei, wie kann ich Kritikitties, äh, RP beschreiben? Das ist irgendwie, äh, das ist irgendwie, unheimlich, mit unheimlich wenig macht sie unheimlich viel. Das ist wirklich, also, Kritik Kitty kann ich stundenlang dabei zusehen, wie sie vor dem Gerichtsgebäude steht und ihre Rolle spielt. Das ist einfach fantastisch. Könnte ich gar nicht. Ich könnte das gar nicht. Ich könnte gar nicht so viel aus nichts machen. Das ist fantastisch. Also, wirklich, großartig. Bei mir, ich muss immer rumrennen, bei mir muss immer Action sein. Ähm, ganz, ganz groß Lob. Also, wirklich. Ganz fantastisch. Wie so Morgul-Story oder sowas. Panisch gelernt, verunregat für die Sprache. Und 3, sims. Boah, krass. Panisch gelernt, Mensch. Guck mal, wie viel Platz ich jetzt schon wieder habe. Dieses, ähm, dieses Huhn irritiert mich, ne? Ne, glaube ich, da war ich nicht dabei gewesen. Ja, okay. Schade. War aber sehr schön. Seid ihr gerne im BOD nochmal ansehen. Ich habe hier sogar stellenweise mein Mikro gemutet. Hey, irgendwas stimmt hier wieder nicht, ne? Oder 13, doch. Ne, passt alles, ne? Äh, ich bin nur gerade, mein Gehirn ist gerade so ausgesetzt. Ich glaube, das sind dann 6, ne? Was, 7? Brauche ich denn 14 für? Stimmt doch was nicht. Ja, macht die Skelettant da recht. Echt das Peace-Zeichen. Ja, ist großartig, ne? Okay. Kleiner OC-Effekt. Sollte ich dir jemals einen Talisman geben, dann wird so eine Skelettant. Ich wollte auf jeden Fall gar nicht weg von euch. Aber war ein guter Punkt. Ja, Mann. Und ich bin zu langsam mit dem Schreiben, sonst hätte ich da viel mehr dagegen geschrieben. Du willst ein menschliches Herz... Moment. Was heißt, ein menschliches Herz? Ist mir doch gar nicht aufgefallen. Stimmt. Verrottetes Fleisch. Ein ekelhafter, süßlicher Gestank. Begleitet dieses seltsame Stück Fleisch. Also eigentlich habe ich das so sortiert. Das sind... Ach, eigentlich ist das auch egal. Das sind die höchsten Talismänner. Weit höchsten Dritt. Da kommen die Knochen, glaube ich. Und Zähne, weiß ich noch nicht, wofür ich die brauche, aber... Aber der Purple Dog rastet immer aus, wenn er Zähne findet. Das finde ich sehr großartig. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt auch gleich pennen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Das war ein wirklich großartiges EP. Und wie gesagt, am Wochenende bin ich leider nicht da, aber... Nächste Woche bin ich wieder am Start. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Euch allen eine gute Nacht, die ihr zugesehen habt. Ich stelle auf jeden Fall den Alkohol noch her, weil ich da gerade Lust drauf hatte. Auch um die Zeit ein bisschen rauszuzögern. Nein, nicht pennen. Oh Mann. Das ist mir doch nicht noch schwerer. Habe ich denn jetzt noch 14 Weizen? 7? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin gerade dumm. So, 7. Ja. Ja, okay. Cool. Dann haben wir jetzt, glaube ich, 25 Mal Alkohol hergestellt. Immer geil. Alle eine gute Nacht. Schön, Unibusi, dass du meine Rakete gefunden hast mit dem Bei. Grüße gehen natürlich raus an. Katja, die das tolle, halbzeitlose... Oder Mina. A.K.A. Mina. Wie das großartige, die gebaut hat alles. Mal ein Stück Seife herstellen. Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann mit Seife. Wahrscheinlich gibt es so Wasch-Sets oder sowas, ne? Habe ich mal bei DWW gesehen. Ähm, ja, Katja, ja, ich war dabei. Aber Katja hat diesen, diese Emotes gebaut. Ich war heute zum ersten Mal, seitdem ich da spiele, nicht auf DVD-Online. Oh, okay. Ähm, wie geht's dir damit, dass du heute das erste Mal nicht auf DVD-Online warst? Fühlst du dich schuldig oder so? Oder ist okay? Es ist einfach so fesselnd, dieser Server hier, ne? Alles hier, die Mechaniken, die Spieler. Es ist einfach nur stimmig. So, jetzt haben wir hier 37 Mal Alkohol. Das ist doch schon mal gut. Muss ich jetzt auf die Couch, oder was? Um die Uhrzeit, ja. Du musst. Ähm, so, hier ist noch ein Sack. Hey, ich glaub, ich glaub, ich glaub mir einfach die Trinkflasche, ne? Ja. Jan merkt's ja nicht. Komm, nimm die jetzt einfach. Nimm die jetzt einfach. Oh, warte. Zieh mal. Ah, no. Oh. Es schlafen wirklich noch nicht alle. Ist ja wunderbar. Wer will denn da zum Alkohol in den Keller, hä? Oder zum Opium? Habt ihr... ...bearbeitet? Ja, wir haben einen Riesenauftrag. Ich dachte, ich fang schon mal kurz an. Von wem? Oh mein Gott, ihr müsst mir so viel erzählen. Von den Japanern. Und wir haben... Jan hat dem Lord Reihenwein eingeschenkt mit dir. Danke nochmal, dass er mich dann mit ihm allein gelassen hat. Ja, Jan sagt, das soll deine Strafe sein, weil du irgendwie nicht gewesen seien, weil du irgendwie aufgeflogen bist, weil er sowieso schon alles wusste oder so. Warum hast du mich denn nicht gewarnt? Verdammt. Ich hatte da einen Mexikaner mit einem Wurfmesser an meiner Kehle. Ja, scheiße, Mann. Der war wirklich unheimlich. Der war großartig. Was ist mit diesem Mexikaner? Müssen wir uns Sorgen machen? Wirklich? Ja, wahrscheinlich. Ach so, was denn jetzt? Also, ey, das war das Wichtige. Ja. Ja, ja, ja. Genau. Hab grad 37 Flaschen hergestellt, Alter. Keine Ahnung wie. Bei wie vielen Flaschen? Beim Rausch. 37. Hier ist auch Opium. Hab ich denn so viel gemacht? Ach so. Oder kannst du auch Opium machen? Mein Gott, die kaufen uns sogar die Vaseline ab. Das ist ja auch ein gutes Zeug. Ich hab's mal wieder damit. Hab ich dir nie die Geschichte von dem... von Alligator L erzählt? Will ich die wissen? Ich glaub nicht. Hat was mit Alligator L... einem Alligator... und Vaseline zu tun? So, was wollte ich denn jetzt? Ach so. Ich muss Kram erstellen. Also, du... Also, was noch? Genau. Leg den Sack mit dem Milchkraut mal ins Lager, ja? Auf jeden. Ähm... Ja, Mann, und... wenn du die nächsten Tage... Ich bin das Wochenende nicht da. Wenn du noch einen Sack mit Salbei gibst... bei Madame... Nisa... oder zwei... fertig machen könntest. Ginseng, weißt du, wo das wächst? Weißt du, wo Ginseng wächst? Ja, verdammt. Auf bei dem Wasserfall da auf der Insel. Ja, genau. Da, wo die Grizzlies sind. Könntest du mir auch mal gerne einen Sack fertig machen? Mhm. Und? Beim Vor... Vor Bennet. Weißt du noch? Ja. Unser Vor ist das ja quasi, ne? Hehe. Da... Hm. Weißt du, wo da Minze wächst? Nein. Scheiße. Schwer zu erklären. Hier, guck mal auf die Karte. Ach so, vielleicht kannst du einfach dein Buch, wo das so ein bisschen angedeutet ist, mit ins Regal legen. Dann kann ich einfach nachlesen. Na ja, das ist vielleicht ein kleines Problem. Das Buch ist ein bisschen nass geworden. Und man kann es nicht mehr lesen. Warte mal eben. Zivilgesetzbuch, Strafgesetzbuch, hier sind noch ein paar Bücher drin. Ach so, jetzt erzähl mir nochmal, dieser Mexikaner. Der kennt jetzt meinen Namen und hat mich gewarnt. Ich soll vorsichtig sein. Der Mexikaner? Nein, der Lord. Ja, der auch, aber der Mexikaner, der mit dem Wolfmesser, der war wirklich furchtbar unheimlich und Morgul war auch nicht besonders hilfreich. Wirklich viel zu naiv. Wer? Das ist Morgul. Viel zu naiv. Scheiße, der hat ein echt buntes Mojo, Mann. Naja, war auf jeden Fall nicht cool. Die hat überhaupt nicht verstanden, dass der jetzt nicht ein netter Herr ist, mit dem wir einfach quatschen. Warte mal eben. Da waren zwei Mexikaner. Meinst du den schwarzen oder der mit weiß? Der mit dem Messer. Schwarz. Ja, aber hatte der schwarz oder weiße Kleidung an? Schwarze. Ah. Also, nochmal zu der Frage. Als ihr dann weg seid, um euch zu bereden, persönlich zu bereden, da hat der Lord alles erfahren. Ja, Mina wollte ihm rein Wein einschenken. Vertraut ihm. Verdammt, Jimbo hat dem Lord auch alles erzählt. Den wahren Namen. Ja, das hat er dem auch erzählt. Das ist ganz furchtbar. Ich weiß nicht, was in den Jungen gefahren ist. Shit. So oft auf den Kopf gefallen, verdammt. Wenn man allen alles erzählt, dann braucht man ja irgendwann niemandem gar nichts mehr erzählen. Dann verstehst du, was ich meine. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe nämlich nicht, was ich meine. Also, pass auf. Ihr seid da rein, habt dann mit ihm gesprochen. Dann kam dieser Messermann und es sind diese Gasse rein, wo ihr auch wart. Ah, der ist uns hinterher. Ja. Was meinst du, wie lange waren wir da drin, bis er uns hinterher ist? Wahrscheinlich ziemlich am Anfang schon direkt, ja? Ja, er meinte, er hätte viel erfahren. Scheiße, vielleicht müssen wir uns dann mal um ihn kümmern. Wirklich dumm angestellt, muss ich sagen. Ja, ich fand den Ort auch nicht so bezeichnend. Hier wäre lieber auf dem Friedhof gewesen. Naja, auf jeden Fall kam dann der Messermann zu uns. Also zu mir, Miss Morgul und Mr. Da Silva. Und meinte, ob wir denn hier auf jemanden warten würden. Und ich habe natürlich direkt geschaltet und gesagt, nein, nein, wir genießen einfach nur die Nachtluft und unterhalten uns. Naja, wenig später meinte, Miss Morgul, oh, schauen Sie, da ist doch wieder, sind doch wieder die Leute, auf die Sie hier warten. Also es ist wirklich ganz furchtbar. Die Leute hören einfach nicht zu. Die lesen nicht zwischen den Zeilen. Das macht mich wahnsinnig. Es war spät. Nein, es ist einfach nur, ich hätte hier gerne ins Gesicht geschlagen, aber das wäre noch auffälliger gewesen. Nein, ich hätte hier nicht ins Gesicht geschlagen. Irgendwie mag ich die Frau, verdammt. Sie hat auf jeden Fall was Interessantes an sich. Baumwolle. Aber ihr erster Name war irgendwie besser. Keine Ahnung. Ich kenne ihren ersten Namen gar nicht. Akzent. Salbei. Und jetzt heißt sie Morgul. Was findest du schöner? Habst du eigentlich mit? Nein. Sollte ich? Nein, das ist schon gut. Es ist wirklich spät und ich trinke hier Bier. Ja, Mann. Ich glaube, ich nehme mir gleich so ein Opiumfläschchen. Oh, hier ist noch Ginseng. Brauchen wir denn mit Wildschwein-Post? Also wie viel Opium brauchen wir denn und wie viel darf ich nutzen? Weiß nicht. Frag schon. Also du warst doch dabei. Also ihr habt danach noch mit den Japanern gesprochen. Mein Gott, das war so ein wirres Gespräch. Mein Kopf raucht immer noch. Ja, ich sehe dich. Ein buntes... Ein buntes Mojo. Also, aber wir haben einen Auftrag und kriegen Geld und Opium. Das finde ich doch gut. Du, ich weiß nicht, wie viel Geld wir kriegen, aber ich glaube, das wird eine Menge sein. Was machen die Japaner damit? Mit der Vaselina? Auch mit der Vaselina? Aber jetzt erstmal mit dem Opium? Okay, ich habe die überhaupt Opium bestellt. Du musst mal... Ich war nicht dabei, verdammt. Weil ihr mich nie mitnehmt, wenn irgendwas Spannendes passiert. Ja, wir können dich auch nicht mitnehmen, weil wir mal denken, dass deine Tarnung so wichtig ist. Deine Tarnung, die anscheinend jetzt völlig obsolet ist. Ja. Naja, der Lord meinte, die Japaner wissen, vermuten das auch. Wirklich nicht gut darin. Naja. Ich bin trotzdem noch als Schauspielerin. Was ist das los mit dem? Weil du eine Ausstrahlung hast, hat er gesagt. Guck mal, sogar darüber haben wir geredet. Weil ich was hab? Ja, hau mal ein Lied raus, bitte. Weil du Ausstrahlung hast, sagt er. Ausstrahlung. Scheiße, was wollte ich denn jetzt machen? Trag gleich mal was aus, verdammte Scheiße. Naja, dann bleib ich einfach im Sumpf. Dann muss ich nichts mehr machen, ist auch schön. Ja, bleiben wir im Sumpf, Mann. Wir haben eh viel zu tun. Reuter sammeln und so. Okay, ich hab keine Ahnung, was ich heute machen soll. Mein Kopf ist völlig leer, Mann. Ich geh jetzt... Ich geh jetzt... Ich geh jetzt nach Hause und leg mich hin. Bist du dabei, oder was? Ja. Komm, wir nehmen uns noch ein Opium-Ding mit. Ich hab noch eins in der Tasche. Ich hab eins dem Japaner gegeben. Der hat sich das direkt reingezwiebelt. Ich glaub, deswegen waren die Verhandlungen auch so gut. Verdammt, das sollten wir jetzt immer bei Verhandlungen mitnehmen. So. Ja, Mann. Warte mal eben. Ach, scheiße. Ich hab euch das ganze Geld ausgegeben. 26 Dollar noch drin in der Kasse. Habt ihr denn mit dem ganzen Geld gemacht? Ich hab jetzt hier Sachen... Verdammte Scheiße. Ich hab jetzt hier Zeug geholt. Was machst du mich denn jetzt hier so an? Ist das aber eine Mutter, oder was? Auch über mich angemacht. Na ja, wir machen mehr Geld aus dem Geld. Verstehst du? Bleib. Achso, was ich verstanden hab, ist Opium. Ja, Mann. Kennst du nicht den Spruch? Gibst du dem Opium, bringt Opium den Opium. Nein, den kannte ich noch nicht, aber der ist wirklich großartig. Es ist schon ein Schlaf. Ja. Was denkst du denn? Scheiße, das ist sogar... Achso, ja, das muss ich auch erzählen. Ja, nachdem das in der Kasse und so war und mit den Boatfields rauskam, hat mir Jean den Auftrag gegeben, die Boatfields gefesselt in den Sumpf zu bringen. Äh... Die ist echt ausgerastet, die Schüsse, das war Jean, Mann. Und danach kam nochmal dieser Oberfuzzi Luzzi Butzi von den Italienern und hat ganz normal mit uns geredet. Ich wollte ihn umbringen, den Kerl, aber Jean hat mich aufgehalten. Wer ist denn der Obi-Fuzzi Butzi von den Italienern? Na, ein Italiener. Achso. Ja. Du bist wirklich nicht hilfreich. Danke, was? Also, der Name. Wer ist das denn? Also, ich kenne... Name, Name, Schmame. Aber das ist nicht der Boss, oder? Da wieder kenne ich noch... Dann hört es langsam auf. Verdammt. Ich weiß es nicht, wie der heißt. Der hat jedenfalls immer eine Zigarre im Mund. Und er redet komisch. Und er hat feine Anzüge an. Hilft dir das? Er hat einen Schnurrbart. Äh, nein. Aber gut, wenn ich einen Mann mit Zigarre und Schnurrbart sehe, dann werde ich Acht nehmen. Also, haben wir jetzt mit irgendeinem eine Abmachung, falls mich mal irgendwer, naja, bedroht? Äh, die Italiener wollen vielleicht irgendwie auch mit uns handeln. Und irgendwie sind wir jetzt wohl aus dem Gröbsten raus. Keine Ahnung. Gut, aber vor den Japanern muss ich jetzt keine Angst haben, weil die ja wissen, also ahnen. Ja, aber ich würde dir empfehlen, da trotzdem jetzt nichts zu sagen, mit deiner Maske bei den reinzulaufen und zu sagen, Hallo übrigens. Ich bin nicht Jimbo, mein Güter. Jimbo, verdammt, normal. Die Knochen haben, irren sich nicht. Er wird zu uns zurückkommen und er wird noch eine große Rolle spielen, Mann. Ja, er wird ein tolles Opfer da bringen, wahrscheinlich, wenn er zurückkommt. Ja. Wir werden sehen. Also. Und dann? Auf den Sumpf. Oh ja, Mann. Du sagst, Schwester, auf den Sumpf. Oh Mann, ich habe heute einen Typen gesehen, ey. Ach, schön. Ich schwöre dir, das Zeug ist großartig. Damit kann ich alles schaffen. Oder gar nichts. Eieieiei. Weißt du, was ich mache? Ich gehe jetzt erstmal nochmal um. Moment, wir hatten mal getanzen. Was machst du? Komm, mach mit, wir tanzen noch eine Runde. Ah, langsam, langsam. Oh, ist das hell? Es ist viel zu hell. Das ist genau die richtige Lichttemperatur. Du bist lustig. Ich bin lustig. Du bist wirklich lustig. Ich habe dich wirklich gern. Ja, ich habe dich auch voll gern. Voll gern. Wirklich, du bist voll in Ordnung. Ja, auch wenn ich so schlecht Schauspieler und meine Tarnung auffliegt. Magst du mich dann immer nach? Ja, klar, noch mehr. Noch mehr? Warum das denn? Weiß nicht. Aber so. Komm, wir tanzen. Mach den Schwertanz. Auf drei. Nein, warte, warte, warte. Langsam, lang. Ich weiß nicht, ob ich will. Ich bin zu tanzen, verdammt. Das kriegst du da hin. Konzentriere dich. Ich muss drüber nachdenken, wie das nochmal ging. Oh mein Gott. Dring drüber nach. Ach so. Ich hoffe das. Moment, Moment, Moment. Gib mir Zeit. Gib mir Zeit. Ich muss mich ganz festhalten. Ich muss tanzen. Und mit dir jetzt. Ich muss mich konzentrieren, verdammt. Wiener. Kannst du nicht mit diesem Tanzen bevor, also. Ach verdammt. Ich will nicht alleine tanzen. Ja, Geduld. Also, wie war das nochmal? Wie nennst du diesen Tanz? Schwertanz. Schwertanz. Wie ging denn nochmal? Ja, siehne hoch und dann Schritt für Schritt. Dann kommt die Drehung und ich will es auch nicht vergessen. Ja, ja, okay. Ich erinnere mich wieder. Ja. Gehst du? Also, eins, zwei, drei los, ja? Mhm. Eins, zwei, drei. Oh ja, Schwester, das ist es. Jetzt drum, oder? Ja, sowas. Oh man, ich fühl's. Ich fühl die Musik in meinem Kopf nicht. Warum? Öfters Opium nicht. Verdammt, wir haben's drauf. Oh ja, Mann. So, bevor ich mir leid, ich kann's hier grad nicht abspielen. Ich hör's mir gleich noch an und wir müssen uns jetzt wieder auf eine andere Sache konzentrieren. Wir müssen jetzt hier was anderes abfühlen lassen. Guck mal, wie's ging's. Wir müssen jetzt hier nochmal spielen. Und zwar das hier. Maske! So, immer noch. Immer noch sehr laut. So, ihr Lieben. An dieser Stelle. Ich hab das Gefühl, ich find jetzt hier niemanden mehr zum Raiden, oder? Nee, ich glaube nicht. Deswegen entlass ich euch einfach jetzt so in die Nacht. Wundervoller Stream endet jetzt. Äh, ich bin wahrscheinlich voraussichtlich am Montag wieder da. Okay, ich mach mal noch ein bisschen lauter. Hält mal mich denn noch? Weiter, weiter, Mina. Wir machen noch ne Runde. Gut. Da sind sie, die beiden. Der, ähm, Boku und seine Mamba. Beides Begriffe für weibliche und männliche Priester. Im Voodoo. Ähm. Ist das schön. Ich liebe das, wenn das synchron läuft. Müssen wir mal alle machen. Ihr Lieben, ähm. Es war wirklich ein fantastischer Stream. Ähm. Was wieder die Zeit zeigt. Ich meckere immer so, dass ich so lange mache, aber... Es macht auch einfach Spaß. Die Boat fehlt. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Dann wünsche ich euch ne schöne Zeit. Macht's gut, ihr Lieben. Und ich lasse es noch einmal durchtanzen. Und dann beende ich den Stream. Genießt es. Ciao. Ciao. нев Same. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020